Dieser Podcast wird gesponsert von Preply. Was geht ab, Freunde? Willkommen bei einer neuen Folge Podcast. Ich bin's, Tim. Heute ist Erik Pott soweit Gast hier. Erik ist der Geschäftsführer und Gründer von Scalable Capital. Ist nach Trade Republic so der größte Online-Broker und Robo-Advisor, den es gibt in Deutschland. Wir werden heute sprechen über vor allem seinen Aufstieg bis dorthin. Das Unternehmen ist heute mit über einer Milliarde bewertet, also eine beachtliche Leistung. Aber es wird jetzt nicht so ein dröger Business-Podcast, keine Angst. Also wir reden sehr auch über viele so persönliche Dinge, die so ein bisschen, wie ist es, Geschäftsführer zu sein? Was muss man da jetzt tatsächlich machen? Wie hat man das überhaupt aufgebaut? Also vor allem so dieses, wie gründest du ein Unternehmen, was irgendwann eine Milliarde wert ist? Schon eine sehr interessante Frage. Vor allem, weil es auch ein sehr cooles Produkt ist. Wir werden anfangen bei Erik, bei Goldman Sachs Vice President in Deutschland. Auch eine sehr krasse Sache. Wie wird man so schnell, kommt man in so eine Position? Dann hat er das aber geditscht und hat sich entschieden, bei West Wing Geschäftsführer zu sein. Das hat er auch anderthalb Jahre gemacht. Und dann hat er sich entschieden, was ganz Neues zu machen und mit Scalable von Null anzufangen und ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das heißt, eine sehr, sehr krasse Geschichte. Und viel Spaß damit. Ich sage es euch, ich habe den Podcast schon gedreht. Es ist auch sehr interessant. Also war ein sehr cooler Podcast. Es werden drei interessante Stunden. Wir sehen uns später. Freunde, dieser Podcast wird gesponsert von Preply. Bei Preply könnt ihr neue Sprachen lernen. Ihr habt bei Preply über 49.000 verschiedene Tutoren, die ihr gefiltert aussuchen könnt. Nach Sprache, nach Budget, nach Zeitplan, nach Niveau, nach Bedürfnissen. Wollt ihr Business-Englisch lernen oder wollt ihr vielleicht auch einfach die sechste Klasse Jugoslawisch lernen, wenn ihr das müsst. Ihr könnt lernen, was ihr wollt, mit wem ihr wollt und wie ihr wollt. Diese Freiheit ist gewährleistet durch einen Filter, wo ihr euer Budget aussuchen könnt und das, was ihr lernen wollt, wie ihr es lernen wollt, auch den Tutor auswählen. Und wenn euch der Tutor nicht passt, das Gesicht des Tutors vielleicht euch nicht so ganz zusagt, nein, oder halt, ihr wisst, wie es ist in der Schule, du hast einen schlechten Lehrer oder einen Lehrer, mit dem einfach die Chemie nicht stimmt. Muss ja nicht sein, dass der Lehrer schlecht ist. Kannst du dein Geld zurückbekommen oder eine neue Stunde mit einem anderen Lehrer bekommen for free. Unten in der Beschreibung habt ihr einen Code, da bekommt ihr 50% Rabatt auf eure erste Stunde. Ich kann es euch nur ans Herz legen, Freunde. Also klar, es ist jetzt eine Werbung, ich bin auch sehr dankbar dafür, dass der Podcast hier gesponsert wird, aber ich selber spreche dreieinhalb Sprachen, würde ich sagen. Deutsch, Englisch, Jugoslawisch und Französisch, so, wenn ich wirklich muss, aber ich, also schlecht mittlerweile, hat es ja in der Schule. Ich sage es euch ehrlich, ich könnte diese Videos nicht machen, hätte ich keinen Schulabschluss gemacht auf Englisch. Also ich habe mein Abitur auf Englisch gemacht, ich hatte sehr viele Fächer auf Englisch. Ich weiß nicht, dass Englisch jetzt die Sprache ist, aber bei mir persönlich ist es, auf Jugoslawisch ist der Humor sehr lustig und auf Englisch habe ich die größte, wie soll ich sagen, den größten Wissenszugang, den es gibt auf der ganzen Welt. Das ist die Sprache, die wir alle sprechen, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, aber da haben wir das größte Volumen. Und eine neue Sprache zu lernen, ist schon ein sehr, sehr krasses Geschenk und es kann euch, ihr habt teilweise keine Vorstellung davon, was für ein riesengroßer Teil der Welt euch verborgen bleibt, wenn ihr zum Beispiel Englisch nicht könnt oder eine andere Fremdsprache nicht könnt. Deswegen kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr einmal dieses Jucken in den Fingern hattet und gesagt habt, ich will jetzt eine neue Sprache lernen, könnt ihr es hier innerhalb von Sekunden mit 50% Rabatt unten in der Beschreibung ausprobieren und machen. Viel Erfolg, Leute. Du machst ein Video die Woche oder zwei die Woche? Ein Podcast, jetzt diese Woche drehe ich drei. Das wird ein wilder Ritt. Ansonsten ein die Woche. Und auch so ganz unterschiedliche Themen. Letztes Mal hast du ja den von, wie heißt der nochmal, Michael von? Von Alle Aktien. Alle Aktien, ne? Ja, guter Typ. Der ist ein sehr guter Typ. Ich hab hier seine ganzen Analysen, die lese ich gerade. Also ich bin echt erstaunt, wie nüchtern und klar der das... Wir arbeiten auch mit dem zusammen und ein smarter Typ einfach. Und das finde ich einfach geil, was es jetzt für Karrieren gibt, weil früher, der wäre sonst halt in seiner Investmentbanking-Track, wäre da halt geblieben, dass man sich sozusagen heutzutage so selbstständig, also ich meine, das ist ja bei dir auch so, dass du einfach so selber eigentlich deine Kanäle aufmachen kannst. Das gab es ja früher nicht. Also früher hätte der einfach bei einer Investmentbank bleiben müssen, um Research zu machen, seine Aktienempfehlungen zu machen, aber es wäre super schwer für ihn gewesen, sich sozusagen selber so zu etablieren. Also geiler Typ, ja? Auch lustig, der hat ja auch, sein Ding ist ja auch immer mit so ein bisschen Witz und die Memes, die er da reinmacht. Ja, ja, ja. Finde ich cool, ja? Aber feiere ich, dass du den anguckst. Also ich war extrem erstaunt, weil ich hatte viele Leute da, die sich mit dem Zeug beschäftigt haben. Irgendwann war das ein trockenes Thema. Aber bei ihm habe ich gesagt, ey, der macht das einfach so gut, dass ich unbedingt das auch mit ihm machen wollte. Ich muss jetzt noch bald wieder mal mit dem spazieren gehen, dem jungen Mann. Weil es ist sehr interessant, auch was er da hin und wieder sagt. Also das ist echt, also ich war echt krass, krass positiv überrascht. Ein smarter Typ. Also sehr, sehr smarter Typ. Aber was ich dich fragen wollte, ist, wenn du sagst, der wäre jetzt da stecken geblieben in so einer Investmentkarriere früher. Wie war das bei dir? Weil du bist ja, glaube ich, so ein bisschen älter als ich. Ja. Und du hast... Könnte ich dein Vater sein? Wie alt bist du? 26. Schwer. Ich bin 40. Habe ich mich angeschränkt? Dass du mit 13, 14 loslegen müssen. Ja, das wäre schwierig gewesen. Nee, aber wie war das... Also wie war es bei dir? Du hast ja studiert. Ja. Und dann auf einmal mit 27 war ich Präsident bei Goldman Sachs in Deutschland. Ja, fast. Also genau, ich habe studiert in kleinen Teilen USA, dann hauptsächlich in Kiel, weil ich so Wassersportverrückt war und wollte dann am Wasser bleiben. Dann bin ich nach England gegangen an so eine Business School, die heißt Warwick Business School, die ist so anderthalb Stunden nördlich von London. Gute Schule? Ja, gut, gut. Ist jetzt nicht so ein altehrwürdiges College wie Oxford und Cambridge, aber unter den Top-5-Business-Schoolen ist die da mit da... Also schon Elite-Uni. Es war sehr, sehr gut. Also hätte ich es vorgewusst, hätte ich nur in England studiert. Jetzt halt, wenn du in eine deutsche Uni reingehst, also bei mir in Kiel zum Beispiel, VWL, 400 Leute, du sitzt da auf der Treppe, weil du keinen Platz mehr kriegst, wenn du zu spät kommst. In einer Warwick Business School kommst du rein, irgendwie 20 Leute in so einem Hörsaal, der Professor schreibt seinen Vornamen, seine Handynummer an die Tafel, wenn was ist, sollen wir ihn anrufen. Also vergiss das mal an der deutschen Uni. Also war schon sehr, sehr geil. Genau, dann habe ich bei Goldman angefangen 2006 in London damals. Das war so die Zeit, als Investmentbanking noch oder Banken allgemein noch ja eigentlich noch eine ganz gute Reputation hatten. Das war so pre-Lehman, pre-Financial Crisis und habe da angefangen im Derivate-Team. Und genau, also VP, also Vice President Executive Director, bin ich erst am Ende geworden. Ich war sieben Jahre bei, bin ich sozusagen erst am Schluss geworden. War sieben Jahre dann dabei. Zwei Jahre in London und später dann in Frankfurt und war eine coole Zeit. Das ist schon eine sehr interessante Firma. Also jetzt bin ich zwar so auf der Fintech-Branche und die Fintech-Welt will ja sozusagen der Bankenwelt immer so ein bisschen eins auswischen. Aber also ohne meine Zeit bei Goldman hätte ich das, glaube ich, alles nicht so hingekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dort legst du ja den Grundstein, weil du auch lernst, wie die arbeiten und was sie machen und wo wahrscheinlich Verbesserungspotenzial da ist. Ja, also A, lernst du, hast du eine sehr gute Ausbildung da gekriegt, zum Zweiten ein extrem gutes Netzwerk. Also ich weiß noch, als wir angefangen haben sozusagen für unsere Firma Funding, also wenn wir selber, du musst ja dann selber mal auf Venture-Capital-Investoren zugehen und das war bei uns ja schon vor sechs Jahren der Fall, wo wir dann losgegangen sind, da waren noch gar nicht so viele Venture-Capital-Investoren in Deutschland tätig, wie es heutzutage der Fall ist. und da hat dieser CV einfach enorm geholfen. Also meine Mitgründer kamen auch alle von Goldman und es ist nicht, dass man sich da mega einen drauf einbildet, aber du hast überall immer einen Termin gekriegt, weil die gesagt haben, oh, mit den Guys wollen wir zumindest mal sprechen. Das heißt nicht, dass dir jeder sofort Geld hinterherwirft, aber du hast schon so ein bisschen so ein Stamp of Approval, das hat schon geholfen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich finde es faszinierend, also ich finde generell diesen Track Record faszinierend, also auch bis heute, aber was ich mich frage ist, du sagst jetzt, diese ganze Reputation ist ja jetzt anders, Leute haben heute so eine ganz andere Vorstellung davon, du rollst dich irgendwie in so einem Ledersessel mit deiner Zigarre, sagst deiner schönen Sekretärin, was sie jetzt tun soll, wo sie irgendwelche Order platzieren soll und schreist irgendwelche Leute am Telefon an und dem gegenüber steht, was ich von dir gelesen habe, dass zum Beispiel Mitarbeiter, also Bewerber fragst, was ist deine Leidenschaft? Und das ist das Erste, was ich mich gefragt habe, ist zum Beispiel, ich habe auch diese Assoziation, ich weiß gar nicht, was ist die Leidenschaft von jemandem, der bei Goldman anfängt? Was ist die Leidenschaft von jemandem, der diesen Berufsweg einschlägt? Also was ist da deine? Wie bist du da hingekommen? Ja, das ist ganz interessant, weil es gibt ja so verschiedene Stereotypen. Ja, dieser Wolf of Wall Street Image, ja, den gibt es da eigentlich nicht, ja, weil A, war die Zeit schon ein bisschen eine andere, also Wolf of Wall Street ist ja glaube ich auch eher so aus den 80er Jahren die Zeit, da hat sich die Zeit schon ein bisschen gedreht und B, bei den großen Investmentbanken mit einer großen Reputation auch, ja, wo Goldmann ja dazu hört, da konntest du so Wolf of Wall Street Style, wärst sofort rausgeschmissen worden, aber sofort, ja, das war eher bei diesen kleineren Brokerhäusern, die man gar nicht so kennt, die haben meistens so Doppelnamen der Gründer, ja, was weiß ich, Watson, McFlyer oder irgendwie so heißen die, ne, da geht das eher so ab, aber wenn du bei Goldman irgend so was gemacht hättest oder da wärst du sofort raus gewesen, ich meine, die Firma hat schon teilweise sozusagen Stimmen absolut Sachen, also ultraharter Recruitment-Prozess, du führst ja, um reinzukommen, führst ja so 20 bis 30 Interviews, ne, also für die meisten Firmen machst du ja irgendwie zwei, drei Interviews, 20 bis 30 Interviews. 20 bis 30 Interviews, wofür? Um Praktikum zu machen? Ja, um ersten Job, Praktikum, egal was, das ist so der Standard. Ey, erklär mir mal bitte diesen Prozess, was machen die in 20, 30 Interviews? Ja, du interviewst halt mit Gott an der Welter mehrmals hin oder am Telefon und Dings, das ist schon, also ein Ult, das kenne ich bei keiner anderen Firma, also sie sieben da sozusagen sehr, 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 einmal, dass die Firma sich ein gutes Bild über dich machen kann, aber sind da sozusagen sehr, sehr restriktiv und wenn du dann aber mal drin bist, obwohl die Firma nach außen natürlich schon sehr, ja, sehr, sehr kompetitiv ist, auch aggressiv am Markt auftritt, ist es intern, ist es ultrakollegial. Echt? Ja, nee, nee, das ist wirklich, also, irgendwie einem Kollegen irgendwas wegnehmen und einen Kunden klauen oder einen Trade wegnehmen oder so, ist absolutes No-Go. Also das ist wirklich so, fast schon so Brainwash-mäßig, du wirst immer angehalten, über wir und nicht ich zu sprechen. Also das ist fast schon so ein bisschen bizarr manchmal, wenn du eine E-Mail intern schreibst und du sprichst eigentlich von dir, ja, was ist, ich habe gestern Folgendes gemacht, du wirst immer angehalten, nicht ich zu schreiben, sondern immer wir. Also fast so ein bisschen, als wenn du multiple Persönlichkeiten hast, wirst du immer darauf angehalten, immer von wir zu sprechen. Immer nur wir, 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 wir. Und intern ist das sehr, sehr kollegial. Natürlich schon immer mit so ein bisschen, ich habe ja in London angefangen, auf dem Tradingfloor, warst du mal auf einem Tradingfloor? Nein, aber erzähl. Wenn du mal in London bist, dann rufe ich mal ein paar alte Buddies an von Goldman, dann zeige ich dir mal den Tradingfloor. Das ist schon beeindruckend. Geh mal hin, du kommst halt hin, das ist ein Fußballfeld großes Ding oder vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Nur Monitore, Monitore, Monitore. Die Leute sitzen meistens so zwischen drei bis in der Spitze neun Monitoren, so davor. Eine riesen Landschaft, total laut. Alle haben durch die Gegend gestikuliert. Das ist schon, also das ist praktisch wie eine Börse, aber auf einem so einem Floor einer so einer Firma. Schon sehr beeindruckend. Krass. Und das, ach genau, ich wollte dir eine Anekdote noch erzählen, wo du sagst, Wolf of Wall Street. Also diese Eskapaden, die hast du nicht, aber du hast schon so ein bisschen so eine Kultur da. Die Engländer nennen das Banter. Banter ist ja so ein bisschen so ein Necken. Das ist der Begriff. Wenn zum Beispiel ein Kollege aufsteht, eine Kollege oder eine Kollegin, und irgendwie früher mal geht, du musst mal in der Woche mal irgendwie so um fünf oder sechs schon mal nach Hause und bleibst jetzt nicht bis nachts. und es fällt jemandem auf, dass du irgendwie deine Jacke nimmst in deine Tasche, dann steht die Person auf und fängt an zu klatschen. Und dann steht die Nächste auf und fängt an zu klatschen. Und irgendwann klatscht dann der ganze Trading Floor, klatscht, bis die Person sozusagen runtergegangen ist. Das kenne ich irgendwo her. Damit es, also klar, es ist Peer Pressure, ein bisschen angewandt, aber ich fand es immer ganz lustig sozusagen, damit sozusagen die Anerkennung, wow, du kannst jetzt schon um fünf Uhr nach Hause gehen, dem zollen wir jetzt Respekt. Und dann klatschen auf einmal hundert Leute. Kann man so und so sehen, ne? Wie ist es, also wenn du sagst, es ist hyperkompetitiv und gleichzeitig kollegial, also wie würde ich mich jetzt da fühlen? Fühle ich mich scheiße, wenn ich um fünf Uhr nach Hause gehe? Also hier würde ich mich scheiße fühlen, wenn ich um fünf Uhr nach Hause gehe. Du fühlst dich da schon scheiße. Also das ist schon, der Deal, den du machst, wenn du als Junior bei so einer Investmentbank anfängst, ist schon, ich gebe sozusagen, ich hau rein, ich gebe ganz bewusst sozusagen Lebenszeit hin und kriege dafür eine gute Karriere, gute Bezahlung und aber auch für meinen Lebenslauf sozusagen einen guten Stempel drauf. Das ist schon der klassische Deal, den du bei den Investmentbanken machst. Jetzt gibt es da zwei Segmente, die man noch ein bisschen auseinanderhalten muss. Die Goldman und andere Investmentbanken haben verschiedene Divisionen. Die beiden großen sind, das eine ist M&A, also Mergers and Acquisitions, Unternehmensübernahmen und dergleichen. Die arbeiten am allerhärtesten, weil die haben immer so Projektarbeit. Da geht es dann halt darum, dass ich Daimler geht mit Kreisler zusammen und geht dann wieder auseinander und die arbeiten wirklich round the clock. Die wollen die kaufen, die wollen mit denen fusionieren. Genau, das ist so eine Projektarbeit, die arbeiten dann die ganze Nacht und dann gibt es die anderen Divisionen, das ist die Securities Division, also die Wertpapierabteilung. Da arbeitest du auch viel, aber da arbeitest du hauptsächlich eigentlich, wenn deine Kunden auch da sind. Also da kommst du morgens ins Büro, meistens so zwischen sieben und acht, und gehst dann abends, aber auch zwischen sieben und acht, gehst dann nach Hause, weil deine Kunden dann auch weg sind. Deine Kunden sind halt, was weiß ich, Versicherungen und Hedgefonds und Banken, die arbeiten dann auch nicht mehr. Und am Wochenende ist da auch keine Arbeit. Das heißt, die Arbeit ist zwar, die ist punktuell ein bisschen stressiger, weil da jederzeit klingelt das Telefon und wenn die Börsen crashen, ist es nicht so Projektarbeit, sondern es ist tagsüber viel Stress. Oder dass der Erik ans Telefon gehen muss, weil die Leute von Scalable anrufen, weil sie... Genau, 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 richtig. Genau, Scalable will einen großen Trade machen und dann musst du da sein. Aber du hast nicht diese Hammer-Arbeitsstunden bis nachts um drei. Die hast du wie im M&A, die hast du nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, um fünf Uhr gehen da ganz wenige. Krass, nee, weil das ist das, was ich mir halt immer so vorge... Ich habe ja keine Ahnung, das wäre wahrscheinlich auch nicht mein Berufswunsch gewesen, aber was hast du dir dann gedacht? Also du sagst jetzt, okay, ich bin jetzt dort Junior und ich bin bei Goldman, will ich jetzt eine fette Karriere dort haben. Also was hat dich so ein bisschen angetrieben, dieses fette Opfer zu bringen? Ja, also du hattest ja auch gefragt, was war die Leidenschaft dafür? Die Leidenschaft war eigentlich, dass du mit guten Leuten zusammenarbeiten kannst. Es hört sich so ein bisschen wischiwaschi jetzt an, aber das war es wirklich. Du hast exzellente Leute, sind alle extrem motiviert und das war so, das war eigentlich... Also ich habe das schon gemerkt, als ich zu dem Interview das erste Mal auf diesen Trainingfloor kam, da habe ich diese Energie einfach gemerkt. Und es hat schon einen Sport-Team-Charakter, was natürlich ein bisschen auch verpönt ist, wenn man sagt, das ist ein bisschen dieser Club und dann reden sie die ganze Zeit auch nur über Sport und mit den gleichen sozusagen vergleichen. Aber mich hat das total motiviert und ich wusste gleich, ach, das ist ein cooles sozusagen Zuhause für mich, hier wird es nicht langweilig. Und ja, das war eigentlich meine erste Motivation. Natürlich kannst du da gutes Geld verdienen, weil das ist eine Firma, die gute Gehälter zahlt beziehungsweise wenn du lange dabei bist, ja, ich bin ja nach sieben Jahren gegangen, aber wenn du länger dabei bist, ist das wahrscheinlich eine Firma, wo du so viel als Angestellter, ohne unternehmerische Risiken zu übernehmen, wie du es ja jetzt machst oder ich mit meinem neuen Business, als Angestellter kannst du, glaube ich, nirgendwo so viel Geld verdienen wie bei der Firma oder bei vergleichbaren Firmen. Also es ist natürlich auch eine monetäre Komponente dabei, aber die Nummer eins ist wirklich dieses, du arbeitest einfach mit extrem guten Leuten. Das macht Spaß, ja, das macht Spaß. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber jetzt, das ist so witzig, fünf Sachen, die mir gleichzeitig einfallen, aber wieso gehst du dann von Goldman, wo du eine sichere Karriere hast, wo du super viel Geld verdienen kannst, ohne Risiko, dann zum Beispiel zu West Wing, was ein relativ neues Startup ist, wo du dann als Geschäftsführer anfängst? Ja, also mein Punkt war dann, ich war sieben Jahre da und irgendwann flacht die Lernkurve halt ab. Also meiner Erfahrung nach ist, die Lernkurve ist ja am Anfang am stärksten, so drei, vier Jahre ist sie super stark, dann flacht sie ab und dann muss man schauen, wenn man bei einer Firma bleibt, dass man sich wieder neue Aufgabenbereiche sucht, um wieder einen Kicker in die Lernkurve reinzukriegen. Die Lernkurve ist bei mir da sozusagen abgeflacht und es war damals auch eine Zeit, das war ja dann sozusagen nach der Finanzkrise, nach Lehmann, wo die Finanzwelt schon eine ganz schöne Schlagseite gekriegt hat, von der Reputation, sehr viel Gegenwind und da hat mir das einfach nicht mehr so viel Spaß gemacht. Also ich war am Ende einfach die Motivation, das Geld war immer noch da, aber die Motivation war nicht mehr da. Ich bin so ein bisschen reingekommen und dachte so, oh, ja, okay, jetzt nochmal irgendwie da mit dem Kunden telefonieren oder so. Es hat mich einfach, früher hatte ich so eine intrinsische Motivation, da musste überhaupt nicht mein Chef hinter mir stehen und das war, das ist dann einfach verpufft gewesen und ich wollte halt rein in diesen Internetbereich. Mir ging es jetzt gar nicht darum, bei West Wing sozusagen hier schöne Möbel zu verkaufen, sondern ich wollte in diesen Internetbereich rein. Ich habe da halt gemerkt, da ist so eine Flut, die hebt alle Boote. Egal ob du jetzt Möbel oder Autoreifen oder Software oder Online-Brokerage oder was auch immer machst, dieser ganze Software-Bereich, der ist enorm am Abgehen und ich wollte in diese Industrie rein, dann habe ich mit so ein paar Interviews geführt. Eine Sache war, da bin ich sogar nach Russland für geflogen, bin ich nach Moskau geflogen, da war eine Firma, die hat sozusagen das russische Zalando aufgebaut. Die sagt, Mensch, komm zu uns, mach da mit und hab mir dann Moskau mal, was war Moskau? Nee. Musst mal hinfahren. Also ich habe gehört, sehr, sehr schön. Ja, ja, schön. Nur Bilder. Es war einfach einfach lustig, ja. Nee, musst mal hinfahren und genau, dann die andere Sache mit den Leuten, mit denen ich in Kontakt war, war West Wing und die waren damals noch, die waren glaube ich so anderthalb Jahre gerade alt oder zwei Jahre, ziemlich am Abgehen auch und dann hat mich das einfach gereizt und es war eine coole Position, das Deutschlandgeschäft sozusagen mitzuführen und die Gründer haben mich beeindruckt. Was hat dich beeindruckt? Die Gründer und die Gründerinnen, das war ja so ein Team, sind vier Gründer und die Delia Fischer, die Gründerin, sozusagen ja die Hauptperson, die auch den ganzen, den ganzen Style-Bereich da macht und dann der Stefan, der Matthias, der Tim, ich fand das einfach ein sehr, sehr gutes Gründerinnen- und Gründerteam. Da habe ich gesagt, mit denen habe ich Lust zu arbeiten und dann bin ich da hingegangen und ich wäre auch da geblieben. Was hat dich daran beeindruckt? Also mich hat vor allem beeindruckt, das war, wenn du so willst, meine Internetausbildung. Ich habe meine Internetausbildung da gekriegt, komme aus der Finanzwelt. Ich fand die sozusagen auch, die haben jetzt nicht einfach nur gesagt, wir machen jetzt hier einen Amazon für Möbel, sondern die haben einen sehr starken Approach gehabt, die Welt des Einrichtens zu kuratieren. Westfing ist ja nicht, da gehst du ja nicht auf die Seite und sagst, ich brauche jetzt einen Schrank und dann suchst du einen Schrank. Das machen die auch mit den Newslettern ja so. Im Endeffekt ist es quasi wie ein Online-Schaufenster. Wie ein Modemagazin oder wie ein Einrichtungsmagazin, das du klicken kannst. Das ist so ein bisschen die Grundprämisse und das fand ich super spannend. Ja, die Firma war damals, also die ist ja in anderthalb Jahren brutal nach oben geschossen. Die hatten schon über tausend Mitarbeiter, als ich dazu gestoßen bin. Also wahnsinnig am Abgehen. Jetzt kriegst du das Kernmerkmal der nächsten Welle von Internetsachen erfolgreich werden. Also das ganze Kuratieren von allem, Organisieren von Informationen. Ja, und dieses Kuratieren ist auch eine Möglichkeit, um gegen Amazon zu bestehen. Weil rein auf Logistik, Speed und Auswahl ist es ultraschwer, Amazon zu schlagen. Oder eigentlich nicht möglich. Kannst du nicht, Landschaft haben die schon. Die haben sie schon, aber wo du sie noch sozusagen attackieren kannst, ist im Bereich zu kuratieren, den Leuten zu helfen, eine Auswahl zu treffen. Und im Home-and-Living-Bereich ist es halt so, die meisten haben keine Ahnung, was sie da holen sollen, was sie da kaufen sollen. Und da sozusagen eine Vorselektion für sie zu machen, das ist ultra wichtig. Und da hat Westfing eine sehr, sehr gute Nische für sich gefunden. Ich finde es, also ich finde es ein sehr starkes Konzept. Also vor allem das ganze Organisieren von Informationen. Ich meine, wie willst du hinterher kommen? Wir hatten es vorhin, als wir gesprochen haben, mit dem Handy. Drei Millionen neue Apps, nochmal noch mehr Benachrichtigungen, Menschen, die dich irgendwie nerven oder irgendwas von dir wollen. Und dann jetzt auf einmal nochmal irgendwie zu wissen, was ist jetzt das Richtige. Du hast ja irgendwie immer Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, wenn jemand nur dieses Gefühl gibt. Keine Sorge, mein Freund. Wir machen das genauso, es ist gut und genauso, es ist richtig. Und allein dieses Gefühl ist mir schon richtig viel Geld. Ja, ja, ja. Richtig. Richtig. Ja, cool. Und Westfing hast du dann gemacht. Ich hätte mich eingeschissen. Ich hätte gesagt, warum nicht einfach Goldman machen? Du hast Geld, du bleibst da, dann bist du dann, bist VP in Deutschland. Was war da dein Aufgabenbereich? Was du gerade sozusagen angemerkt hast, genau das gleiche hat mein Vater ja auch gesagt. Also der ist Selbstständiger und der hat das nie verstanden, dass ich sozusagen jetzt so einen Job aufgebe. Also der hat mich fast angeschrien am Telefon. Wie blöd kannst du sein, das jetzt aufzugeben? Was soll ich den Leuten jetzt sagen, wenn die mich fragen, was mein Sohn macht? Der verkauft da jetzt bunte Sofakissen oder was? Also der hat ihn überhaupt nicht verstanden. Aber für mich war das halt, ich wusste, das gibt mir eine, ich wusste dieser Internetbereich jetzt mal ganz, ganz breit gesprochen. Der ist richtig für mich und für mich war das der richtige Schritt, obwohl ich sozusagen vom Gehalt, ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen Lebensadvice, mach schon das, wo du sozusagen, ja, wo einfach, wo du für brennst. Und ich bin vom Gehalt, bin ich ja, mein Gehalt habe ich gedrittelt, glaube ich, ja, als ich da hingegangen bin und der nächste Schritt, als ich von West Wing weggegangen bin und die eigene Firma gemacht habe, da bin ich ja noch weiter runter, da sind wir erstmal wieder auf Null gefallen. Wir haben uns am Anfang gar nichts gezahlt, dann irgendwie, ähm, gerade mal ein bisschen so, dass die Lebenshaltungskosten drin sind, aber ich bin immer dahin, wo ich gesagt habe, dass, dass, dass entfacht jetzt ein neues Feuer in mir und, ähm, ja, dem bin ich eigentlich gefolgt. Ich habe da nicht so einen großen Fünf-Jahres-Plan oder Zehn-Jahres-Plan aufgemalt, dass ich gesagt habe, ich will bei Goldman jetzt Partner werden. Das Partner ist sozusagen das Höchste der Gefühle da. Das sind die, denen sozusagen die Firma mitgehört und, ähm, die da den, 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 das richtig große Rad drehen. Das war am Anfang mein Ziel, als ich sozusagen hingegangen bin zu Goldman, dann wandelte so ein Partner da über den Flur. Da gibt es in der ganzen Firma nur so 300 Stück von, oh, oh, der Partner. Und da hast du ganz ehrfürchtig geguckt. Und irgendwann nach, nachdem ich da sechs, sieben Jahre war, habe ich mich gefragt, ist es, willst du jetzt hier nochmal irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre reinhauen mit der kleinen Wahrscheinlichkeit, dass du vielleicht irgendwann Partner wirst. Und das war einfach kein Ziel mehr. Das hat mich nicht mehr so, das hat mich nicht mehr irgendwie morgens groß aus dem Bett gekriegt. Und, ähm, dann war es Zeit, dann war es Zeit zu gehen. Denkst du, dass es so an externen Dingen gelingen hat, wie der Reputation von der Finanzbranche? Oder, weil, ich stelle mir das schon krass vor, diesen Mythos, einer läuft da entlang, ist Partner. Auch, das sind ja hochkompetente, hochenergische Menschen, die dort sind. Also, ich fühle diesen Menschenpunkt extrem, weil auf einmal hast du Leute um dich rum, die so dasselbe Ziel haben wie du und dann seid ihr so im selben Boot. Und dieser soziale Faktor ist teilweise auch manchmal vielleicht wichtiger, als die Sache, um die es geht. Jetzt nicht, dass da um irgendeinen Schwachsinn geht oder so, aber das ist, glaube ich, ein sehr schönes Gefühl. Und dann, ähm, bei, bei, bei West Wing, das alles aufzugeben, ich finde es ein sehr ballsy Move. Also, wir saßen da, haben das vorbereitet und ich habe das so angeguckt, ich war so, Alter, krass, Mann. ich, also wirklich war da und hab, krass, der geht ja jetzt hin, das ist jetzt, West Wing ist heute groß, aber damals waren die ja nicht so groß. Und es war, also, im, im Nachhinein war es auch die, ähm, die schwerste Entscheidung, die ich in meinem Leben sozusagen, äh, gefällt hab, ne? Also, klar, es gibt, jetzt will ich mich gar nicht um eine Stufe gehen, weil du dribbelst es gerade so, als wäre es so, ja, ich bin eines morgens aufgestanden und dann war es. Es war nicht, mir ging's, mir ist, ähm, ist das superschwer gefallen und, natürlich ist, es gibt Menschen, die haben in ihrem Leben viel, äh, härtere Entscheidungen treffen müssen und unter viel schwierigen Umfällen. Ich war, hatte immer Glück gehabt, bin im Land geboren, ohne Krieg und das Ganze, also sozusagen, das mal als Vorbedingung. Deswegen nehme ich mich immer so eine Stufe zurück und sage, du, es gibt Leute, die haben ganz andere Entscheidungen treffen müssen. Bei mir ging's um einen Job. Aber nichtsdestotrotz, sozusagen, innerhalb meiner Welt war das, ähm, also ich hab mit mir da gerungen, äh, Tag und Nacht, konnte nachts nicht schlafen und das Allerhärteste war es damals, meinem Chef zu sagen, mit dem ich, äh, eine sehr gute Beziehung hatte, ähm, und immer noch habe, ja, dem, dem Philipp Holzer, der ist jetzt, äh, Aufsichtsratsvorsitzender bei Eintracht Frankfurt, sozusagen, ist in den Sportbereich gegangen, gewissermaßen, dem das zu sagen, dass ich kündige, weil der hat mich immer sehr promotet und, ähm, ähm, da anzuklopfen und ich weiß noch, ich hatte mir überlegt, okay, genau wie ich es ihm sage und, äh, das ist alles vorformuliert in meinem Kopf und ich klopfe so an sein, an sein Büro, die haben alle so Glasbüros bei Goldman, ja, ähm, klopfe so an sein Büro, äh, du Philipp, hast du, hast, hast du mal kurz, äh, fünf Minuten? Er guckt mich an, ja, und sagt, Pozzo, du kündigst doch doch nicht, oder? Ja, er hat sofort im Gesicht gesehen, die haben immer so Spitznamen benutzt, Pozzo, und er hat gesagt, Pozzo, wehe, du willst kündigen, ne, hat mir das im Gesicht schon angesehen, und ich so, ja, Philipp, ich gehe gar nicht zu einer anderen Firma, aber ich will da Internet und so, und dann, okay, das war ultra hart, aber er hat dann halt auch gesagt, nee, Reisende soll man nicht aufhalten, wenn das dein Herz sagt, dann mach das, aber, ähm, danach war es ein großer Relief, aber, ähm, nee, da wegzugehen ist schon, war eine harte, weil, wenn du Wirtschaft oder gerade Finanzen studierst, die ganze Welt versucht, da reinzukommen in die Firma, und du schmeißt das sozusagen weg, wenn du so willst, das war tough, ja. Ja, das, ich war gerade so beeindruckt von, beeindruckt und irritiert, wie einfach dir das gefallen ist, äh, aber, nee, ich versuche es nur so nachzuempfinden, weil, es sind so viele Leute, die da rein wollen, das ist, dann hast du ganz viele Leute dort, um dann in was Ungewisses reinzustützen, und so wie dein Vater reagiert hat, also ich hätte richtig Schwierigkeiten gehabt, sowas zu machen, also krass, krass, krass. Und, was, was mich interessiert ist, das sind ja zwei unterschiedliche Philosophien, also was hast du bei Goldman gelernt, was du jetzt anwenden konntest bei West Wing, und was hast du bei West Wing gelernt, oder womit bist du vielleicht auch mit so Goldman-Glaubenssätzen, vielleicht auch auf die Schnauze gefallen bei West Wing? Mhm, mhm, ist eine sehr gute Frage, also, ich kann mit West Wing mal beantworten, und dann sprechen wir wahrscheinlich auch noch über Scalable, die Firma, die ich danach, oder jetzt mitgegründet habe, Hauptgegenstand, Hauptgegenstand meines Lebens, weil da kann ich sozusagen ja sehr, sehr viel wieder anwenden, weil das auch im Finanz- und Trading-Bereich tätig ist, aber bei West Wing der Zwischenschritt, also die, war ja auch kurz eigentlich, genau, anderthalb Jahre war ich da nur, ich meine, es gab manche sozusagen einfach ganz händische Sachen, die ich mitbringen konnte, so Wachstumsfirmen sind immer am Fundraisen, das bedeutet, du rennst eigentlich zu Venture-Capital-Investoren hin, gibst denen Anteile ab, dafür kriegst du Geld von denen, sozusagen, also gibst neue Eigenkapitaleinheiten aus, kriegst Geld von denen, und da war ich von Anfang an eigentlich sehr stark involviert, weil ich so ein bisschen der Finanzbanker-Typ halt war, und da konnte ich natürlich meine Erfahrungen einbringen, das größte Disconnect war, dass du bei Goldman, und das ist mir dann eigentlich erst aufgefallen, du lernst es nicht richtig, Leute zu managen, weil, und ich dachte aber, ich wäre irgendwie, ja so Selbstbewusstsein, ich wäre so naturgemäß, bin ich ein geiler Manager, und dann habe ich einfach eigentlich rausgefunden, nee, du kannst eigentlich gar nicht Leute managen, weil bei Goldman ist es so, die Leute sind, A, sind die Teams gar nicht so groß, ja, und B, sind die Leute alle, die sind sehr, sehr, sehr gut ausgebildet, smart, und auch sehr, sehr, sehr selbstmotiviert, also bei Goldman Managen ist es so, wenn du jetzt bei meinem Team arbeiten würdest, dann, Gabel, komm mal rein hier ins Büro, ja, zack, wir müssen mehr Geld mit Versicherung verdienen, und dann sagst du, okay, habe ich verstanden, ja, okay, okay, Chef, so, und dann gehst du raus, und dann überlegst du dir halt, okay, mehr Geld mit Versicherung, wir mussten dann anhauen, okay, die Allianz um die Ecke, und zack, dann suchst du die Person raus, und machst dir eine Intro, und dann ein halbes Jahr später sprechen wir wieder, und sagst, warum wir kommen jetzt, und dann sagst du, ja, hier, wir konnten den und den Deal machen, also, ein bisschen vereinfacht ist es, aber so läuft der Hase da eigentlich, ja, also, du kriegst so grob Ansagen, und dann laufen die Leute halt, die machen sich, die machen sich selber ihren Reim, ne, geil, ich wünsche, es wird alles so laufen, so, pass auf, und dann kommst du in eine normale Firma, oder eine Firma, die größer ist, wo viele junge Leute auch arbeiten, Westfing, Altersdurchschnitt war ultra jung, ja, ja, und da versucht das mal, ja, da habe ich mir ja dann überlegt, pass auf, du musst irgendein Ziel, irgendein Vorhaben haste, dann habe ich mich hingesetzt am Wochenende, da eine saubere E-Mail rumgeschickt, geschrieben, an alle rausgeschickt, zack, auf senden gedrückt, und dann dachte, okay, so, jetzt lesen die Leute ja die E-Mail, da steht da drin, was wir vorhaben, da steht da drin, was ich denke, was sinnvoll ist, und dann läuft das, okay, irgendwie ein paar Monate später, okay, die Leute haben die E-Mail nicht gelesen, oder nicht richtig verstanden, oder haben sie gelesen, und verstanden, hatten aber keinen Bock, das so richtig umzusetzen, also hast du einfach auch immer gemerkt, und das soll jetzt gar nicht irgendwie, gegen die, wer da weiter da sein, aber du hast einfach gemerkt, der Hase läuft ja anders, jetzt musst du mal richtig, jetzt musst du mal richtig managen, das richtig anfassen, und um ganz ehrlich zu sein, ich bin da bei Westfing dann schon besser geworden, als Manager, glaube ich, aber ich bin nach wie vor eigentlich kein guter Manager, also man muss so ein bisschen immer reinschauen, wo ist meine perfekte Rolle, und ich bin ja nicht alleine bei unserer jetzigen Firma, sondern Mitgründer und andere Manager, weiß ich, glaube ich, man muss einfach authentisch zu sich sein, was kann ich gut, und wo bin ich einfach, wo könnte ich gut oder mittelmäßig werden, wo bin ich aber nicht Weltklasse, und ich glaube, was ich sehr gut kann, ist, ich kann sehr gut Leute motivieren, und mit Leuten motivieren, meine ich Mitarbeiter, Mitarbeiter, also Mitarbeiter erkennen, einstellen, motivieren, dass sie zu uns kommen, mit Kunden sprechen, motivieren, dass sie bei uns Kunde werden, mit anderen Stakeholdern, Investoren sprechen, BlackRock Tencent sprechen, dass sie bei uns Investoren werden und uns Geld geben, mit Journalisten sprechen, das kann ich, glaube ich, sehr gut, das fällt vielleicht eher in die Kategorie sozusagen Leadership, weil Leader und Manager ist nicht das Gleiche, aber Manager-Manager, Prozesse vorzuselektieren für die Leute, kann ich nicht, kann ich nicht, da habe ich auch zu kurzer Attention Span, in so Meetings, nach ein paar Minuten, wenn ich merke, okay, es geht nicht ums Produkt, und es geht nicht um Kunden, und es geht irgendwie nicht um eine coole Vermarktungssache, dann geht mein Kopf schon auf andere Sachen, ja, kann ich nicht, kann ich nicht, und da musst du halt schauen, dass du innerhalb deiner Firma jemanden hast, der das sehr, sehr gut kann, und dass man sich das nur so wirst, erfolgreich. Wie war das dann bei Goldman? Wie ist das bei dir? Genauso, wie du es gerade beschreibst, also lustigerweise, wir sind, also der größte Segen meines Lebens war, jetzt quasi Operations an den COO abzugeben, und das, ich bin, also ich habe auch gar keine Ahnung. Den kannst du auch abgeben, das ist auch wichtig. Da muss ich dich an so einen Interviewausschnitt von dir auch erinnern, dass du damit auch manchmal Probleme hast. Nee, das ist mein größtes Problem, das habe ich hier auch dick und fett mir aufgeschrieben, weil ich dich fragen wollte, wie du damit umgehst, damit ich hier vielleicht auch was lerne, weil ich habe da wirklich manchmal Probleme, wesentlich von unwesentlich zu unterscheiden, weil für mich irgendwie alles sich wie alles oder nichts anfühlt manchmal. Wenn ich jetzt eine ruhige Minute habe, dann weiß ich, was unwesentlich ist, aber weißt du, du hast dann das Gefühl, du lässt Leute im Stich, oder Ich weiß, was du meinst, ja. Aber was, also, was diese ganze Geschäftsführungs- und Management-Sache angeht, boah, also, du hast mir gerade aus der Seele gesprochen, also, dieser Konflikt beispielsweise, allein schon zu sagen, ey, ich muss jetzt das managen und sonst kann das niemand anders, weil niemand versteht, was ich jetzt hier quasi an Visionen habe und dann sagst du, komm, das machst du jetzt noch. Jetzt machst du noch ein Jahr, machst du noch Management und dann hast du genug Geld, dann holst du irgendjemanden, findest du irgendjemanden, der das irgendwie kann, perfekt und so. Und dann schiebst du das immer weiter vor dir her, bis du irgendwann merkst, du bist maßlos überfordert und du verlierst halt eine ganz wichtige Fähigkeit, in die Zukunft zu denken. Und das ist, glaube ich, das, was mir zumindest naheliegend ist und irgendwie Spaß macht. Ich mache da viel, also, für mich ist da meine Fantasie wahrscheinlich das Wertvollste, was ich habe. Und dann das Interesse für, okay, was kannst du verändern, was kannst du machen, wie du es jetzt sagen würdest, Produkt, Kunde, Marketing, das ist so mein Ding. Und alles andere, wie du das jetzt machst und wie du jetzt dein Projektteam organisierst und ob der jetzt Grafik macht oder der jetzt Entwicklung oder der jetzt Produktion, ist mir persönlich scheißegal. Also, wenn ich jetzt mit den Leuten einzeln rede und die auf mich zukommen mit dem Wunsch, dann finde ich es cool, weil es wieder mit Menschen zu tun hat. Aber ein Organigramm jetzt zu sehen und zu sagen, so, 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 machen wir das, dann sage ich dir, interessiert mich zehn Minuten, dann habe ich es verstanden und dann, also die Arbeit dran, die macht keinen Spaß. Nee, das ist, ich glaube, es ist ein schmaler Grad, sozusagen, sich abgeben und manche Sachen aber auch nicht abgeben und bis zum Letzten wirklich dabei zu bleiben. was ich damit meine, ist das Folgende, also, gib die Sachen ab, die für das Kernprodukt, für den Kernauftritt, für die Kernwahrnehmung beim Kunden nicht so relevant sind oder die auch leicht umkehrbar sind, wenn sie in die falsche Richtung laufen. Ja, weil viele Entscheidungen im Business sind umkehrbar, sind auch relativ schnell wieder umkehrbar. Ja, das hat dann vielleicht Geld gekostet, falsche Büro angemieteten Dings, oh scheiße, jetzt sind wir im Mietvertrag, ich mache jetzt irgendwelche aus dem Bauch raus, irgendwelche Beispiele, hat dann Geld und Zeit gekostet, aber ist fürs Kernprodukt nicht relevant, gib das, gib das komplett ab an Leute. Aber die Kernsachen, da finde ich schon sozusagen diese Founder-led Companies, wo der Gründer immer noch an der Spitze ist, ja, die zeichnen sich schon da aus, dass der, der oder die Gründerin vieles abgibt, aber bei den Kernsachen schon dabei bleibt. Also alles, was das, wenn du ein starkes Gefühl beim Produkt hast, wenn du sagst zum Beispiel, hier, wir haben jetzt die neue Kollektion und irgendwas, ihr habt mir jetzt alle erzählt, ich soll doch dieses Garn einkaufen und das ist besser und das Gleiche, aber ich ganz ehrlich, ich habe irgendwie, ich habe nochmal drüber nachgeschlafen, ich habe es nochmal angefasst, ich finde es einfach nicht so geil, ich finde es einfach nicht so geil, oder nein, das Logo, ich kann mich damit nicht anfreunden, ja, ihr habt mir Marktstudien gezeigt, neun von zehn aus der Fokusgruppe haben gesagt, das ist gut, nee, mir passt das nicht, lass dich da nicht abbringen, weil das ist wirklich, das ist der große Vorteil von Founder-Led Companies, dass du die im Kernprodukt, wenn du da ein gutes Gutfeeling hast, da bleibt wirklich, und auch wenn sie dich als Micromanager beschimpfen, wenn du da eine starke Meinung hast, lass dich da nicht abbringen, aber andere Sachen, die nicht beim Produkt so vorne dran stehen, ja, oder die auch leicht umkehrbar sind, das gibt komplett ab und schau da gar nicht mehr drauf. Macht das Sinn, was ich sage? Das ist extrem gut, ich habe mit einem guten Kollegen von mir, der auch quasi das Projektmanagement leitet, der hat mir genau dasselbe gesagt, was du gerade gesagt hast, nicht so klar, aber einfach nur gesagt, Junge, verpiss dich einfach aus den Angelegenheiten, wo du weißt, dann hast du halt mal irgendwie zwei, fünf, zehn Tausend Euro für ein Kack-Design ausgegeben, aber dann siehst du es und dann ist es scheiße, aber dann hast du Speed auf die Sache und du musst nicht deinen Kopf ficken. Genau. Und das ist, ich weiß nicht, das sind so viele intuitive Dinge, die man irgendwie lernen muss, weil man hat nicht diese Basis, die man sonst hat und sagt jetzt, ja, das ist jetzt hier meine Aktion, die ich habe und so richte ich das jetzt alles aus und mache es einfach. Aber das ist schön, das zu hören. Ja, das ist, ich meine, dieser ganze Bereich und ich will mich überhaupt nicht hinstellen und sagen, ich habe da ausgelernt, aber ich habe, du hast, man kann so, so, so viel lernen in diesem Bereich, also A, was die Fokussierung innerhalb der Unternehmen angeht, dann eine Sache, die ich nur jedem empfehlen kann, der irgendwie gründet oder neu in so eine junge Firma geht, wo man viel Verantwortung kriegt, ist, du bist ja dauernd in Verhandlungspositionen, ja, du verhandelst mit Mitarbeitern, du verhandelst mit Suppliern, du verhandelst, und verhandeln kann man lernen, aber kaum einer nimmt sich mal, also ich hätte, hätte mir das jemand gesagt, nimm dir einen Verhandlungscoach oder wenn du keinen Bock auf einen Coach hast, es gibt auch super gutes Material online, muss man sich mal ein bisschen reinfuchsen, da wird auch viel Müll erzählt, aber es gibt bestimmte Verhandlungstricks, die man lernen kann, ja, oder Verhandlungshilfen, die dir einfach helfen, ja, da gibt es ja diese bestimmten Bezeichnungen, weil sie anchoring, also ein Anker nach oben oder unten rein, je nachdem, ob du etwas runter oder hoch verhandeln willst, es gibt einfach Verhandlungstricks, du lernst, und das wirst du, bis zur Zeit deines Lebens wirst du immer in Verhandlungssituationen kommen, und kaum einer hat sich mal die Mühe gemacht, da mal eine anständige Ausbildung zu machen, ich finde das ultra wichtig, ich kann dir auch noch einen Geheimtrick verraten, wenn du willst, das verrate ich mir, ist natürlich doof, dass wir den jetzt hier on tape haben, aber so viele Leute schauen ja gar nicht zu, nee, also letztes Jahr habe ich Verhandlungen gelernt, Gott sei Dank, ungefähr, ein super Verhandlungstrick ist Stille, ja, und zwar, wir sind jetzt irgendwie am Verhandeln, noch besser sind wir, wenn wir irgendwie am Telefon sind, ich will was, du gibst einen anderen Preis, du sagst, nein, kann ich für den Preis nicht machen, und danach, die Leute sind immer geneigt dazu, sehr schnell dann zu antworten, ja, und dann auf ihre eigene Position vielleicht sogar dann wieder, ja, okay, wenn wir da nicht hinkommen, noch nachzubessern, du schlägst was vor, die Gegenseite sagt, nee, können wir nicht machen, wir müssen da und da handeln, und dann einfach mal den Mund halten, und für so lange, bis die andere Partei antwortet, und das ist super unangenehm, das fühlt sich so ganz unnatürlich an, wenn auf einmal so stille ist, man hat dann real, mir chokt es dann fast zum Hals, weil ich auch mal quatschen will, und ich sage dir, mit 99% der Wahrscheinlichkeit, antwortet die andere Partei, weil diese Stille einfach nicht aushält, und fängt dann an, auf ihrem eigenen Vorschlag selber sich nachzubessern, ja, also okay, dann, wir müssen ja da nicht ganz, und so, also probiere das mal aus, Stille in Verhandlungen ist, finde ich, ein super powerfules Tool. Das war das, was ich hier letztes Jahr lernen musste, ich war immer sehr, ich war immer, ich dachte immer so, hey, verhandeln, da kommt jemand, der sagt mir einen Preis, das wird ja schon fair sein, der hat das dir durchdacht, ich gehe auch nicht zu irgendjemandem und gebe dem freche Preise und so, dann ist der Mann, den du vorhin gesehen hast, der hat zu mir gesagt, guck mal, Junge, die ficken dich alle nach Strich und Faden, du bist zu nett, komm, ich zeige dir jetzt, wie das geht, und der Typ verhandelt wie ein Psycho, das ist wirklich, dem macht das aber auch Spaß, das ist glaube ich auch nochmal so eine Sache, du musst, also wenn du jemanden hast oder kennst, dem es Spaß macht zu verhandeln, die meisten Menschen macht keinen Spaß, macht keinen Spaß, und der verhandelt, egal ob das jetzt, keine Ahnung, 50 Kilometer Stoff sind, oder ob das jetzt eine Speicherkarte ist beim Saturn, der fängt an, steht der Anateke, genau, und dann habe ich noch den Coupon hier ausgeschnitten, und das ist, das hört sich jetzt so ein bisschen kleinkariert an, aber so ein bisschen das, um sich abzusichern gegen so ein bisschen ein paar Predators, die so wirklich versuchen, auch teilweise echt ekelhafte Forderungen durchzusetzen, sich auch dagegen zu schützen, und auf der anderen Seite, was ich halt immer mache, ich versuche das nachzurechnen, dann weiß ich, okay, was hat der jetzt für eine Marge, ist ja keine Sünde, eine Marge zu haben, aber wenn ich jetzt einfach ganz, also ich bin immer Freund von Argumenten und Plan B bei einer Verhandlung, weil wenn ich weiß, ich habe eine andere Position, dann kann ich auch ohne Herzrasen schweigen, und das, was mir da aufgefallen ist, Das ist aber eh smart, das so zu trennen, du hast dann, weil du bist ja, ich kenne es deine genaue Firmenstruktur ja nicht, aber ich schätze mal, du bist sozusagen ja letztendlich so der ultimative dann Entscheider, und das ist gar nicht so gut, wenn mit dir verhandelt wird, sondern du hast eine Position davor. Dann kannst du mal eine Zwischendistanz. Dann kann der andere zum Beispiel dann immer sagen, oh, da muss ich aber, irgendwann muss ich nochmal mit dem Tim sprechen, tut mir leid, der Tim hat, obwohl er gar nicht mit dir quatscht, du, der Tim hat gesagt, no way, da kommen wir nicht hin, ja, und das baut eine Zwischendistanz ein, das ist auch noch, das ist auch eigentlich ein sehr, sehr guter Mechanismus, ja, also, das machen die immer, da muss ich noch mit dem Ding reden und so. Und es hängt natürlich davon ab, verhandelst du mit Leuten, die wirklich jetzt, sag ich mal, so eine Gegenpartei sind, was ich da versuche, dir irgendeiner was zu verkaufen, und es gibt ja auch manchmal Situationen, wo du mit Vertrauensleuten verhandelst, ja, mit Mitarbeitenden, Verwandten, Investoren, mit denen man seit Jahren schon zusammenarbeitet, und da ist, interessanterweise, meine Erfahrung, dass ich eigentlich eher Folgendes mache, das hat sogar einen Namen, dieser Verhandlungsmechanismus, der heißt so, auf Englisch, put the pistol in the other person's hand, ja, und zwar, dass du einfach sagst, pass auf, sag du mir, was du als fair empfinden würdest, ja, wenn wir jetzt sagen mal, wir wären super alte Buddies, und es geht um irgendwas, und wir müssen uns trotzdem irgendwie einigen, sag ich, weißt du was, ich habe gar keinen Bock mit dir hier Bazar zu spielen, dafür kämen wir uns so lange, sag du mir, was du fair empfinden würdest, ja, und dann machen wir das, den Preis, den du sagst, das machen wir, du erzählst damit gute Ergebnisse, du erzählst damit gute Ergebnisse. Das habe ich tatsächlich bei einer neuen Sache, die wir gemacht haben, genauso gemacht, aber nicht, weil ich jetzt dachte, das ist eine gute Taktik, sondern weil ich dachte, ey, dann brauche ich gar nicht diesen Prozess durchlaufen, ja, und ich muss sagen, mir macht das jetzt, mir macht es nur Spaß, wenn es Arschlöcher sind, also wenn ich weiß, das fühlt sich jetzt gerecht an, gegen den zu verhandeln, aber ansonsten ist es für mich mittlerweile das Verhandlung, ob es mit Mitarbeitern ist oder mit allen anderen Leuten, finde ich es einfach wichtig zu, es ist ja ein gemeinsames Ziel, im Endeffekt kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, es können ja beide, also der eine will Marge machen und will ein gutes Geschäft haben und es bringt ja auch mir nichts, wenn ich den jetzt irgendwie dumm runterdrücke und der dann zwei Monate später merkt, dass seine Rechnung nicht aufgeht und ich dann irgendwie, keine Ahnung, meine wahre Scheiße geliefert bekomme, weil er sich den Transport nicht leisten kann, also so irgendwann. Weil du mit den Leuten ja immer mehrmals zu tun hast. Genau. Und je stabiler das ist, setzt den fest und dann irgendwann, irgendwann aber kriegt man auch, glaube ich, ein Gefühl dafür. Also ich finde immer, wenn die Basis des Verhandlungsgegenstandes nicht so ganz klar ist, also wenn zum Beispiel nicht weiß, wie der rechnet oder so, dann ist es immer so ein bisschen unangenehm, aber das versuche ich immer irgendwie mir anzueignen, dass ich weiß, okay, wie macht er das jetzt und am Ende des Tages, jetzt gebe ich das auch ab. Also selber, das war auch so, ich dachte, jetzt muss überall im Verhandeln drin sitzen, weil ich so scheiße war darin früher, jetzt muss ich es lernen und jetzt, das ist jetzt Big Business Boy Shit, weißt du, das muss ich immer auf den Tisch hauen. Ja, ja, richtig. Und dann merke ich aber gut, jetzt habe ich irgendwie hier, keine Ahnung, drei Prozent, zehn Prozent verhandelt, whatever und habe ich eine neue Idee? Nein, das ist okay, das ist wie so ein bisschen Hygiene, aber du bist, also das ist nicht das, was dir die Existenz morgen sichert. Ja, ja. Kann sie aber vermasseln. Ja, kann sie vermasseln, ja, ja. Interessant. Ja, es spiegelt sich in allen Businesses wieder, egal ob du jetzt irgendwie Fintech-Apps machst oder bist im Fashion-Bereich unterwegs, ja. Wie? Du hast, West Wing hast du jetzt durch als Station und dann sagst du, okay, du hast gemerkt, du bist jetzt vielleicht nicht der beste Manager, was ich gerade sehr sympathisch fand und weil, also nur kurz dazu, weil ich glaube, das ist so ein Ding, das ist ja nicht so, ich kann jetzt nicht irgendeinen Homey anrufen und sagen, ey, guck mal, ich bin hier in dieser Rolle des Geschäftsführers, ich weiß eigentlich gar nicht, was das ist, gleichzeitig bin ich auch Inhaber und ich mache jetzt das, 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 das und das. Ich fühle mich ein bisschen verloren manchmal, obwohl ich eigentlich weiß, was ich kann, aber gleichzeitig ist das sehr, sehr viel und muss ich jetzt managen, muss ich jetzt dies, muss ich jetzt das, worauf muss ich mich eigentlich konzentrieren, wie werde ich wahrgenommen von Mitarbeitern und anderen Leuten und diesem ganzen unsichtbaren Gefängnis an Zwängen, was man irgendwie so mit sich rumschleppt und dann ist es halt witzig, von dir sowas zu hören, weil du so ein bisschen Gedankengänge, die man halt selber hat, die man im Selbstgespräch mit sich hat, halt gerade sagt, also darüber sprichst, es ist halt selten, dass Leute solche Erfahrungen haben, deswegen fand ich es halt übelwitzig gerade. Es ist, ich weiß genau, was du meinst, es ist gar nicht so selten, es ist bloß selten, dass die Leute darüber sprechen, ja? Ja? Und zwar, also was mir sehr geholfen hat, ist, dass man sich irgendwann so ein Netzwerk baut, ich wohne jetzt, ich wohne ja in Berlin und da wohne ich jetzt auch voll in dem Mikrogründerkosmos, also wenn ich bei mir um die Ecke laufe, bin ich da, Torstraße, da musst du nur mal schauen, wer hat weiß die Sneaker an, okay, ein Startup-Gründer, so, also ein bisschen klischeehaft fast, aber da habe ich mir so ein Netzwerk an Gründern zusammen, die, es gibt auch viele, die einfach nur daher quatschen, ja? Aber wo ich finde, wenn du mit denen sitzen kannst, kannst du authentisch reden, kannst du ehrlich sein, ja? Ich glaube, was die jungen Leute Real Talk nennt. Ja, Real Talk, ja? Und die einfach mal selber auspacken, weil du wirst dich wundern, was für enorm erfolgreiche Leute, ja? Mit, die haben, es gibt ja jetzt ein paar von denen, die Milliarden-Businesses aufgebaut haben, wie die dann doch, wenn sie ehrlich sprechen, von ihren, sozusagen von ihren Schwächen. Und das finde ich gut, weil dann, weil du denkst ja immer, oh Gott, oh Gott, ich bin ja der Einzige, der irgendwie vielleicht diese Zweifel oder Selbstzweifel hat und alle anderen sind Ober-Highflyer und kriegen das immer alles gebacken. Das ist, so ist es nicht. Du siehst ja eh nur, was in der Presse meistens porträtiert wird, siehst du eh immer nur die Shiny Days, ja? Und deswegen, mir hat sehr geholfen, also was ich eigentlich sagen will, ist, such dir dein Netzwerk an Unternehmern und da brauchst du ein bisschen rauszufinden, wer quatscht einfach nur oder wer ist auch mal bereit, sozusagen mal ehrlich, authentisch mal auszupacken. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, dass man da eigentlich sieht, nee, am Ende, am Ende strugglen die alle mit ähnlichen Sachen, ja? Und das, das lässt einen dann wieder ein bisschen komfortabler in seiner eigenen, in seiner eigenen Haut werden. Ey, krass. Ja, da bin ich leider in Stuttgart vielleicht an einer falschen Adresse und auf der anderen Seite, komm mal ab und zu nach Berlin, dann führe ich dich da mal rum. Ich meine es ernst, ich würde echt kommen. Was, komm her, komm her. Mir wäre das unangenehm, kommst du dich jetzt hier. Kommst du mal schon nach Berlin? Bist du mal schon nach Berlin? Oder bist du hier in deinem Hut dann immer nur? Also das Witzige ist auch, weil du mich ganz sehr gefragt hast, wir reisen und so, also so der Joke hier ist, dass ich halt aus Stuttgart-West nicht rauskomme. Aber nee, ich würde tatsächlich, also ich meine es ernst, ich würde echt kommen, weil ich finde das, komm, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt irgendwelche Leute, die jetzt in derselben Situation sind, bist du ja nicht mal ein Psychologe, dass ich jetzt komme und so, oh mein Gott, ich habe jetzt hier, 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 weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich finde das tatsächlich sehr, sehr krass, weil du dadurch, du sagst, du wirst komfortabler in deiner eigenen Haut, aber du wirst auch wesentlich effektiver, weil das so ein bisschen wie der Sportvergleich, auch wenn die ein bisschen dumm klingen manchmal. Du weißt halt, was deine Rolle ist, weil du lebst, glaube ich, in so einer Führungsposition immer in so einer undefinierten Rolle, die auch stark von der Teamdynamik irgendwie miteinander abhängt, weil das ist so ein, ne, das ist so wie ein Organismus. Und dann sucht man sich, glaube ich, also natürlich auch manchmal die Dinge aus, in denen man scheiße ist, weil man ehrgeizig ist und sagt, das will ich auch noch können, das will ich auch noch können. Und erst wenn ich das kann, dann verstehe ich es und dann kann ich es auch erst delegieren. Und dann beißt du dir manchmal ein Ding die Zähne aus, wo du sagst, dieselbe Denkweise stimmt, lass halt nur einen anderen machen. Und dann finde ich es auch interessant, wie man sich da organisiert und so. Also ich musste lange mich durchregen, dass ich so auch das mal verteile alles von einem Geschäftsführer auf, du machst Finanzen, du machst Operations, du machst Operations für Software, du machst Produktion, du machst Entwicklung, du machst Marketing und so weiter. Aber du bist ja auch noch ein super junger Typ. Also in deinem Alter, da habe ich gerade bei Goldman da irgendwie so ein paar Trades in die Tasten gehauen. War nur für mich selbst verantwortlich. Also so schnell in diese Rolle sozusagen geschmissen zu werden, ist natürlich auch, ist auch mega krass. Keine Ahnung, geht immer besser. Nee, nee, nee. Das ist ja der Anspruch, den man hat, aber wenn du dann mal in meinem Alter bist, dann schreibst du da die große Manager-Romane. Dann hast du es alles. Dann hast du es alles verstanden. Krass. Nee, ich finde es krass spannend. Das interessiert mich echt. Ich habe auch, was ich auch heftig fand, war die Konstellation, in der ihr euch dann quasi zusammengefunden habt, um auch zu gründen. Das interessiert mich nämlich auch, wie, also West Wing auf dann wieder Scalable. Und Scalable jetzt, für alle, die es vielleicht nicht wissen, Scalable ist jetzt mit über 1,1 Milliarden bewertet worden. Was krass ist. Glückwunsch dazu. Aber viel krasser als das ist jetzt noch, was man noch in der Zukunft daraus machen kann. Ihr habt im Endeffekt einen riesengroßen Robo-Broker, also einen Robo-Advisor. Ja, genau. Ich kann gleich mal erklären, was wir so machen. Genau, Robo-Advisor und Broker ist das andere. Also, wenn ihr Trade Republic kennt, wahrscheinlich jeder und ihr seid mehr oder weniger die Zweitgröße. Genau, richtig. Und ihr macht zusätzlich noch Robo-Advisory. Genau, genau, genau. Also, wir sind eigentlich, die Firma haben wir vor sechs Jahren gegründet und dann, wie das Ganze zustande gekommen ist, kann ich gleich mal erklären. Also, meine Mitgründer waren ja auch von... Habt ihr 2014 oder 2015 gegründet? Wir haben Anfang 2015 die Firma gegründet und dann sind wir Anfang 2016 an den Markt gegangen, sozusagen dann, also den Launch dann richtig gemacht. Und gestartet sind wir als Robo-Advisor, das ist letztendlich rein auf ETF fokussiert, also eine App oder eine Software, die dir ETF-Portfolien zusammenstellt und diese auch managt für dich. Und ich glaube, ihr habt schon öfter auch immer hier über ETFs gesprochen. Hat schon B2B-Kunden von dir hier. Ja. Der Gerd Kommer. Ja, Gerd Kommer, ja klar. Der hat doch einen Robo-Advisor. Ja, ja klar. Der basiert auf eurer Plattform. Ja, guter Mann, guter Mann. Das ist ja der ETF-Papst. Ja, genau. Immer ETFs und... Das ist ja der ETF-Papst. Konservativ. Ja, konservativ, genau. Und damit haben wir angefangen. Dann haben wir eine zweite Säule hinzugefügt, die man jetzt gar nicht so in der Presse gesehen hat. Das ist ein B2B-Geschäft, wo wir, wie für den Gerd Kommer letztendlich, der Gerd Kommer ist bekannt, der hat gute Anlagestrategien. Viele Leute sagen, Mensch, ich möchte gern, dass der mein Geld verwaltet. Er sagt aber, ich kann das nicht, ich kann das jetzt nur für extrem wohlhabende, sozusagen eins zu eins in der Beratung machen. Ich brauche eigentlich auch einen Robo-Advisor, also eine App, wo ich meine Anlagestrategien in Software-Code gieße. Wir sprachen ja vorher mal drüber. Also die Ideen, die ich habe, wie ein Portfolio aussehen muss für verschiedene Risikoklassen. Ihr gießt das für mich in Software-Code, Scalable Capital. Ihr baut das alles für mich. Und dann gehen die Leute auf die Webseite und können sozusagen mit eurer Software meine Strategie sozusagen angelegt bekommen. Das ist das B2B-Geschäft, was wir haben. Da arbeiten wir mit Gerd Kommer, da arbeiten wir aber auch in Deutschland mit der ING, früher ING-DiBa zusammen, mit Engler, mit Barclays, mit der Raiffeisengruppe. Da haben wir also große Bankengruppen und das ist ein Software-as-a-Service-Geschäft. Da sprichst du mit großen Finanzinstituten meistens und arbeitest mit denen. Und das neueste Business, was wir jetzt haben, das, was auch am krassesten wächst aktuell, von der Geschwindigkeit einfach, ist, letzten Sommer haben wir dann einen Neo-Broker gelauncht. Also du hast jetzt Trade Republic, das ist unser großer Konkurrenz in dem. Ich habe mir Scalable auch runtergeladen. Genau, richtig, genau. In dem Bereich, genau, in Amerika wäre das Robinhood beispielsweise, also ein Broker. Was macht der anders als andere Broker? Weil ich meine, du kaufst da auch die Amazon und das ist die gleiche Amazon-Aktie, die du auch woanders kaufst. Aber es ist A von der Benutzbarkeit anders, es ist deutlich besser, schöner, einfacher mit dem Fokus auf Benutzbarkeit und Mobiltelefon. Und der zweite Punkt, ist es deutlich günstiger. Also der typische Preis beim normalen Broker, wenn du komm direkt oder sowas kaufst, ist halt eher so 10, 20 Euro pro Trade. Bei den Neo-Brokern kostet es entweder 1 Euro pro Trade oder sogar, wir haben so eine Flatrate, 3 Euro pro Monat. Ah, ich bin 5 sogar. 5, wenn du monatlich kündigen willst, wenn du die Jahresabon nimmst. Das heißt, ich wäre günstiger dran mit Scalable, aber dieses, das ist eine, das wollte ich fragen, wieso habt ihr Monatsgebühren? Ja, wir haben halt diese Monatsgebühr genommen, weil wir gesagt haben, wir glauben, dass dieser Gedanke, dieses, ich nenne es mal die Spotify-Risierung oder die Netflixisierung auch in dem Brokerage-Bereich stattfindet. Was meine ich damit? du bezahlst nicht mehr für einen einzelnen Song und du bezahlst auch nicht mehr für einen einzelnen Film, sondern du hast einen, bist bereit für einen guten Service, eine bestimmte Monatsgebühr, wie wir bei Netflix zahlen, also ein Monatsabo und da sind alle Sachen, die du dir anschauen willst, mit drin und mit dem Gedanken sind wir auch auf unseren, haben wir unseren Broker gestartet und haben gesagt, unser Prime-Broker hat eine Monatsgebühr, drei Euro und da sind alle Trades, alle Sparpläne mit drin. Also wenn du mehr als dreimal im Monat handelst, dann ist Scalable sozusagen die bessere Wahl oder die preislich bessere Wahl und gibt noch so ein paar Feinheitsunterschiede. Wir haben mehrere Börsenplätze, bei uns kannst du Xetra wählen, das ist das große Handelssystem und du kannst die Börse München wählen, da ist dann der Trade, wie gesagt, vergünstigt. Also ein paar mehr Börsenplätze, aber im Großen und Ganzen haben wir diesen Neo-Broker, der wächst auch sehr stark, wir haben jetzt insgesamt über sechs Milliarden Euro auf der Plattform und ja, ist ein gutes Geschäft. Ich finde es witzig, weil ich habe jetzt auch zu Corona-Zeiten angefangen, ich habe Trade Republic runtergeladen, weil es halt kannte Scalable kannte ich nicht. Vielleicht waren wir noch nicht live oder so. Ich weiß gar nicht. ich habe einfach nur geguckt, wo kann ich so einfach wie möglich für Dullis, weil, verstehst du, für mich ist es, allein schon... Was hast du gekauft? Was ich mir gekauft habe? An Aktien meinst du? Amazon habe ich gekauft, einiges. Alphabet habe ich viel gekauft, Nvidia habe ich gekauft. Okay, okay. Und das war dann sozusagen, wann im Frühjahr 2020 oder wann? Frühjahr und dann halt Nachgebot hat die ganze Zeit. Okay. Das müsste ja gut gelaufen sein eigentlich, Glück gehabt, ja. Ja, Glück. Ich meine, klar, Tech, also wenn du jetzt irgendwie fünf Tech-Aktien letztes Jahr gekauft hast, da konntest du eigentlich gar nicht mit auf die Nase fliegen, bislang, weil es jetzt einfach eine super Zeit war. Aber ich meine, das Wichtige ist, dass du halt mal einen Einstieg gemacht hast. Und meine Empfehlung ist ja immer so, gerade Leute, die eigentlich deren Kernbusiness, du bist ja nicht, dein Hauptbusiness ist ja nicht Daytrading. Dein Hauptbusiness ist deine Firma hier groß machen, deine Kanäle zu bedienen, Reichweite aufzubauen, Produkte zu launchen, das ist dein Ding. Und deswegen, sie, mach eigentlich Investment auf Autopilot. Das ist meine Empfehlung an dich. Nimm 80, 90 Prozent von der Kohle, die du nicht brauchst, ja, also die du weder ins Business brauchst, noch die du irgendwie, du musst immer ein bisschen Liquidität haben, um für Fun-Sachen was zu haben, ja. Nimm das Geld und steckt das meiner Meinung nach eigentlich in breit diversifiziertes Aktien oder ein ETF-Portfolio, ja. Und dann kannst du mit einem bestimmten Betrag, lassen wir mal so 10, 15 Prozent sein, kannst du so ein bisschen exotische Sachen machen. GameStop zocken. Das oder einfach, wo du auch Bock drauf hast, also nicht, dass ich sage, GameStop ist ein gutes Investment, aber wenn die Leute da Spaß dran haben, wenn es ein kleiner Teil ist, dann sollen sie es machen oder du legst einen bestimmten Teil halt in Kryptowährungen an, ja. Und wenn du das einfach laufen lässt und nicht bei jeder Krise sofort immer Angst kriegst und die Kohle rausziehst, du bist 26, wenn du das 30 Jahre lang laufen lässt, du wirst einen großen und jeden Monat auch ein bisschen was reinzahlst, ja. Einfach der Zinseszinseffekt, der hebt dich so hoch, du wirst da ein gutes Outcome mit haben, ja. Das Lustige ist, ich hatte da, also, ich hatte da, ich habe, glaube ich, das gegenteilige Problem gehabt, dass ich immer irgendwie, uh, der Kurs kackt ab und dann habe ich nicht gesehen, du hast ja gesagt, oh, da musst du einen starken Magen haben für und so, vor allem bei Krypto, bei mir war das halt grundsätzlich immer, ich gucke das an, ich denke mir so, ich habe eh gar keine Ahnung, wie so eine Fundamentalbewertung aussieht und was überhaupt an welche Werte das gekoppelt ist, aber 20% minus, Bruder, das ist eine Rabattaktion. Okay, die Sommerschlussverkauf. Du hast doch aus der Modebranche gedacht, geil, die haben Sommerschlussverkauf. 20% off alle Aktien. Ja, aber diese Verhaltenseffekte, die man dann so teilweise hat auf so einer Massen, also auf so einer, also ich habe da teilweise richtig dumme Sachen gemacht und das war, ich habe das dann halt gemerkt, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ich saß dann da bei diesen AMC und GameStop Sachen und dann habe ich angefangen, Message Volume mir als Metrik rauszuschicken morgens, um zu gucken, weil ich wusste, dass das Schwachsinn ist, aber ich fand diese Gamma-Squee-Story halt übel lustig mit Dark Pools und wird mehr gehandelt und doppelt verliehen und so und Optionen, mir das angeguckt. Das war ja eine Derivate-Unit bei God��. Das war ja genau mein Business. Ja? Ja, genau dieses Derivate-Squee-Squee-Squee-Squee. Also diese GameStop-Episode, ich fand die, die war auf so vielen Ebenen schon hochinteressant, also da kann man einen eigenen zweistündigen Podcast, gab es schon auch schon tausendmal drüber machen, aber auch psychologisch, was sich da aufgetan hat, also war hoch, hoch, hoch und der Kurs war ja in dieser Hochzeit so im Januar und Februar, das hat sich ja bewegt wie so ein Computerspiel, wie Super Mario. Ja, ja, ja. Du hast investiert, Und dann, bam, hunderte Euro sind bloß. Und eine Minute später geschaut wieder unten. Das war wie so ein Computerspiel. Also das habe ich noch nie erlebt bei irgendeiner anderen Aktie. Wahnsinn. Da hätte mich interessiert, was passiert bei so einem großen Hedgefonds, wenn du da dabei bist hinter den Kulissen und die sehen wieder diese Leute, die es dann einfach weiter aufkaufen, wenn neue Aktien rausgebrettert werden. Das Interessante ist ja, dass der Kurs sich eigentlich immer noch sehr gut gehalten hat. Bis heute? Jahresanfang standen die, glaube ich, so um die 15 Dollar. Und jetzt sind sie immer noch Times 10. Also die müssen immer, die sind ja immer noch so bei, nee, die standen um 20 Dollar. Jetzt sind sie, glaube ich, immer noch so um 180, 190, 200 Dollar. Also klar, vom Peak haben sie wieder was verloren. Aber es ist ja bei weitem nicht so, dass die Firma auf das alte Niveau zurückgefallen ist. Also das ist schon beeindruckend. Ich finde es ein witziges Phänomen. Aber ich habe da gemerkt, Junge, also wenn du dich jetzt, das ist ein bisschen wie Casino, glaube ich. Also es ist sehr addiktiv. Und wenn du dann die ganze Zeit da hängst an deinem Trade Republic oder Scalable Account, in Anführungszeichen, und du jetzt zum Beispiel guckst, was geht jetzt da, was geht jetzt da, dann musst du einfach nur lernen, Disziplin guckt ja vielleicht einmal im Monat rein, wenn du eins zahlst und fertig. Und was soll ich jetzt, soll ich jetzt irgendwie gucken, ob ich jetzt statt 8, 15 Prozent Rendite mache? Wird eh nicht passieren, nachdem ich mir einmal so eine, ich weiß nicht was war, ich glaube JP Morgan Investment Analyse von Apple von zwei, drei Jahren her, die 120 Seiten ist. Als ich gesehen habe, wie die da diese Derivatkraft in Anführungszeichen quasi zum Prognostizieren einsetzen und was sie da alles reinrechnen und so, du wirst die alle nicht outsmarten, so no fucking chance. Befass dich nicht damit, schau lieber, dass du mehr da einzahlst und so wenig wie möglich falsch machst. Und mehr wollen ich machen. Aber das hat einen Monat gedauert. Weil ich aber schon einen Monat lang war ich echt wie so ein kleiner Suchti nur an dem Ding. Es war natürlich auch die Zeit, die Leute waren zu Hause eingesperrt, mehr oder minder. Dann war, die Notenbanken haben wie verrückt Geld in den Markt reingepumpt. Dann gab es diese Special Episoden wie mit GameStop. Also das war der perfekte Moment, dass die Leute auch einfach mal Bock haben, da rumzuzocken. Und obwohl ich das nicht für eine gute Geldanlage halte, ich finde trotzdem gut, dass sich viele Leute, gerade junge Leute, erstmalig mit der Börse beschäftigt haben. Also die größte Zuwachskundengruppe bei uns sind Leute in ihren Zwanzigern. Und dass die überhaupt mal sozusagen den Fuß in die Tür kriegen, Zugang zum Aktienmarkt haben und wenn du mal drin bist, also ich halte es nicht für sinnvoll, dass die den ganzen Tag alle vom Monitor sitzen und da rumzocken, aber die beschäftigen sich mal, irgendwann kriegen sie genau wie du dann halt mal mit, boah, das macht mich kaputt, ich kann jetzt hier nicht jeden Tag die Analystenreports lesen, weißt du was, ich mache auf Autopilot. Ich mache jetzt einfach einen Sparplan und das soll in die 10, wir haben zum Beispiel auch Aktiensparpläne, ja, da kannst du die 10 Aktien auswählen, da wird jeden Monat automatisch rein investiert oder ETFs und das lasse ich einfach mal als Nebensache laufen. Und mein Hauptding ist meine Firma und keine Ahnung, vielleicht holst du da irgendwann mal eine Immobilie oder so, da kümmerst du dich dann drum. Ansonsten das normale Investieren für 90 Prozent der Gesellschaft muss einfach auf Autopilot gesetzt werden. Dann sind wir wieder bei deinem West Wing Beispiel, also ich als Kunde gucke das jetzt an und das Erste ist, was mich bei diesen Neobrokern fasziniert hat, war, oh mein Gott, ich muss nicht erstmal irgendwie gefühlten Dschungel an irgendwelchen versteckten Kosten mir angucken, um zu sehen, ob es sich überhaupt lohnt zu investieren, was meine Angst war und mich mit irgendjemandem, keine Ahnung, ich habe mir irgendwie was ausschütten lassen auf mein Konto und dann kommt der Typ von der Bank zu mir und er hat mich, wir müssen investieren und so, bla bla, ich sage, ich mache das selber. Der guckt mich an, als hätte ich irgendeinen Schlaganfall bekommen, ne? Der so, das können Sie doch nicht machen, das ist so gefährlich, Sie werden alles verlieren und so und ich war so, keine Sorge, ich mache das schon, ne? Er hat auch gar keinen Bock, mit solchen Leuten irgendwie über dein Geld zu reden, weil der steht... Kommen Sie mal rein, wir machen einen Beratungstermin. Ja, genau. Und der läuft dann nämlich mit dem Fonds, der Bank läuft dann nämlich wieder nach Hause. Genau, ich habe hier mit Banken auch Gespräche gehabt wegen der Firma und so, das ist so Schrott, was er mir hier gerade anbietet und ich habe keine Ahnung von dem, was er eigentlich macht. und dann habe ich das gesehen und dann weiß ich, oh, ein Euro pro Trade, ich lasse das eh liegen, das übel entspannt, ich drücke auf Kaufen, ich muss nur überweisen, dann ist es drauf. Das ist super. Am besten noch, wenn Paypal noch dran gedingst ist und dann kann ich sofort auf Knopf drücken und ich muss nicht mal warten, bis die Bank überweist. Top. Was mir dann aber aufgefallen ist, das ist der zweite Punkt, den du jetzt quasi genannt hast, ist, also vielleicht nehme ich auch was vorweg, aber das wäre jetzt meine Frage gewesen, ich als Kunde hätte jetzt zunehmend den Wunsch zu sagen, okay, ich möchte jetzt demnächst Neobroker, alle können jetzt einfach und schöne App und so, das kann jeder, aber der nächste Schritt wäre jetzt für mich, ich will, dass die App eine Performance hat, zum Beispiel mir Sparpläne zu selektieren oder was auch immer, mir Sachen auszusuchen, die auch irgendwo zu meiner Investmentstrategie passt, die gut performen langfristig. Also wo du jetzt sagst, okay, die Algorithmen werden besser und so weiter und so fort, um darin zu investieren und da dieses Kuratieren zu haben. Also ihr sucht für mich aus, ey, Tim, das passt zu dir, mach dir keine Sorgen und hier ist unser Track Record, wir sind top und wir optimieren uns stetig weiter. Ist das das, was jetzt ein Broker unterscheiden wird in der Zukunft? Das ist genau das, was ein RoboAdvisor macht. Also der Broker ist immer, du entscheidest selber und da kannst du auch deine Sparpläne anrichten, aber du musst selber die einzelnen Finanzprodukte aussuchen, egal ob es Aktien oder ETFs oder Fonds sind. Und beim RoboAdvisor, der hat verschiedene Anlagestrategien, da kannst du draufschauen, da gibt es eine Nachhaltigkeitsanlagestrategie, da gibt es eine, wir haben eine quantitative Anlagestrategie, da gibt es, wir werden jetzt noch weitere Anlagestrategien raufbringen, da kannst du, wird da mal kurz beschrieben, was die machen, was für ein Risiko-Return-Profile die haben, weil beim Investieren, da kann man nicht einfach hingehen und sagen, gib mir das Beste, das ist immer abhängig davon. Umso mehr Rendite du haben willst, umso mehr Risiko musst du eingehen, Risiko musst du auch aushalten können, weil es nützt dir nichts, wenn du hier der Startpunkt ist und in den 20 Jahren ist hier der Endpunkt, wenn du in der Zwischenzeit, die ich sozusagen kalte Füße kriegst, dann rausgegangen bist. Also das beste Beispiel, was ich immer nenne, Amazon ist wahrscheinlich eine oder vielleicht sogar die beste Aktie der Welt, die es jemals gab. Was meine ich damit? Die Firma ist an die Börse gegangen, eine Bewertung damals von knapp 300 Millionen Dollar und ist jetzt ja so wert, wo ist die jetzt, 1,5 Billionen oder 1,7, also 1700 Milliarden wert. Das heißt, die hat sich, was ist das, versechs-, versiebentausendfach hat die Aktie sich, seit Börsengang bis jetzt. Aber die war zwischenzeitlich halt mal 95 Prozent unter Wasser. Also 95 Prozent vom Hochpunkt war die in der Zwischenzeit mal, als die Dotcom-Blase geplatzt ist. Die hätte es fast nicht überlebt, die hat es gerade nur überlebt, weil die hatten, kurz bevor Dotcom geplatzt ist, um die 2000er Jahre, hatte Jeff Bezos nochmal so eine Anleihe begeben für eine halbe Milliarde, das hat den den Hintern gerettet. Und jetzt, wenn du das halt nicht aushältst, wenn du da dann sozusagen verkaufst, weil aus 100.000 Euro 5.000 Euro wären, oder aus 1.000 Euro sozusagen das Geld weg ist, dann erlebst du den Punkt, wo die Aktie da oben steht, gar nicht mehr. Und deswegen sage ich immer, bei Anlagestrategien ist immer wichtig, nicht nur zu sagen, ich will viel Geld verdienen, sondern ehrlich zu sagen, wie viel halte ich denn aus? Denn die beste Anlagestrategie nützt dir nichts, wenn du es nicht mal über einen Zeitraum von 10 Jahren, und so musst du immer denken, eigentlich so in 10-Jahres-Abschnitten aushalten kannst. Und genau, bei der RoboAdvisor, um auf deine Frage zurückzukommen, der hat verschiedene Anlagestrategien, das ist wirklich voll auf Autopilot, das wird da sozusagen für dich gemacht. Wir werden jetzt auch nochmal Anlagestrategien mit reinbringen, wo wir bestimmten Krypto-Anteil drin haben, weil bisher waren wir immer nur voll im normalen, also Aktien-ETF-Bereich tätig, und jetzt siehst du diese beiden Welten, Broker und Krypto, eigentlich so zusammenwachsen. Weil traditionell waren diese Welten eigentlich so ein bisschen getrennt die letzten Jahre. Also du hast dein Krypto-Zeugs gemacht auf Coinbase und Binance und Kraken oder Bitpanda oder wo auch immer, also eher so auf krypto-spezifischen Portalen. Was übel nervt? Genau, weil es schon sehr für den normalen Anleger, der sich jetzt nicht ultra da reinfuchsen will und mit Cold Wallets und dergleichen hantieren will und Private Keys und den darfst du bloß nicht verwechseln, sonst ist die Kohle für immer weg und deinen Ersatzsatz, den du dir aufgeschrieben hast, den darfst du auch keinen sagen und es darf bloß nicht irgendwie ein bekanntes Gedicht sein, weil das hat der Nächste sonst auch eingetippt. Ja, also es gibt ja so viele Fallstricke, einfach in der Benutzbarkeit, das System an sich ist ultrasicher, also dass die Blockchain gehackt wird. Ah, und das werdet ihr auch quasi provided? Genau, und wir ziehen jetzt diesen Bereich Krypto-Investments bei uns mit rein, dass du sozusagen in der App total geil nativ, aber auf eine vereinfachte Art und Weise, ohne dass du jetzt ultra, ultra crack sein musst, dass du da geile Krypto-Investments selber machen kannst oder dass du sagen kannst, pass auf, verwaltet für mich ein Portfolio. Das kommt jetzt, ich hoffe, so im Q1, dass das launchen wird. Das ist eine Riesenchance, weil wir sind gestartet, wie gesagt, als Neo-Broker, wenn du uns jetzt vergleichst mit einem großen Broker wie der Comdirect oder so, günstiger und bessere App. Jetzt könnten die anderen natürlich auch sagen, okay, wir machen unseren Preis günstiger und verbessern unsere App, aber wir wollen jetzt halt sozusagen enteilen, dass wir sagen, pass auf, wir ziehen ganze Asset-Klassen, wie zum Beispiel den ganzen Krypto-Bereich, den ziehen wir rein und den stellen wir auf eine Art und Weise so gut, so schön, so günstig und so steuerlich effizienter, dass wenn wir das haben, dass wenn jetzt ein Kunde zu uns kommt, der sagt, nee, für mich bedeutet investieren, Aktien, ETFs und Krypto, das haben die, es hat die traditionelle Bankbranche, hat es dann einfach nicht, dass wir da sozusagen dann einfach komplett in den Rücken und einfach ein ganz, ganz anderes Offenbarung Package sozusagen haben. Ich als Kunde sage, ich finde das geil. Ja. Aber das ist sehr, sehr geil, weil vor allem so, das ist mir auch bei Dingen aufgefallen, bei Trade Republic ist das ein bisschen umständlich, weil du kommst nicht sofort an Coins rein, du musst immer erst aufladen. Ich verstehe nicht, warum da nicht Paypal angebunden ist. Okay. Weil wenn ich jetzt, du wirst ja alles, dass alles schnell geht. Wenn ich jetzt jetzt Amazon sehe oder jetzt Bitcoin kaufen will, dann muss ich immer irgendwie warten, bis ich da Geld drauf lade. Und wenn ich Geld drauf habe, dann juckt es dir in den Fingern, wirst du ja so, alles will losgehen. Weißt du was, ich meine, du kannst doch nicht irgendwie da mal 5000 Euro drauf liegen lassen, ohne die auszugeben. Und was Krypto angeht und so, finde ich auch super cool, weil du hast nie diesen Zugriff drauf. Das hatte ich auch bei diesen asiatischen, beziehungsweise chinesischen Aktien, hatte ich auch so kurz die Angst, dass ich dann gesehen habe, Alibaba und Co. Die gehören mir ja irgendwie gar nicht, sondern das hält irgendwann auf Cayman Islands und so. Und dann habe ich das gar nicht gezählt. Das sind so Zwischenvehikel. Genau, genau. Und dann bist du dann halt kurz verwirrt als Anleger, du würdest jetzt sagen, ja, das ist vollkommen normal. Michael von aller Aktien hat mir das dann erklärt, nee, das ist auch relativ sicher und so, brauchst du dir keine Sorgen machen. Geht nicht anders aktuell eigentlich. Genau. Und bei Krypto, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, oh, habe ich da jetzt Zugriff drauf, was passiert da jetzt mit, was, wenn ich eine gewisse Summe drauf habe und so, irgendwann stellst du dir halt Fragen, ist das überhaupt sicher, wenn da die Kohle ist. Und das mit Krypto finde ich sehr, sehr cool, weil das macht es echt sehr viel angenehmer. Weil sonst bist du immer auf zwei anderen Plattformen und dort handelst du Krypto. Das ist eine Riesenchance jetzt für uns, das halt sozusagen sauber, nativ zu integrieren, diese Welten zusammenzubringen. Weil wir erleben halt insbesondere, ich würde sagen, die Kundschaft, die Altersgrenze ist vielleicht so 35 bis 35. Für die gehört Krypto, das ist eine ganz normale Asset-Klasse mittlerweile für die. Ja, das ist nicht mehr ultra exotisch, du sagst, uh, sondern die sagen, nö, also wenn ich Leute interviewe, die wir jetzt einstellen bei uns in der Firma, ich sage, hast du mal Erfahrungen mit Investments gemacht, ja, mache ich, was machst du denn da so? Dann erzählen die halt, dann ist immer dieser Dreiklang Aktien und mach ab und zu vielleicht mal auch mal einen Fonds oder einen ETF und aber auch ein Teil Krypto-Investments. Das gehört für die dazu, das ist nicht was ultra-freaky ist mehr. Und das halt schön zu integrieren und vom Risiko-Appetit hängt es halt davon ab, wie viel du rein investieren willst. Also wenn du jetzt ultrasportlich bist, dann erhöhst du halt den Krypto-Anteil, aber ich glaube schon, selbst wenn du konservativ sein willst, es schadet doch nicht, pack doch ein paar Prozentpunkte eures Portfolios in Kryptowährungen, versuch da auch ein bisschen zu diversifizieren, das halte ich für eine vernünftige Sache. Klar, wer sportlicher sein will, der macht halt mehr rein, aber da hast du natürlich auch viel krassere Schwankungen. Also du hast ja Schwankungen im Krypto-Bereich, die du am Aktienmarkt eigentlich so nicht erlebst. Oder alle 20 Jahre nur mehr erlebst. Ich hatte ja auch ein Instanzgespräch mit dem Herrn Sandner, der ist Professor und Leiter für das Blockchain-Center in Frankfurt. Ah, okay. Und das ist schon sehr interessant, was du alles machen kannst. Also so diese Zukunftsvision, die diese Leute haben, die sind schon teilweise begründet, aber auf der anderen Seite kann man jetzt auch wieder argumentieren, was ist die Basis davon, woran ist das gekoppelt, was, wenn morgen jemand was anderes macht. Und es ist halt, also ich glaube, wir wollen das jetzt Ganze nicht sozusagen als reinen Krypto-Gespräch machen, weil da kannst du 80 Stunden drüber reden, aber also ich glaube an die Technology. Ich glaube, wo du immer aufpassen musst und ist das im aktuellsten Krypto-Bereich ja noch, es ist halt noch unreguliert und das bedeutet, alle Schweinereien, die es früher am Aktienmarkt gab, ja, Frontrunning, Insiderhandel, das ist alles erlaubt oder zumindest nicht verboten. Alle zwei Wochen hast du irgendeinen neuen Coin, der geht to the moon. Oder die existierenden Coins, ich meine, die große Diskussion, wo die Kryptowelt sich ja darum geht, ist ja dieses Tether-Backing, also Tether, dieses Stablecoin. Was ist das? Tether ist eine der größten Kryptowährungen, ich glaube die dritte oder vierte größte, insgesamt 60 oder 70 Milliarden, das ist ein Stablecoin. Das heißt, der verspricht einfach immer, einen Dollar wert zu sein. Jetzt fragst du dich, hä, warum soll ich den kaufen? Naja, das ist so ein bisschen wie so eine Art Casino-Chip, wo du dein Geld parken kannst. Ja, du willst ja nicht immer, sag mal, du investierst jetzt in Bitcoin oder Ether und sagst, oh, ich will mal kurz ein bisschen vom Gas nehmen, nimm Geld raus, dann willst du es ja nicht immer zurücktauschen in sozusagen echte Fiat-Währungen, in Euro oder Dollar, weil das kostet dich auch immer sehr viel, sondern du willst es in der Kryptowelt halten und da gehen die meisten und halten es dann halt im Tether, das ist ein Stablecoin und das ist, wie gesagt, die drittgrößte Kryptowährung der Welt und die sagt, dass sie eins zu eins mit Dollar hinterlegt ist, hat das aber noch nie richtig beweisen können. Immer wenn sie gefragt werden, zeig mal, wo sind die 60 Milliarden, dann kommen so... Dollar war ja auch mal mit Gold hinterlegt. Genau, dann kommen so Kontoauszüge, ach ja, hier so ein paar liegen da in Cayman und dann, ach so, das andere haben wir, da haben wir Schuldverschreibungen mit chinesischen Firmen, das ist ultra odd, wie die da immer darauf antworten und da wird viel gemunkelt jetzt, die Kohle ist nicht da oder ist weg oder ist halb weg oder ein bisschen ist weg. Also ich habe da keine Insights, das ganz klar zu sagen, aber wenn sich da mal ein bisschen reinfuchst, dieses Ganze, wie sicher ist Tether, wenn sich das auf den Kopf stellen würde, dann ist in der Kryptowelt erstmal ein bisschen ein kleiner Schluck auf da. Ja, aber unter dem Gesichtspunkt sehe ich auch gar keinen Grund, das zu kaufen. Die Leute machen es trotzdem, jeden Tag werden Milliarden an Tether hin und her geschoben. Ja, aber nur wegen Misstrauen in normale Währungen. Ja, ja, es gibt halt auch Leute, die sagen, ja, von mir aus ist das vielleicht nicht alles gebackt, aber wer gibt mir denn die Sicherheit, wer gibt mir denn die Sicherheit, wenn ich US-Dollar halte und die Notenbanken drucken doch da auch und das CIA ist ja eh hinter mir her und... Ja, okay, gut, 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 verstehe, verstehe, verstehe. Ja, auch ein exotischer Weg. Also was ich eigentlich nur sagen will, ist mit der Anekdote, die Welt ist da immer noch zweischneidig, deswegen hast du auch diese hohen Volatilitäten, Sprünge an einem Tag von 10, 15 Prozent nach oben oder unten, an manchen bestimmten Tagen, also ich glaube dran, wenn man in 10 Jahren draufschauen wird, wird diese ganze Industrie größer sein und wir werden viel mehr Use Cases sehen, aber wir werden auf dem Weg dahin noch einige Überraschungen schon noch erleben. Ja, also bei Bitcoin kann ich es verstehen, da kennen wir das Prinzip dahinter, das eine Sache ist interessant und auch, glaube ich, weil es so ein bisschen diesen Originalitätsaspekt hat, den Menschen auch so ein bisschen wertschätzen und das Zweite ist, bei Ether, ich verstehe, wie die, die haben eine Landschaft, sie haben eine gute Technologie, auf die kannst du verschiedenste andere Dinge draufschrauben und als Währung würde ich das persönlich eh nicht benutzen und das war's. Ja. Alles andere ist für mich dann, habe ich auch gar keinen Nerv für mir, das jetzt, weißt was ich meine, das ist nicht mein Hebel, also jetzt in meinem Fall, aber ich verstehe, wenn Leute sich dafür interessieren, aber es ist auch manchmal ein bisschen, muss ich sagen, anstrengend, wenn dir jede zweite Woche irgendjemand kommt, ey, das ist der neueste Coin, komm jetzt hier an Bord, sonst verpasst du es wieder und, ja. Wurdest du noch nicht angesprochen, den Tim-Gabel-NFT rauszubringen? Oh, ja doch. Du machst dir hier die Mühe mit Klamotten, hochwertigen Klamotten, ja, die musst du herstellen und designen und produzieren und Qualitätschecken, ja, aber da machst du den Tim-Gabel-NFT. Ich mache mir jetzt ein bisschen drüber lustig, weil ich finde diese Celebrity-NFTs halt schon, das, das glaube ich, ja. Das ist wie eine Üblo kaufen. Ja, ja. Läufst du raus, siehst du nur noch die Hälfte wert, wenn überhaupt. Und bei den NFTs, glaube ich, da sind wir bei der Amazon-Geschichte von vorhin, nachdem die Blase geplatzt ist. Nein, also keine Ahnung, vielleicht gibt es da irgendwas, also ich bin Freund von Kunst und ich bin Freund davon, dass man vor allem, das muss man sagen, also was ich an NFTs cool finde, ist, in der Zeit des Internets ist Urheberschaft und Copywriting komplett egal geworden irgendwie, weil ich kann jetzt das, was du sagst, kann ich kopieren und ich kann es irgendwie anderswo anders sagen und es klingt so, als wäre es von mir. Oder auch irgendwas nachmachen. Und das finde ich scheiße, das finde ich auch eine Schweinerei. Also das merkst du, finde ich, auch in vielen kreativen Industrien, dass sich das so ein bisschen alles in sich wiederholt und Leute voneinander kopieren. Und diese Urheberschaft mit solchen, also mit diesen NFTs irgendwie zu sichern und zu zeigen, finde ich symbolisch cool. Aber wir sind da noch ganz, ganz am Anfang. Und ich glaube jetzt nicht, also ich für meinen Teil, ich freue mich schon, wenn ich was anfassen kann, wenn ich was sehen kann, wenn es so Spielereien sind, kann mal was cooles dabei sein, definitiv. Aber, also ich halte das gerade für, ich glaube eher, dass das so hoch ist, weil viele Leute Angst haben, irgendwie den Zug zu verpassen. Den halbsten verpassen. Aber das, was du sagst, das Urprinzip dahinter, nämlich Eigentumsrechte irgendwie zu sichern auf der Blockchain oder mit der Blockchain-Technologie, das halte ich für ultra smart. Und ich meine, du weißt das ja selber, du bist Unternehmensgründer. Wir haben da auch ein Unternehmen gegründet und haben dann immer diese Funding-Runden gemacht. Aktuell, diese Eigentumsrechtssicherung funktioniert ja immer noch über dieses jahrhundertealte Notar-System. Das ist eine größte Scheiße überhaupt. Und da fragst du dich, ey, wirklich Wahnsinn, ey, du gehst da hin, kriegst dann da sechs Stunden einen vorgelesen. In dem Vertrag, den du ja selber gerade ausverhandelt hast, musst dafür irrsinnig viel Geld abdrücken. Letztendlich für jemanden, der es dir vorliest. Der liest es ja immer noch vor, weil es diese alte Gesetzgebung ist, falls du nicht lesen oder schreiben könntest. Ja, liest dir dir einen Vertrag hervor. Und dieses Notar-System ist auf die heutige Welt angebracht so irrsinnig teuer und veraltet. Und da frage ich mich auch immer, können wir das nicht über so eine Technologie besser machen? Und braucht zwei Wochen, bis er dir irgendwie ein Patent rauszeigt. Unglaublich. Nochmal zu Preply, meine Freunde. Ihr habt dort eine ausgezeichnete Kombo zwischen theoretischem und praktischem Lernen, was nach euren Bedürfnissen angepasst ist. Ob es Budget ist, ob es Zeit ist, ob es euer Lernniveau ist und euer Lernziel und die Zielsprache, die ihr lernen wollt, ist, ihr könnt euch frei den Tutor auswählen aus über 49.000 verschiedenen Lehrern. Wenn ihr jetzt sofort das Ganze startet, kriegt ihr es innerhalb von Sekunden hin, eine Stunde zu buchen, jemanden zu suchen. Und ihr bekommt auch einen Lernplan, wo ihr seht, in welchem Zeitraum ihr mit welchen Lernerfolgen zu rechnen habt und was da so die Meilensteine sind. Um das Ganze nochmal zu visualisieren, ich glaube, das ist auch nochmal ganz schön. Und ihr habt eine sehr schöne Mischung aus Praxis und Theorie, weil dieses trockene Vokabellernen beispielsweise, darauf hat keiner Bock. Wir wollen Sprachen anwenden und ist ja ganz einfach. Keiner von uns hat jetzt aber auch die Lust und die Eier, vielleicht auch ins Ausland zu gehen und jetzt zu sagen, oh mein Gott, Spanisch ist so eine schöne Sprache. Ich wandle jetzt aus nach Spanien, das ist meine ganze Familie hier und ich lerne das. Hier könnt ihr aus dem Komfort eures Zuhauses, könnt ihr euch mit einer Person, die euch vielleicht auch sympathisch ist, die ihr euch auswählen könnt, mit der gemeinsam diese Sprache lernen. Und dann freut ihr euch nicht nur darauf, die Sprache zu lernen, sondern auch mit einer Person die Sprache zu sprechen, wo ihr One-on-One seid. Ihr habt unten in der Beschreibung einen 50% Rabattcode auf die Stunde eurer Wahl. Viel Spaß mit dem Podcast. Was ich fragen wollte, ist jetzt neben dem Krypto-Thema, ist es auch ein Thema zu sagen, jetzt diese Robo-Advisor kann ich jetzt zum Beispiel, wenn ich bei euch bin und Kunde bin, kann ich diesen Robo-Advisor auch im Broking-Business da usen? Dieser Brokerage? Ja, also das ist sozusagen eine App, aber es sind schon sozusagen das Geld, was du in den Robo-Advisor, wenn du dafür eine Strategie entscheidest und dann sagst, so jetzt macht für mich, dann kannst du da nicht mehr mitmischen. Du kannst da nur sozusagen Geld rausnehmen, aber du kannst nicht sagen im Robo-Advisor, ah Moment mal, ihr legt da jetzt bestimmt an, ich will aber, uh, ihr habt da ein bisschen US-Staatsanleihen drin, die will ich auf gar keinen Fall haben, da kannst du nicht mehr eingreifen. In der gleichen App ist aber auch der Broker, da drückst du sozusagen einfach weg und dann kommst du in den Broker, da musst du aber extra Geld draufladen und im Broker bist du komplett frei, da kannst du machen, was du willst. Das heißt, da kann ich ja nicht solche Spielereien machen wie zum Beispiel US-Treasury shorten, weil ich denke, dass der Zins zu niedrig ist. Im Broker kannst du das, im Broker kannst du das. Wir haben volles, wir haben hunderttausende Derivate, da kannst du, da kannst du... Ich mach sowieso nicht, wenn du so für Leute, die da vielleicht Spaß haben. Im Broker kannst du, da kannst du, ja, kannst du Treasuries shorten, Aktien shorten, Tesla shorten, wenn du Lust hast. Der Tesla ist gute Sache. Tesla Short hat ja super funktioniert die letzten Jahre. Alle lang gemacht. Alle haben Geld gemacht. Und ist es jetzt, ist das ein Fokus zu sagen, dass man diesen Robo-Advisor, also ist das, also was ist jetzt aus strategischer Sicht wichtig für die Zukunft, weil das finde ich ganz interessant, weil wir haben ja vorhin auch kurz über die andere Sache gesprochen, die wir machen, dann muss ich mir auch immer überlegen, okay, was sind jetzt die wesentlichsten Parameter, die ich optimieren möchte, weil, also ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist, aber, weil wir wollten eigentlich auch über eure Gründung und so sprechen, aber das stellt die Frage halt jetzt kurz, du wirst ja dann wahrscheinlich sagen, du hast halt deine ganzen Parameter und am Ende des Tages will jeder sicher Rendite machen. Genau. So, das heißt, die wollen nicht, dass viel schwankt, beziehungsweise ab wahrscheinlich minus 20 Prozent sagst du, dann ziehst du dich ab oder so, ich habe keinen Plan von dem Zeug, aber willst stabile Renditen haben. Und dann sagst du jetzt, okay, gut, wir müssen ein System bauen, das nehmen wir uns zuerst mal aus der Industrie, die wir jetzt haben, die Checklisten und ganzen Verfahren und Prozesse, die jetzt dort entwickelt habt, die du quasi bei Goldman und Co. und so weiter kennst, die nimmt man mit, aus dem baut man einen Algorithmus, die gießt man in Software, wie du gesagt hast und dann hast du ja später wahrscheinlich KI und so und optimierst diese Prozesse. Genau. Und was ist jetzt, was denkst du hier jetzt, was sind die entscheidenden Fragen, die man stellt, weil zum Beispiel mit einer KI irgendwas zu optimieren, das kann ja jeder, brauchst halt in Anführungszeichen nur die Daten, aber das Spannendere ist ja hier noch, die Fragen zu stellen oder die Parameter zu identifizieren, die vielleicht noch zu niedrig gewichtet sind oder die noch nicht entdeckt worden sind. Das wäre jetzt so, gut, vielleicht sind es auch Geschäftsgeheimnis oder so, aber das... Nein, ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Also ich fange mal so ein bisschen oben an und dann breche ich es runter und dann komme ich auch zu deinem Spezialpunkt da. Also wo wollen wir mit der Firma hin? Also wir wollen grundlegend eine, wir haben jetzt über Robo und Broker gesprochen, was wir eigentlich sind und noch weiter werden wollen in der Zukunft, ist eine Investmentplattform. Also wenn du in Zukunft an Geldanlage denkst, dann sollst du an Scalable denken. Und Geldanlage hat jetzt verschiedene Komponenten. Eine Geldanlage kann sein, du willst selber deine Tesla und Amazons und so dir dann ein Portfolio zusammenstellen, dann bist du Brokerkunde. Du willst Geld anlegen lassen, auch mit einer smarten KI, ja, da können wir gleich mal sprechen sozusagen, wie das da Anwendung finden kann. Dann bist du im Robo-Advisor-Bereich, der hat verschiedene Anlagestrategien oder du sagst, ich will Geld anlegen, ich will es aber möglichst nachhaltig. Also mir ist es einfach wichtig, ja, ich will Rendite, aber ich will kein Geld verdienen mit nicht nachhaltigen Unternehmen oder mit Waffenindustrien oder so. Mir ist es aber zu kompliziert, das selber auszusuchen und selber zu schauen, ist jetzt die Firma XY, Momentchen, hat die eigentlich was in einem nicht nachhaltigen Geschäftsbereich, eine Tätigkeit oder nicht, sondern wenn Scalable da draufschreibt, Nachhaltigkeitsstrategie, dann ist die nachhaltig, da gebe ich mein Geld hin. Also das eine ist sozusagen, ich kriege es gemacht, das ist ein Service, das andere ist, ich mache es selber und dann werden wir noch weitere Sachen hinzufügen. Krypto ist das eine. Ich kann mir auch vorstellen, dass in Zukunft noch Anlageklassen hinzukommen, wo Leute jetzt aktuell nicht so einen guten Zugang haben. Also dieser ganze Bereich Venture Capital oder Private Equity, ja, das ist ja so ein Bereich, da haben normale Menschen keinen Zugang zu, weil die Einstiegshürden enorm sind. Du kommst erst an mehrere Millionen Euro eigentlich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Geld brauche? Wenn du Geld brauchst als Firma sozusagen. Ja, oder was meinst du gerade? Nee, also Venture Capital und Private Equity ist eher, dass du dein Geld einem Private Equity oder einem Venture Capital Fonds gibst. Ah, dass die das dann, okay, verstehe ich. Und dass du dann sozusagen die Renditen, die die erwirtschaften, dann nehmen sie sich ihren Teil raus, aber dass die Überrenditen, die sie erwirtschaften, dann dir zufließen. Das ist ein super großes Geschäft. Also die ganz Großen in Amerika machen das. Interessant. Ja, super interessant. Also weil, ja, jetzt kommen wir vom einen zum anderen, aber dann muss ich kurz erzählen. Also dieser ganze, was heißt Venture Capital ist eigentlich nur, das ist, da geben bestimmte Geldgeber, geben Jungen, meistens im Technologiebereich, Startup-Firmen Geld. So, das ist mal die ganz grobe Beschreibung. Und was sich da entwickelt hat in den letzten Jahren ist, dass dieser ganze Bereich, wo die Firmen sozusagen nicht an der Börse sind, sondern im Privatbereich von Venture Capital-Investoren sich Geld nehmen, dieser Bereich ist sehr, 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 sehr groß geworden. Also früher eine Firma wie Microsoft beispielsweise, die hat nur eine Million Dollar aufgenommen, bevor sie an die Börse gegangen ist. Sie hat eine Million Dollar vorher nur von Privatinvestoren aufgenommen, bevor sie an die Börse gegangen ist. Amazon hatten wir als Beispiel, Google, das sind alles Unternehmen, die sind relativ schnell an die Börse gegangen und die haben eigentlich 99 Prozent ihres Wertzuwachses haben die an der Börse kreiert. Und im Private-Bereich, so wie man den nennt, da waren sie eigentlich nur relativ kurze Zeit. Heutzutage ist es umgedreht. Heutzutage sind, es gibt so ein Sprichwort, Private is the new public. Also die Unternehmen bleiben sehr viel länger im Privatbereich. Airbnb, genau, wir auch. Also wir haben jetzt, oh Gott, peinlich, jetzt habe ich die Zahl gar nicht im Kopf. Keine Ahnung, ich glaube 250 Millionen Euro an Kapitalgeldern von Investoren gekriegt, ohne dass wir an der Börse sind. Ein Airbnb, ein Uber, die haben Milliarden bekommen, bevor sie an die Börse gegangen sind. Und sozusagen, die haben eigentlich, die haben 99 Prozent ihres Wertzuwachses im privaten Bereich gemacht und gehen dann an die Börse. Dann bleibt relativ wenig nur noch für den, weil erst wenn sie an der Börse sind, kann auch der Kleinanleger mal eine Aktie kaufen. Und diesen Privatbereich, der ist eigentlich komplett abgeschlossen. Das ist eine Industrie, wo, würde ich sagen, weltweit vielleicht die großen Deals 30 40, 50 Investoren teilen sich eigentlich alle großen Deals untereinander auf. Das ist eine total... Witzig. Immer wieder die gleichen Namen. Weil da gibt es auch so eine Berliner Firma, wo ich die ganze Zeit warte, bis die Public werden, wo, glaube ich, Angermeyer auch investiert ist oder investieren wollte. Die machen so Psilocybin-Research und so für psychische Krankheiten und so Zeug. Und ich will die ganze Zeit, eigentlich auch mit solchen Leuten reden, aber die ganze Zeit da investieren. Aber ich kann nicht, ich kann nicht. Du kommst nicht rein. Ja genau, kommst nicht ran. Kommst nicht rein. Du kommst nur rein, wenn du entweder sozusagen bei einem Venture Capital Fonds arbeitest oder Geldgeber eines Venture Capital Fonds bist. Aber das sind enorm hohe Höhen. Oder du Business Angel bist. Business Angel ist ja eigentlich eine Bezeichnung für eine Privatperson, die Geld hat und dann genügend Geld hat, um immer mal wieder in solche Unternehmen Geld zu investieren. Aber da musst du halt auch das Netzwerk haben. Als Business Angel, wenn du da als No-Name in die Branche kommst, dann kriegst du nur die schlechten Deals. Du musst also irgendeine, du musst entweder so eine gute Reputation haben oder so ein gutes Netzwerk, dass die Leute sagen, ey vom Gabel, von dem nehme ich Geld, weil der einfach, der macht mir Connection oder der erwähnt mich in seinen Podcasts und das bringt mir die ersten, die ersten tausend Kunden. Wenn du nicht einen bestimmten Hebel hast, dass die guten Startups von dir Geld nehmen wollen, dann ist das ein Loss-Making-Business für dich. Weil dieser Venture Capital Bereich, der ist enorm, wie soll ich sagen, das ist so ein enormes Outlier-Game. Problem. 90 Prozent der ganzen Renditen, die in diesem Startup-Bereich erwirtschaftet werden, werden von fünf bis maximal zehn Prozent der Startups erwirtschaftet und auch nur die Top fünf oder zehn Prozent VC-Fonds, die da tätig sind, die machen sozusagen wie das gesamte, fast 90 Prozent der Renditen, die in diesem Bereich erwirtschaftet werden, gehen zehn Prozent der Investoren nur zu. Also es ist, du hast halt im Startup-Bereich zehn, machst zehn Deals und davon sind fünf gehen in den ersten zwei Jahren pleite, zwei, drei sind gerade so, dass du das Geld wieder rausziehst und dann hast du ein oder zwei, die halt abgehen und einer unter 100 ist dann vielleicht so ein Facebook, der enorm abgeht. Aber in diesem ganzen Bereich, der nennt sich halt sozusagen Venture Capital oder ein anderer Begriff ist Private Equity, also Private Equity Firmen sind eigentlich ähnlich wie Venture Capital, die sind bloß, die sind etwas weiter oben in der Kette, die gehen in Firmen, die schon etwas älter sind, die schon Gewinne machen, aber noch nicht an der Börse sind, mal ganz vereinfacht gesagt. Und dieser Bereich, der ist enorm groß geworden in den letzten Jahren, aber der ist sehr, 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 sehr abgeschlossen. Und da sozusagen Leuten Zugang zu geben, die da keinen Zugang zu haben, das wäre auch, das ist ein sehr, sehr interessantes Marktsegment, was wir uns auch anschauen. Das ist interessant, also so ein bisschen so eine Art Kickstarter für… Genau, Kickstarter wie Airbnb, sag mal, jeder von uns hat die dann so, als die mal groß wurden gesehen und mal genutzt und dann, ach, geiles Konzept. Aber du denkst, du kannst schon führen. Wie kannst du denn da ein bisschen, kann ich deine Aktie kaufen? Nee, tut mir leid, du kannst keine Aktie kaufen. Du kannst in zehn Jahren Aktien kaufen, wenn der Kurs schon, die sind ja schon 100 Milliarden wert, wenn die an die Börse gehen. Du willst ja vorher schon rein. Und in diesem Technologiebereich, ja, und jetzt hast du mich angepiekst, jetzt fange ich hier an, jetzt fange ich an zu Ende zu erzählen. Mach. In diesem Technologiebereich, also warum ist überhaupt so ein Hype Startups und Dings? Das ist ja nicht nur so ein Hype, weil man sagt, das sind jetzt irgendwie coole, smarte Leute, die da rumlaufen, sondern was da eigentlich hinterliegt, hinter diesem ganzen Tech-Bereich ist, Software is eating the world. Weiß nicht, hast du den Begriff mal gehört? Nee, aber… So, Software is eating the world. Can relate. Software is eating the world ist ein Begriff, den hat Marc Andresen, das ist der Netscape-Gründer. Der hat den ersten wirklich benutzbaren Internetbrowser, Netscape Navigator hieß der. Der Typ hat den geschrieben, verkauft, gutes Geld verdient, hat dann andere Business gemacht, ist dann super reich geworden, Milliardär, tralala, hat jetzt einen eigenen VC fangen, Pfand in Silicon Valley, Andresen Horowitz heißen die, so Creme de la Creme, long story short. Der Typ hat vor sieben, acht Jahren so ein Paper geschrieben, ist immer noch im Internet, ist schon sieben, acht Jahre alt, aber top aktuell, also ein PDF, zwei, drei Seiten lang. Und das Ding heißt Software is eating the world. Und was er da beschreibt, sind so drei Kernthesen. Er sagt, alle Dienstleistungen und alle Produkte, die es gibt, werden durch Software entweder ersetzt oder stark verändert. Was meint er damit? Beispiel, es gibt, ich habe mal cool gesehen, es gibt so eine, in Amerika das amerikanische Mediamarkt, das heißt Radio Shack. Ja, einfach, die verkaufen so Elektroartikel. Die Top 20 Artikel von denen vor 20 Jahren waren Radiowecker, Anrufbeantworter, VHS-Rekorder, Uhr, Elektro-Uhr, alle Taschenrechner, alle diese Top-Artikel von denen sind heutzutage alles Apps auf dem iPhone. Jedes Einzelne. Jedes Einzelne ist eine App auf dem iPhone geworden. Also die erste Prämisse war, also jedes Produkt und jede Dienstleistung wird durch Software ersetzt oder stark verändert. Die zweite Ableitung davon ist, in jeder Industrie wird das führende Unternehmen ein Softwareunternehmen sein. In jeder Industrie. Und jetzt fragt man sich bei manchen halt, naja, aber manche Produkte sind ja einfach Hardware. Also im Autobereich, das ist doch ein Hardwareprodukt. Naja, jetzt schau dir Tesla an, ist das, klar ist das Hardware, du willst ja neben Autositzenden gefahren werden, aber ist die Hauptentscheidung der Leute, die kaufen Tesla, weil sie das Design so geil finden, die Karosserie, nee, sieht ja relativ normal aus, das Auto so von außen. Sondern, weil du sagst, pass auf, das hat so eine geile Tech und irgendwann funktioniert das autonome Fahren so gut, da kann ich dann wirklich immer hinten sitzen, also da wird jeder durch die Gegend chauffiert, ja, und ich kann dann meine E-Mails machen. Da hat, also sozusagen, das ist eigentlich mehr ein Softwareunternehmen, als es ein Autobauer ist. Und die dritte Hypothese, die er dann macht, ist, die existierenden Industrien, wie beispielsweise im Autobau, und wir sind ja jetzt ja in Stuttgart, ja, für die ist es viel schwieriger, ein Softwareunternehmen zu werden, als es für Softwareunternehmen ist, in deren Industrie reinzugehen. Und sozusagen, und dieses Paper hat er geschrieben, das hat immer noch Gültigkeit und, ja, warum habe ich das jetzt zitiert? Oh, jetzt mach das Fressen, das ist nochmal tiefer erklärt, ja. Genau, und deswegen ist dieser Tech-Bereich so am Boom, weil die grundlegende Power, die da halt ist, ist Software is eating the world, also du, und deswegen ist das alles so am Boom, deswegen fließt da so viel Geld rein, ja, in diesen ganzen Bereich, und ja, das schafft diesen ganzen, sozusagen, diese ganze Lawine an selbstverstärkenden Effekten hat das sozusagen losgetreten, ja. Selbstverstärker ist ein schönes Wort. Ja, das ist, ist auch witzig, weil neue, wie soll ich sagen, es entstehen komplett neue Phänomene, wie zum Beispiel, jetzt hast du früher geguckt, wie viel PS hat dein Auto, oder, ne, hast da deine klassischen Metriken, dann ist es halt übermorgen, ist es die Plakette, dein Auto darf nicht am Fahrverkehr teilnehmen, weil die KI halt zu beschissen ist. Ja, ja. Du brauchst ein neues Update. Ja, ja, richtig. Und das ist deine, das ist deine Beschränkung für den Verkehr. Ja. Fertig, und dann ist das ein Software-Ding. Alles andere ist easy. Genau, genau. Und schon extrem, extrem interessant. Das ist so, das ist aber so eine Sache, die, die, die auch schwierig in den Kopf geht. Ich überlege gerade, ob ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, aber es gab so ein ähnliches Paper, aber da ging es eher um diese ganzen Metaverse-Geschichten und so. Deswegen war ich gerade kurz, aber ich glaube, ich kenne das nicht. Ich muss, ich muss, ich muss, ich muss mir das mal sagen danach. Muss mir das mal durchlesen. Schick dir den Link mal. Und wir waren, das sind jetzt mehrere Dinge. Also das Erste, was ich übel cool finde, ist, wenn du Leuten frühzeitig Access gibst zu diesen ganzen Venture-Capital-Geschichten und vor allem deine persönlichen Kontakte und all diese Dinge quasi öffnest und transparent gestaltest, könnte das dann wirklich zu so einer Art Robin Hood werden. Also wenn du verstehst, was ich meine. Weil ich als junger Typ, der auch mit meinen 10 Euro dann, kann ich, oh, da ist irgendein Underground-Ding, was ich supporten will. Ich kann es hier machen. Und dann habe ich einen neuen Reiter und Tab, wo ich das quasi tun kann. Das finde ich, also das finde ich auch so eine, also das finde ich für das Image von dem ganzen Ding sehr, sehr cool. Das fände ich sehr geil sogar. Also zieht das auf jeden Fall durch. Das Zweite war, wegen dieser Metrik mit, das was wir da gefragt haben, wegen der Performance, lass da gleich zu sprechen kommen, dass wir das nicht vergessen. Das interessiert mich noch. Also was du da siehst in der Entwicklung, also wie entwickelt ihr eure Software da weiter. Jetzt hatte ich hier noch eine Sache, die ich sagen wollte, aber die, scheiße, kommt ja vielleicht gleich. Die kommt echt gleich. Ich meine, zu dem Punkt, zu meinem ersten Punkt, und zwar den Leuten Zugang zu geben. Ich glaube, das ist ja überhaupt, wenn du die ganze, ist dir eingefallen wieder? Ich bin mir eingefallen, ja. Okay, okay. Diese ganze Internetindustrie, die du dir anschaust, dann ist das große Thema bei allem, ist, glaube ich, Zugang zu schaffen. Zugang zu schaffen. Was meine ich damit? Damit, dieser Begriff Disruption, der ja so oft fällt, also Disruption, der wird oftmals so gleichgesetzt mit Zerstörung. Da kommt jetzt ein neuer, was ist Scalable Capital und die hauen den Banken da einen vor und dann gehen die Banken kaputt und wir machen was Neues. Und teilweise ist dieses Element mit drin, aber was es eigentlich ist, Disruption ist nicht Zerstörung, sondern Disruption ist eigentlich, du nimmst eine Dienstleistung, die es eigentlich vorher, wenn du so willst, eigentlich schon gab, aber durch Technologie machst du die einer breiten Masse von Leuten zugänglich, die vorher keinen Zugang hatten. Das ist auch ebenfalls, der Marc-Andresen hat das mal beschrieben in so einem Paragrafen, sondern reiche Leute hatten immer schon Zugang zu Musik. Selbst vor hunderten von Jahren, du hast dir also Kammermusiker kommen lassen, die haben dir hier einen vorgefiedelt. Aber wann hatte die Masse Zugang zu Musik? Als du halt geschafft hast, Tonträger, erst auf Platte und Grammophon und dann später halt auf CD und jetzt kann man streamen und reiche Leute hatten immer schon Zugang zu sauberer Wäsche, wenn sie das wollten. Dann hast du Hausangestellte gehabt. Auf einmal gab es aber die Waschmaschine und dann wurden die Preise immer günstiger. Und dann kannst du die ganze Kette so zugingen. Zugang zu Beförderung hatten Vermögenleute ebenfalls immer schon. Und dann Technologie hat es dann geschafft, sozusagen eine Grunddienstleistung, die es immer schon gab, für die Masse kompatibel zu machen. Und das finde ich halt das Starke bei sehr, sehr, sehr vielen erfolgreichen Unternehmen. Wenn du es dir wirklich mal anschaust, sagst du, okay, das ist eigentlich die Grunddienstleistung, die ist eigentlich gar nicht neu, aber sie ist jetzt sozusagen demokratisiert worden. Und das finde ich das Ultraspannende bei dieser ganzen Internetgeschichte. Ich meine, du kannst ja auch nehmen, was du hier machst. Also du hast ja, wenn du so willst, bist du ja ein Broadcaster. Da hättest du früher... Wir hätten jetzt ein privates Gespräch gehabt. Ich hätte Infos von dir gehabt, aber alle anderen nicht. Genau, genau. Und du hast früher oder früher überhaupt sozusagen, wenn du jetzt die gleiche Reichweite in dieser alten Medienwelt, da hättest du dich mit irgendeinem Intendanten verstehen müssen, der dann gesagt hätte, oh ja, den Burschen, den kann man vors Radio oder vor die Kamera packen oder so. Also du hättest diese... Ich hab mich mit Arsch draus geschüttet. Ich hab das zum Philipp Wessermeyer mal gesagt. Von OMR. Zu dem hab ich mal gesagt, Philipp, weißt du was? In dieser normalen Welt hätten sie dich niemals vors Mikro gelassen. Weil er manchmal nuschelt da so ein bisschen oder ist halt so locker dann drauf. Du hättest niemals... Die hätten nur Nachrichtensprecherqualität davor gelassen. Aber in der Welt, wo die Leute selber abstimmen dürfen, da sind halt auf einmal tauchten zum Gabel auf. Oder noch viel krasser Joe Rogan, ja. 100 Millionen Leute hören dem zu oder whatever, ja. Der Typ, wie der spricht, der wäre bei keinem Fernsehsender oder so, hätten sie den vor die Kamera gelassen. Und gerade deswegen guckt man den. Und gerade deswegen guckt man den. Und das finde ich halt diese Direktheit. Die Leute stimmen jetzt halt selber ab und nicht wie ihnen sozusagen dieses Scout-System, was jede Industrie so hat. Oh, wer darf denn bei uns Autor im Buchverlag sein? Oh, wen lassen wir denn vor die Kamera? Wer darf denn bei uns Radiomoderator sein? Nein, so diese Jury, die du erst überwinden musst, die es in der klassischen Industrie gibt, die ist weggefallen und die Leute können einfach selber abstimmen, was sie cool finden. Und diese Zugänglichkeitsmachung, das beschäftigt mich total viel. Das ist so die ganz große Welle hinter sehr, sehr vielen erfolgreichen Tech-Startups, meiner Meinung nach. Ich finde, das ist sehr schön, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube, es ist auch viel schöner, wenn es sich dann so anfühlt, als wäre das jetzt, okay, da sind zwei Leute, die haben einfach ein natürliches Gespräch auf der Couch und irgendwann fühlt es sich so an, als wärst du Teil davon. Und das ist, glaube ich, auch das Gefühl, was man im Fernsehen und sonst nicht hat, weil es viel zu glatt geleckt ist und viel zu zwangbehaftet ist, weil, keine Ahnung, PR-Texte. Genau, weil ich habe jetzt hier, wenn ich jetzt hier fluchen will, kann ich auch fluchen. Ja. Dass ich das jetzt nicht mache, weil ich auch Respekt habe vor dir, versuche ich mich zu zügen, dann hast du trotzdem passieren, weißt du, was ich meine? Aber was ich dir gerade sagen wollte, was ich spannend finde, ist, der Michael von Alle Aktien, der macht ja zum Beispiel diese ganzen Analysen und so, ja? Und was ich hier zum Beispiel sehr spannend fände als Content-Marketing-Strategie für euch ist, also ich verfolge einen ähnlichen Plan, ist zu sagen, nimm dir die, also nimm dir jetzt all diese Analysen und diese kuratierte Information über Einzelaktien und über alles, was ihr anbietet an Dienstleistungen, beziehungsweise die Unternehmen, die hier quasi dort, die hier handelt werden, dass quasi jede natürliche Suchanfrage zu, ist Google gut oder so, scalable, ganz oben rankt. So ein bisschen wie zum Beispiel Trade Republic das mit dem Podcast macht, das ist mir aber zum Beispiel zu oberflächlich, weil es sehr kurz ist, aber dass man zum Beispiel wie so eine Art Investment-Wikipedia aufbaut, wo jede natürliche Frage und Suchanfrage quasi von euch sozusagen gesponsert und vorgedingst ist und dass man sozusagen wie so ein Education-Tab hat bei euch. Und das heißt, ich muss quasi nicht eure App, weil was zum Beispiel der natürliche Lauf der Dinge, bevor ich bei euch investiere, ist, ich lese mir dann erstmal Nachrichten zu dem ganzen Thema durch. Das Nachrichten-Tab hat man bei Dingen auch, aber es ist nie organisierte Information. Das heißt, ich verstehe nicht, wieso sind die Metriken, die dort ausgesucht worden sind, so wie sie sind. Ich verstehe auch nicht, was das heißt, wenn zehn Analysten sagen, dass das jetzt gut ist, verstehe ich auch nicht, aber bei so etwas würde ich halt verstehen in einem Fließtext, wie überhaupt die Systematik der Analyse funktioniert und es ist halt noch mal ein extra Level drüber. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt nicht finde, weil ich finde ja nicht genau diese, wie soll ich sagen, diese Systematik, in die das gegossen ist, die ich zum Beispiel bräuchte, um diese Frage zu beantworten, ist es investable oder nicht. Das fände ich jetzt zum Beispiel als Kunde extrem cool. Ich überlege gerade, es gibt im Kopf immer so unsere Product Roadmap, die wir haben, wo wir sagen, pass auf, was machen wir jetzt als nächstes? Als nächstes steht bei uns jetzt einfach groß, das offensichtliche Krypto und wir gehen in weitere Länder, was auch immer ein Aufwand ist. Wir gehen nach Spanien, Frankreich, Italien. Genau, Expansion und so. Aber auf der Produktliste stehen verschiedene Sachen und das steht tatsächlich auch mit drauf, ist dann halt immer eine Frage, wir arbeiten hart und wir sind agil und alles, aber was frühstückt man einfach nacheinander ab? Aber dieses Exploration, wie es jetzt so beschreiben wurde, ist super, super wichtig. Weil du kannst nicht immer erwarten, dass die Leute deine App immer sofort runterladen und dann sich nur in der bewegen, sondern der Hinführung, die muss noch besser werden. Ja, vor allem auch einfach, wenn du sagst, Marketingbudget ist jetzt zum Beispiel Google, Facebook, Instagram und so weiter, ist es ja letzten Endes, okay, ich greife organische Suchanfragen ab, in dem quasi jemand sucht, hat schon Interesse dafür. Also das ist, das finde ich ganz, also zum Beispiel diese Bodymap, die du gesehen hast dort, die hat genau diesen Zweck. Das heißt, ich will quasi jede Hypo-Honda-Anfrage aus dem Internet, fange ich ab, indem ich quasi Also den Google-Doktor sozusagen, du willst sofort das Aufhörenbecken. Genau, genau, also es ist so der Gedanke. Smart, ja. Aber das fände ich zum Beispiel ganz interessant, weil ich finde, nirgendwo habe ich das jetzt so, also ich als naiver Mensch, weil du weißt ja, worauf du guckst, du weißt, wo du deine Informationen holst. Das weiß ich jetzt bei diesen Gesundheitssachen auch so ungefähr. Aber als Neuling ist das für mich so, ich habe gar keinen Plan. Und wenn ich jetzt wüsste, ihr habt das gut, dann weiß ich, okay, ich brauche da gar nicht was. Und dann würde ich allein schon aus der Loyalität euch gegenüber, würde ich bei euch das so kaufen, weil ich von euch die Informationen bekomme, weil ich etwas supporte, was mir hilft. Also das ist so ein bisschen vielleicht auch der Gedankengang, den ich jetzt als Kunde zum Beispiel bei solchen Dingen habe. Sehr gut, nehme ich nochmal mit, dann müssen wir nochmal höher einpriorisieren. Weiß ich nicht, vielleicht, oder kauft einfach das System von dem jungen Mann ab. Ich finde immer, nein, Spaß, das ist jetzt, also bei sowas zum Beispiel, wir hatten vorhin dieses Thema M&A, ich finde das immer cool, also wenn du jemanden hast und der macht irgendwas cooles, das zu kaufen und zu integrieren, weil der macht das nochmal viel detailverliebter als du, weil, ne? Also finde ich immer. Nee, macht das super. War ein geiler Podcast. Finde ich cool. Ey, sehr cooler Typ. Wir, jetzt, RoboAdvisor. Ja. Jetzt, wenn ich das zum Beispiel angucken würde, würde ich jetzt sagen, ich vergleiche jetzt Porsche, Ferrari, Lamborghini. Dann sage ich, der sieht cool aus, der hat so und so viel PS, der hat so und so viel Gewicht, der hat die Strecke auf, die Zeit auf Nürburgring, whatever. RoboAdvisor, was gucke ich da an? Also du guckst, natürlich sozusagen, du schaust an die Kosten, du schaust an die Performance, du schaust an, was für einen Service sie dir sonst noch drumherum bieten. Also es gibt wahrscheinlich noch weitere Komponenten, die du dir anschaust. Ich fange mal vielleicht an mit dem, Sache, die gar nicht so offensichtlich ist, weil viele sagen ja immer, okay, Rendite, Rendite ist ja am wichtigsten. Ja, Rendite liegt ja in der Zukunft. Natürlich kannst du sozusagen auf den Track Record schauen, da liegt, ist der eine besser oder schlechter. Wir waren zum Beispiel eigentlich ganz gut unterwegs. Wir hatten letztes Jahr eine schlechte Rendite in 2020. Das hat uns dann wieder in diesen Ranking-Tables nach hinten fallen lassen. Wichtiger ist eigentlich eher, dass man sozusagen auf die Anladestrategie schaut und vor allem auf die Kosten, weil ganz, ganz viele gute Strategien, die so verpackt sind, entweder als RoboAdvisor oder in der Fondsbranche. Die meisten Leute investieren ja über Fonds. Du läufst in deine Bank rein, du bist in deinem Bankenberater, der verkauft dir dann einen Fonds, werden kaputt gemacht. Für mich kriege ich 4%. Ja, genau. Du zahlst bei, also der Klassiker ist, gehst in eine Sparkasse, läufst mit dem DK-Fonds nach Hause oder einer Volksbank mit dem Union-Fonds. Das sind so die Fondsmanager, die dahinter hocken oder bei der Deutschen Bank mit dem DWS-Fonds. Also die großen Banken haben alle ihre eigenen Fondshäuser. Und so der Klassiker ist schon noch, dass du allein, du zahlst so ein Aufgeld, 3 bis 5 Prozent, um überhaupt mal reinzukommen in den Fonds. Das ist Eintrittsgeld. Ja, so. Ah. Ja. Und dann auf laufender Basis ist so eine typische Vergütung pro Jahr immer noch so 1,5 bis 2, manchmal sogar 2,5 Prozent. Management-Gebühren. Management-Gebühren pro Jahr. Und das ist halt in Null-Zinsumfeld. Und das ist, da kann die Anlagestrategie gut sein, aber über 10 Jahre killt einfach diese, 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 diese. Die fressen dann den Gewinn auf. Die frissen dann den Gewinn auf. Noch schlimmer ist es übrigens im Versicherungsbereich. Die meisten Menschen in Deutschland investieren ja, wenn sie investieren, gar nicht direkt über einen Broker oder einen Robert-Weiser-Fonds, sondern die machen einen Bereich, der noch viel schwieriger auseinander zu erhalten ist, nämlich über Versicherung. Ich bin ja hier gerade, war ein bisschen früh da, deswegen bin ich hier rumgelatscht bei euch ein bisschen. Allianz. Ich bin in Allianz, das große, schöne Gebäude, ja. Und die investieren in sogenannte Fondsgebundene Lebensversicherung. Was es eigentlich ist, ist es eine Geldanlage und dazu ist noch so ein bisschen Versicherungssprengel obendrauf, so nach dem Motto, pass auf, wenn du jetzt abdankst, dann kriegt deine Partnerin, Partner, whatever, die kriegen Geld, ja. Diese Versicherungskomponente, die ist so gut wie gar nichts wert, ja. Aber die Verlustangst der Menschen halt. Die Verlustangst der Menschen und diese Versicherungsprodukte, die sind brutal. Es gibt keine Geldanlage, die so teuer an den Gebühren ist, wie solche Versicherungsprodukte. Das ist aber die größte Art der Geldanlage in Deutschland. Die Deutschen investieren meistens, wenn sie investieren, über diese Lebensversicherungsprodukte. Und die Produkte sind brutal teuer. Und wenn du da jetzt gegen einen Robo-Advisor hältst, die meisten Robo-Advisor, die müssen zwar auch ihr Geld verdienen, aber die nehmen unter ein Prozent, die haben keine Aufgelder dergleichen, du kriegst alles gemacht, kannst verschiedene Anlagestrategien dir aussuchen und du hast auch noch einen Partner, weil nur weil wir digital sind, heißt nicht, dass du keinen erreichen kannst. Du kannst, wenn du mal irgendwie Fragen hast, wenn du mal unsicher bist, du kannst jemanden anrufen und dir steht dir deine Rede und Antwort. Das hört sich jetzt wie so eine ganz normale Dienstleistung an, aber das ist ultra wichtig, gerade in Krisenszenarien da so ein bisschen zu beruhigen, ja, so ein bisschen das Händchen halten, das ist ultra wichtig. Das habe ich auch vorhin, das hast du falsch verstanden, als du gesagt hast am Telefon, als ich gesagt habe, Erik geht dann auch mal ins Telefon bei Corona, weil es Krise hat. Genau, habe ich gemacht, habe ich mir hingesetzt, mit dem Kunden selber telefoniert, auch mal wieder, um mal reinzukommen in den Maschinenraum. Das ist extrem gut, auch mit Kunden zu sprechen, das ist das Allerbeste, was bringt dich immer wieder auf den Boden der Tatsache. Du lernst auch mehr, das ist nämlich die Gefahr, wenn das Unternehmen immer größer wird. Du brauchst doch Daten, das ist auch wichtig, aber unsere Divise ist immer, wir wollen Daten informiert handeln, aber nicht rein Daten getrieben. Weil dieses Data-Driven, das ist ein bisschen so ein Buzzword, was in der Industrie, man muss Data-Driven sein, da geht ganz viel verloren, weil wenn du nur auf Daten schaust, dann hast du oftmals so Mittelwerte. Ah, der Kunde im Mittel bei uns, der kauft Größe X, also du verlierst diese anekdotischen Informationen, die du kriegst, wenn du mit einzelnen Kunden sprichst. Und vor allem macht es auch deine Leute dumm. Und es macht deine Leute dumm. Es macht deine Leute dumm. Das sage ich den Projektmanagern, die ganzheitlich, also ich bin ja, die werfen mir halt vor, ich bin ja chaotisch, all over the place, bla bla. Aber ich sage den Jungs, wenn ihr da eure Checklisten habt, nachdem ihr die Daten auswertet und ihr dann irgendwie anfangt, in Checklisten zu denken, das macht euch einfach dumm. Das sind Glaubenssätze, die machen euch dumm. Also ich sage, es ist gut, dateninformiert zu handeln und meinetwegen, lass uns 49% die ganzen Sachen auswerten, angucken und daraus lernen, weil da gibt es auch definitiv was zu lernen. Aber nehmt doch einfach nur euer scheiß Bauchgefühl und habt mal ein bisschen Trust in euer scheiß Bauchgefühl. Entwickelt das, weil das verlieren die nämlich. Und du gehst halt die Schritte in die Zukunft. Daten sind halt schon immer auch so eine Abbildung, so eine Regression der Vergangenheit. Also das klassische Beispiel ist, niemals hättest du das iPhone gegeben, wenn du auf Daten geschaut hättest. Früher hat doch keiner gesagt, was nervt dich in deinem Telefon, da hat doch keiner gesagt, ach zu viele Tasten, ich hätte gern, dass alle Tasten weg sind. Wäre einfach gar keiner drauf gekommen. Die Leute hätten dir was erzählt von, was weiß ich, Akkulaufzeit oder sonst was. Und jetzt kam auf einmal ein Telefon raus, was schlechtere Akkulaufzeiten hat. Und zwar du musstest, das Nokia konntest du irgendwie, einmal im Jahr hast du das Ding aufgeladen. Auf einmal kommt einer mit dem iPhone um die Ecke, was du zweimal am Tag aufladen musst. Also viel schlechter von der Akkulaufzeit, aber ganz neu überdachtes Konzept. Das klassische Beispiel ist ja, glaube ich, von Henry Ford, dem Autopionier, der gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, dann hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und diese Schritte gehst du halt nicht. Also diese richtigen Sprünge in der Entwicklung, die gehst du nicht, wenn du, Daten schauen ist schon wichtig, dann kannst du auch schon was abverkaufen, welche Farben liefen besser und so, aber die richtigen Sprünge in der Entwicklung, gerade wenn du in einem Kreativ-Business bist und Tech ist kreativ, die Modeindustrie ist kreativ, die machst du nicht, wenn du rein datengetrieben schaust. Daten informiert, aber nicht rein datengetrieben sein. Oh, das ist so eine, du hast das sehr schön gesagt. Boah, da werde ich den jetzt, die Stelle gebe ich den nur zum Angucken dann jedes Mal. Das ist immer dieselbe Parole, die ich halte. Ich sage es dir ehrlich. Das macht mich teilweise wirklich krank. Nein, also ich hasse es, wenn, also das ist so, das, 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 das. Geil, da gibt es hier so einen Jingle, der eingespielt wird immer. Geht dann auch auf den Sack. Das macht einfach dumm. Das macht wirklich, das macht tatsächlich einfach nur dumm. Ich habe noch einige Fragen. Ich würde nur kurz einmal auf Toilette gehen. Mach das. Weil ich habe so viel getrunken, dass ich, und dann das weitermachen, dann können wir kurz nur eine kleine Ding machen. Weil ich habe Angst, dass ich gleich hier wie auf einem nassen Sofa sitze. Was ich dich fragen wollte ist, da sind wir dann auf unsere einstündige Tangente gegangen, ist die ganze Gründungsgeschichte. Weil du kommst von West Wing, hast jetzt dort ein bisschen Management-Schule gemacht und digitale Schule und jetzt hast du wahrscheinlich deine ganzen Erfahrungen auch aus Goldman und aus dem Investment und sagst, jetzt mache ich eine Plattform, weil das war ja damals schon ein relativ revolutionärer Gedanke, machen ja nicht viele oder ich weiß gar nicht, ob das damals überhaupt verbreitet war und auch so eine Technologie zu machen, die, also ihr habt ja mit Robo-Brokern angefangen. Ja. Nicht Brokern, sondern Robo-Advisor. Genau, sorry, ich dribble die ganze Zeit die zwei Sachen. Mit welchen Leuten hast du das gemacht? In Anlageberater und Software gegossen. Genau. Wie eine super naheliegende, elegante, einfache Gedanke. Aber was mich interessiert ist, wie kam das dazu? Hast du damit so romantisiert, dass du daheim warst, bei West Wing schon so, oh, das wäre übel geil, das zu machen. Also das Lustige ist, das war eigentlich so ein Prozess, es hat eigentlich mit den Menschen angefangen, gar nicht mit der Idee. Und zwar waren ja mehrere Mitgründer und einer der Hauptmitgründer sozusagen mit mir zusammen war der Florian, der war Händler dabei, Trader bei Goldman, der Derivate-Händler. Und mit dem habe ich auch angefangen, da zu arbeiten. Und das ist einer der smartesten Typen, die ich je kennengelernt habe. Und ich wusste immer, wenn der da mal rausgeht, mit dem kannst du, weil ich hatte immer so ein bisschen im Hinterkopf, ich will schon mal ein eigenes Business machen, aber hat er noch nichts Konkretes. Mit dem musst du das machen, der ist ultra smart. Wir ergänzen es auch so super. Ich beschreibe das immer so kurz vorm, ich denke, sorry, nee, als habe ich es falsch gemacht. Ich kann es nur auf Englisch. I talk, he thinks. Ja, das ist so die Grobaufteilung immer. Ultra smarter Typ, ja. Und ich war bei West Wing und er hat dann gesagt, er will auch bei Goldman raus, wollen wir nicht ein Startup zusammen machen, am besten im Fintech-Bereich, also die Grenze Finanz und Technologie. Und dann hatten wir gar nicht die konkrete Idee, sondern wir haben uns zusammengesetzt. Also wir waren immer eine ganze Zeit lang in so einem Stadium, das nennt sich Wantapreneur. Also man will Entrepreneur werden, aber man wird es nicht. Und immer, kennst du, dann trifft man sich auf ein Bier und dann trinkt man noch ein Bierchen und bei jeder Idee bezahlt. Geil, dann gehen wir nach Kalifornien. Ja, das machen wir. Und du redest immer, aber nächsten Tag warst du dann auf, halb verkatert und dann bist du trotzdem froh, dass du einen Arbeitgeber hast, der dir den Urlaub bezahlt und so. Und dann machst du es doch nicht. Und in diesem Stadium waren wir eine bestimmte Zeit. Und dann haben wir gesagt, pass auf, jetzt müssen wir das mal durchbrechen. Und dann auch noch mit einem dritten Mitgründer, dann haben wir uns gesagt, pass auf, wir treffen uns ein Wochenende in Berlin. Ich habe das organisiert. Wir treffen uns da. Wir hatten so drei, fast vier Ideen eigentlich. Also Robotwise war das eine. Das andere war im, ohne alles jetzt durchzugehen, aber im Fremdwährungsbereich. Das war damals, damals gab es so Transferwise, weiß nicht, ob du die Firma kennst. Die gab es noch nicht oder die waren zumindest noch nicht bekannt. Auf jeden Fall, wir hatten so ein paar Ideen und dann haben wir gesagt, pass auf, wir diskutieren das jetzt ein Wochenende, besprechen, schließen uns ein, gehen auch nicht weg, nothing. Wir diskutieren die ganzen Ideen durch und am Sonntagabend entscheiden wir uns für eine. Und am Montag, wer nicht Montag kündigt, der darf nicht dabei sein. Also richtig, da hat sich krass an, da waren wir drei und haben gesagt, jeder muss, zwei waren noch bei Goldman und ich war bei West Wing. Und obwohl es krass nicht anhört, ja, und ich bin da nächsten Tag zu West Wing gefahren und dachte, scheiße, das musst du denen jetzt sagen, die fallen ja aus allen Wolken, ja. Vor allem als Geschäftsführer. Ja, also war hart, ja, für mich und für die, aber du musst dir die Pistole dann auf dem, und wir hatten nicht, wir hatten kein, wir hatten ja noch kein Geld, wir hatten noch nicht mal einen Businessplan, PowerPoint, alles nicht. Weil nur diese Entscheidung an dem Wochenende, das machen wir. Aber du musst dir die Pistole auf die Brust setzen, weil wenn du es nicht machst, dann eierst du weiter und der allerwichtigste Schritt ist, die Entscheidung, das zu machen. Dann haben wir da gekündigt, alle, alle an dem Tag auch, ja, haben dann nachmittags ich immer noch geschrieben. Und habt ihr schon, habt ihr schon, nee, ich habe später das Gespräch. Und ja, ich habe versucht, der eine Manager hat es jetzt nicht akzeptiert, jetzt will mich der nochmal bequatschen, ja, und dann ging die ganze Kaskade so los. Und dann haben wir gekündigt und ja, dann sind wir losgelaufen und dann zu diesem normalen Gang eigentlich, du machst dann mal so eine Präsentation, das nennst du ja ein Pitch Deck. Dann gehst du zu verschiedenen Investoren hin und wir hatten damals so eine Reihe an Business Angels und eine Reihe an Venture Capital Investoren sozusagen, die investieren wollten. Meine alten Chefs von Goldman haben investiert. und ja, auch ganz illustre Leute. Das hatte ich mal in so einem anderen Podcast erzählt. Der verrückteste Typ, den wir getroffen haben, war so ein, der, es war einer der Mitgründer von Match.com. Match.com war so das Tinder der 90er, ja, so eine Matching-Plattform, ja, sehr, sehr hohen Wert für über eine Milliarde hat das Ding verkauft, ja. Der Typ ist aus Singapur, ja, Peng Sing Ong, heißt der, ja, und den haben wir getroffen, ein Kumpel von uns hatte uns an den vorgestellt, den haben wir getroffen am Flughafen München. Die Sekretärin hat mich angeschrieben und gesagt, ey, Peng ist in, ist für 45 Minuten in München, ob wir ihn treffen können, müssen zum Flughafen. Okay, wir haben zum Flughafen da hingefahren, ja, und er kommt dann da rausgelatscht aus dem, weiß ich, Singapur Air, der First Class Launch und setzt, er hat noch so einen anderen, so einen Typen da mit bei und dann setzen wir uns hin und dann hatten wir da unsere Präsentationen und Excel-Spreadsheets und dann guckt er da so verächtlich das Zeug an und sagt, no, 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 I don't invest in numbers, I invest in people, ja. Ein geiler Typ, ja, so. Und dann mussten wir ihn, dann wurde es ein bisschen bizarr, dann mussten wir ihm so, der hat überhaupt nicht so richtig zum Business gefragt, sondern er hat so gefragt, wie oft ruft ihr eure Eltern an? Dann mussten wir so eine Art, ach genau, mussten wir ihm beantworten, was ist für euch der Sinn des Lebens? Und ganz ehrlich, das ist eine total wichtige Frage, aber ich hatte mich das zu dem Zeitpunkt noch nicht gefragt, dann fragte ich so jemand, so spot on, ja, und dann musst du dir da so einen zurecht stottern, ja, was der Sinn des Lebens deiner Meinung nach ist. Dann hat er noch eine weitere Sache gespielt, der musste so ein kleines Rollenspiel mit ihm machen und zwar, er hat so getan, er wäre ein Mitarbeiter von uns und wir müssen ihm kündigen, wie würden wir das machen? Und dann sitzt du da und dann Leute laufen und so hinter dir lang, ja, Flughafen, ne? Und dann, äh, 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 total ordentlich Ich feiere den Typen, das ist ja eine kranke Situation, Alter, wie geil! Weil er hat ja so gesagt, pass auf, die anderen Sachen, ihr habt ja eh schon ein paar andere Investoren, euer andere Ständchen, das wird ja schon gecheckt und ich hab mir das Business Modell nochmal kurz angeschaut, ihr kommt von Goldman, ihr werdet schon wissen, was ihr da macht. Der wollte sozusagen so einen Charakter-Check machen. Und am Ende sitzt er dann so, dann schaut er zu seinem Typen, der so neben ihm sitzt, nickt ihm so zu und der andere Typ so, I think Peng would like to get involved, sagt er dann so. Und ich so, okay, und was heißt denn das? Ja, wie viel, wie viel will er denn investieren? You can decide. Und dann sind wir nach Hause gefahren, dann haben wir uns überlegt, was so Sinn machen würde, was er so investieren soll, haben das dem gesagt und dann hat er das Geld investiert. Geil, ne? Krass, ich weiß nicht, wie viel Geld es ist, ist dir auch egal, aber... Keiner Typ. Krass, echte Story, echte Story. War das das Verrückteste, was ich so eigentlich so... Und das war sie, die Geburtsstunde dann? Das war die Geburtsstunde? Weil da wusstest du, das ist... Ja, dann geht's so, da haben wir so, das war mal die erste Kohle, so. Und dann gehst du... Ja, eine Sekunde, sorry, dass ich... Ja. Aber jetzt, was ich mich fragen würde, ist, bei so einem und bei, ich sag's mal, bei den anderen, an was für Bedingungen ist das dann zum Beispiel geknöpft? Also, du gehst dann hin und sagst, du brauchst Geld, dann fragt der, okay, was krieg ich für mein Geld? Genau. Und das Typische, was du da halt machst, ist, du gibst denen Anteile aus, also die beteiligen sich am Eigenkapital, vorher gehört die Firma halt den drei Gründern und dann sagst du, okay, das ist halt deine Verhandlungssache. Wir kriegen jetzt hier, sag mal, einfach, ich mach mal, um es einfach zu rechnen, hier kriegen wir eine Million von irgendwie, was ich, zehn Investoren, da gibt irgendwie jeder 100.000 oder einer gibt die Hälfte oder die anderen ein bisschen weniger, eine Million. Und die Investoren kriegen dafür 20 Prozent der Firma. Oder um es noch ein einfaches Rechenbeispiel zu machen, zehn Prozent der Firma. Dann wäre die Firma rechnerisch zehn Millionen wert, weil du hast zehn Prozent verkauft, dass dafür eine Million bekommen. So kommt diese Firmenbewertung ja zustande. Wenn du diese Firmenbewertung hörst, ist bewertet mit zehn Millionen, dann wäre das ganz einfach, jemand hat eine Million gegeben und der hat zehn Prozent dafür bekommen, dann ist die Firma zehn Millionen wert. Das heißt nicht, dass die tatsächlich tatsächlich, gerade am Anfang zehn Millionen wert ist, weil keiner würde dir die Firma für zehn Millionen abkaufen, weil die Firma ist nur eine Idee. Es ist nur eine Rechengröße, weil die Investoren wissen auch, es wird noch mehrere Finanzierungsrunden geben. Das ist wie ein Call. Genau. Noch mehrere Finanzierungsrunden und da geben die Gründer auch immer sozusagen Anteile ab. Das nennt sich Verwässerung. Die Investoren kriegen dann Anteile und irgendwann kurz vorm Börsengang haben die Gründer, was weiß ich, da noch, keine Ahnung, fünf, zehn, zwölf, elf Prozent, 15 Prozent, 20, wie auch immer, je nachdem, wie gut du verhandelt hast. Und die 80 Prozent gehört den Investoren. Aber dafür ist die Firma halt sehr, sehr viel mehr wert. Und genau, dieses Hin und Her hast du eigentlich in jeder Runde. Und es gibt so ein paar Daumenregeln. Also die Daumenregel ist typischerweise in diesen Seed-Runden, das ist die erste Runde, wo du noch gar nichts hast, noch gar nicht gecodet hast oder so, meistens noch nicht mal Mitarbeiter hast. Das ist die Seed-Runde. Da kriegst du allein für das Gründerteam und die Idee, kriegst du eine Erstfinanzierung. Da gibst du meistens das meiste Geld ab. Da gibst du typischerweise 15 bis 20 Prozent ab. Und dann in den Folgerunden gibst du meistens, so ist so ein Schlüssel, so eher so 10 bis 15 Prozent. Also die haben immer alle so Namen, die Runden. A-Round, B-Round, C-Round, D-Round. Und später wird es halt immer weniger. Später gibt es dann halt nur noch mal 5 Prozent ab oder dergleichen. Und dann machst du halt irgendwann, ja, Börsengang und dann... Und findet ihr euch? Bei D? Wir haben jetzt, je nachdem, wie man es rechnet, also aber wir sind so D-E-Runde. Also schon relativ spät. Die letzte Runde haben jetzt 150 Millionen Euro gekriegt. Von Tencent. Tencent, richtig, genau. Das größte chinesische Unternehmen hat da investiert. Und da hatte ich mal erzählt, kleine Seitenanekdote. Wie ist das, mit so einem Konzern dazusitzen und zu verhandeln über Geld? Also für mich war es eine total gute Erfahrung, weil ich mit chinesischen Investoren gar nicht so viel zu tun hatte. Bei meiner Zeit bei Goldman hatte ich eher meine Kunden und die Partner Europa und Amerika. Aber ich hatte Asien nicht gecovert. Das war einfach nicht mein Bereich. Und, ähm, also was... Vielleicht waren jetzt ein paar Stereotypen im Kopf, aber was schon krass ist, also wie krass sozusagen da aufgeholt wurde. Also wie du mit denen sprichst, auch mit dem Investment-Team von Tencent, ne? Und das vergleichst mit den Top-Triple-A-Venture-Capital-Investoren aus dem Silicon Valley, ja? Ja, Sequoia oder so. Gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied von, wo die sind. Die haben auch alle auf den amerikanischen Top-Unis studiert. Wenn du fragst, ah ja, du merkst einfach, wie die Englisch sprechen mit amerikanischem Akzent und so, ja? Ja, Dings, wir waren da in Stanford und Harvard und Dings. Also es gibt da kein... Also du kannst, warum ich sage sozusagen, ähm, China, wenn du mal so ein bisschen schaust, ohne jetzt große History-Lessons zu machen, aber was da vor 30 oder 40 Jahren los war, ja? Es war ein reines landwirtschaftlich runtergewirtschaftetes Land, ja? Mit Hungerskatastrophen. Du kannst eigentlich innerhalb von einer oder anderthalb Generationen kannst du aufschließen, wenn du wirklich Gas gibst, ne? Und das Interessante war da halt, diese ganze Investoren-Welt ist sehr, sehr stark männlich. Das hatte ich nur mit männlichen Investoren und männlichen Venture-Capital-Investoren und Hedge-Funds und so zu tun. Und bei denen waren die Leute, die das Sagen hatten, mit denen wir zu tun haben, waren alles Frauen. Auch in unserem Board sozusagen. Also das war sehr, sehr mal ganz angenehm, das so zu sehen, ja? Und Tencent ist natürlich, muss man dazu sagen, ein riesengroßer Investor. Ich meine, die machen... Die sind riesengroße Eigner an Tesla. Die sind in ganz vielen Startups investiert. N26 sind sie investiert in ganz vielen Fintechs. Also die sind ultra-professionalisiert. Das ist eigentlich so das Berkshire Hathaway von Asien. Berkshire Hathaway ist ja das Warren-Buffet-Investment-Gesellschaft und manche beschreiben so Tencent als ein Pendant im asiatisch-chinesischen Bereich. Ja, das ist ja verrückt. Also die sind ja auch, haben mit ihrem Musikding, sind ja bei Spotify, Spotify bei denen. Genau, richtig. Gaming-Bereich super stark. Gaming-Bereich, alles mögliche. Also das ist eine sehr, sehr starke Firma. Und wir haben die ganze Runde gemacht, übrigens, auch mal so moderne Zeiten. Ja? 150 Millionen Euro, ohne ein einziges Mal die Leute zu treffen. Das wäre früher... Das waren nur Zoom-Meetings. Ohne ein... Kriegst du ein Gefühl für die Leute in Zoom-Meetings? Ja, also ich bin schon, ich bin ein People-Typ. Ich mag schon Leute treffen. Und wenn ich überlege, ich habe ja gerade von der Seed-Runde gesprochen, ne? Wie ich da durch die Gegend gefahren bin, um Leute zu treffen, damit da einer mal 50.000 bei uns investiert. Ja? Alle persönlich getroffen und zum Mittag und Lunch und kennenlernen, ja? Und jetzt, rein digital, ähm, ähm, ja, also ich bin... Es ging halt nicht anders, ja? Es war ja immer noch so Corona-Zeit und die Runde haben wir jetzt ja sozusagen im Frühjahr gemacht, in der zweite große Lockdown-Welle. Aber ich bin schon so ein totaler People-Typ. Ich will die, also ich vermisse das total, ja? Also von daher freue ich mich, dass jetzt hoffentlich wieder ein bisschen sich öffnet alles. Ich finde diese fünf Minuten, bevor irgendwas losgeht oder diese zehn Minuten, nachdem was vorbei ist, ich finde, das sind so die Momente, die auch ausschlaggebend sind für sowas. Und das fehlt mir komplett bei dem ganzen Zoom-Zeug. Ich finde das, also... Und ihr habt anstrengend, ja? Und du hast da das, also wie... Boah, ich mache kurz Tencent-Fetch, dann machen wir weiter bei der Historie am Anfang. Tencent ist ein kleiner Exkurs, aber das interessiert mich jetzt. Du bist jetzt... Was erhofft man sich da? Da sagt man sich einerseits, okay, die haben Erfahrungen in diesem Bereich. Das heißt, das ist dann eine schnelle, einfache Verhandlung, weil die das schon oft gemacht haben. Und ihr beide so, du musst dir nichts verkaufen. Die verstehen, was sie kaufen. Du verstehst den Wert, die verstehen den Wert. Das heißt, das ist so... Das macht die Verhandlungssituation sehr einfach, weil man weiß, beide wissen, worüber man spricht. Genau, die sind selber Teilhaber eines der größten chinesischen Brokerfirmen. Also das Business verstehen die perfekt. Dann wo... Dann jetzt... Es ist natürlich jetzt auch so ironisch, wie sich das anhört. Es ist einfacher jetzt für uns, 100, 200, 300 Millionen zu raisen, als es am Anfang war, weil wir haben etabliertes Business, wir haben echte Zahlen, echte Kunden, wir haben auch Investoren, BlackRock und dergleichen, die auch für uns sprechen. Ja, also von daher, die Branche kennt sich auch. BlackRock kennt Tencent, Tencent kennt BlackRock, also die kennen sich auf den Ebenen. Ja, die haben dann schon ihre Fragen zur strategischen Ausrichtung. Was ich ganz interessant fand, ist, am Ende sagten sie dann, ja, wir wollen investieren. Wir bringen das jetzt noch ins Investment Committee, stellen das Pony Mar vor. Und der gibt dann das okay oder nicht okay. Und das muss man halt wissen, Pony Mar ist der Gründer von Tencent, das ist der reichste Chinese, der hat Jack Mar schon überholt. Hier kennt man den Namen nicht, aber da hatte ich schon gedacht, krass. Der sagt dann dafür noch okay, ja, ja, der hakt alle Investments ab einer bestimmten Größe, hakt der dann trotzdem nochmal extra ab. Also fand ich schon krass. Aber das finde ich cool. So einen finanziellen Rahmen, also ich meine, 150 Millionen ist ja nicht wenig. Nö. Da würde ich an dem Seite... Nee, da kannst du das, genau. Ich meine, Tencent ist ein riesengroßer Laden. Ich glaube, sind die Kurs ja ein bisschen runtergekommen. Zu der damaligen Zeit waren die 700 Milliarden Dollar Börsenbewertung, aber jetzt ist, glaube ich, 500 oder was, aber ja. Krass. Großes Schiff, ja. Und was erhoffst du dir dann, also das Geld ist ja offensichtlich, das heißt, wie funktioniert sowas? Du sagst dann, ich brauche jetzt, oder ihr als Unternehmen sagt, wir brauchen jetzt diese Summe Geld. Und dann geht ihr zu denen und sagt, ey, das machen wir jetzt mit dem Geld, das ist unsere strategische Ausrichtung für die Zukunft. Ihr kriegt so und so viel Prozent Anteile für 150 Millionen. Und du sagst dann noch, ja, wir wollen, also dann sagen die noch, ja, wir können euch noch Infrastruktur anbieten oder was gibt es da noch? Genau, also hauptsächlich ist eigentlich, es geht schon hauptsächlich um das Geld. Manchmal gibt es auch noch Synergieeffekte, das zu sagen. Aber eigentlich in dem Stadium, in dem jetzt die Firma ist, da ist sozusagen das Geld und du schaust, dass es ein guter Investor ist, der, für mich ist ein guter Investor, der dir hilft, wenn du gezielt auf ihn zugehst und Fragen hast, der dich aber ansonsten eigentlich machen lässt. Weil jedes Business ist dann schon so speziell. Nichts ist schlimmer als jedem, als Leute, die gut gemeinten Rat dir geben wollen. Weil da musst du höflich, nichts ist schlimmer. Da fühle ich den Punkt. Nächst ist schlimmer, nächstes ist schlimmer. Dann weißt du gerade, wenn es nette Leute sind, weil du musst dann so eine E-Mail schreiben und dann höflich formulieren, warum du jetzt keinen Bock auf die dämliche Idee hast. Und von daher, Leute, die dir helfen, wenn du irgendein konkretes Problem hast oder wenn du eine konkrete Connection haben willst, die da das Netzwerk für haben und die Ressourcen für haben, aber die dich sonst eigentlich machen lassen. Und die guten VCs handeln eigentlich so. Die guten VCs, auch gerade im Silicon Valley, die sind eigentlich Hands-off. Außer, dass sie sehen, es läuft halt was total schief. Auch in der Firmenkultur. Das geht in eine ganz schiefe Richtung. Dann greifen sie ein. Ansonsten helfen sie nur, wenn sie gefragt werden. Das ist die typische Handhabe eigentlich. Das stelle ich mir auch, das ist auch so eine Frage, die ich häufig hatte, weil mich haben das auch Leute gefragt, wegen der einen oder anderen Sache, wieso lassen wir nicht investieren und so. Und dann sage ich, man braucht uns nicht, wenn man später irgendwann braucht und man merkt, man kriegt es selber nicht hin. Dann ist es, verstehst du, dann ist es ein naheliegender Schritt. Das ist halt jetzt noch nicht so. Und was ich mich da auch, also die ganze Zeit ist, lassen die mich dann in Frieden oder wollen die mir die ganze Zeit reinreden? Ich habe ja gar keine Erfahrung mit sowas. Und ich dachte halt auch so, ey, ist das so viel Geld, das denen an den Fingern juckt und das dann da irgendwie micromanagen wollen, die eh nicht, weil die haben keine Zeit dafür und das eh juckt die nicht. Das ist, okay, das ist interessant. Also sie machen, sie lassen einen schon in Frieden, aber man muss sich trotzdem überlegen, warum soll ich überhaupt sozusagen Venture Capital an Bord holen? Das machst du bei Businesses, wo du der Meinung bist, dass du das Ganze sozusagen so stark vorfinanzieren oder frontloaden musst, das würdest du a, entweder gar nicht selber hinkriegen. Ja, bei uns zum Beispiel. Wir haben eine BaFin-Erlaubnis. Die ganze Software, die du aufbauen musst, die Programmierer, das Marketing, was wir machen mussten, das hätten wir aus eigener Kraft nicht stemmen können. und wenn wir es aus dem eigenen Cashflow hätten bezahlen müssen, dann hätten wir vielleicht auch eine erfolgreiche Firma bauen können mit Scalable, aber das hätte dann wirklich halt zehnmal so lange gedauert. Und in der Zeit, während andere halt mit großen Finanzierungen an uns rein in den Markt hätten sozusagen die Kunden sozusagen, wenn du so willst, weggekauft, Marketing, YouTube, Google überschwemmt mit Anzeigen und Bannern und dann hast du gar keine Chance. Das heißt, du musst in dem Bereich, wo du sagst, ich muss das Ganze sehr stark frontloaden, da gehst du mit Venture Capital rein. Es gibt andere Bereiche, zum Beispiel wie du dein Business aufziehst, da finde ich, da weiß ich gar nicht, ob das unbedingt Sinn machen will. Du hast eine eigene Plattform, du kannst sozusagen deine Vermarktung selber machen, du musst nicht sozusagen da jedes Mal Google und Facebook Geld in die Tasche stecken. Da muss man sich sehr genau überlegen, ob man das überhaupt will, weil die lassen dich schon in Ruhe, aber irgendwann kommen sie schon zu dir, weil typischerweise diese Venture Capital Firmen, die wollen sieben, acht, neun oder zehn Jahre investieren, danach wollen sie mit einem Return ihr Geld wieder raushaben. Und wenn du dann halt sagst, ich will keine börsengelistete Firma sein, dann muss ich dann alles immer offenlegen und Quartalsberichte machen, da habe ich keinen Bock drauf, dann darfst du das gar nicht in Erwägung ziehen, irgendwie Venture Capital dir reinzuholen. Ne gut, das ist jetzt auch noch was ganz, ganz, ganz anderes, aber man denkt manchmal drüber nach, wie wäre und dann einfach so ein kleines Gedankenschauspiel. Du musst halt auch immer überlegen, was kannst du mit dem Geld machen, weil es gibt ja, diese Finanzierungsrunden hören sich ja immer toll an, aber es ist ja nicht nur irgendwie Finanzierungsrunden, dann läufst du durch, läufst du dann durch Berlin, ja, und, und, bist einfach, das ist ja kein Selbstzweck, sondern du musst überlegen, ich habe ja Anteile von der Firma abgegeben, kann ich das Geld so effizient einsetzen, dass ich den nächsten Milestone der Firma schneller und besser erreiche als ohne dieses Geld. Und bei uns ist es jetzt einfach so, wir wachsen so stark, wir haben so viel vor, das Produkt auszubauen, wir haben, wollen in weitere Länder gehen und in weitere Länder gehen ist, kostet immer gutes Geld, nicht nur die Leute, die du anstellst, sondern du musst auch da die Marke wieder neu aufbauen. Scalable Capital ist jetzt in Deutschland im Fintech-Bereich sehr bekannt, im Finanzbereich auch bekannt, bei so normalen Leuten noch gar nicht so bekannt, aber da wachsen wir jetzt und wir werden auch bald nochmal wieder eine große Medienkampagne machen, aber da sind wir bekannt. In Frankreich kennt uns keiner, in Spanien kennt uns keiner, in Italien kennt uns keiner, da musst du komplett wieder Geld in die Hand nehmen und da sind 100 Millionen dann gar nicht so viel. Und so krass, wie sich das anhört. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, bevor wir wieder zurück auf die History gehen, aber sorry, ich muss den Exkurs machen, weil ich habe es doch da stehen. Wie gehst du sowas an, so eine Expansion in andere Länder, weil das ist ja schon, also sagen Leute, du hast ja einmal jetzt gemacht, jetzt übel einfach, aber so Fuß zu fassen in den anderen Markt, ist schon nicht leicht. Ja, nee, es ist nicht leicht. Also es gibt Vor- und Nachteile, dass sozusagen die Hauptchallenge ist, unbekannte Brand musst du neu aufbauen. Der Vorteil ist, wir hocken, wir haben die Technologieplattform schon, das heißt, da wird sozusagen, hockt auf unserer existierenden Technologieplattform, klar musst du bestimmte Sachen anpassen, sprachlich, manchmal sind die Länder, funktionieren noch etwas anders, die Steuergesetze für Investments sind ein bisschen anders, da musst du Steuerreportings erstellen, aber long story short, du kannst die Technologieplattform nutzen, du hast natürlich auch Erfahrung, in welchen Bereichen du wie werben willst, ja, da haben wir ja auch schon was aufgebaut, die Brand existiert schon, das ist der große Vorteil, aber natürlich ist es, jedes Mal musst du dir anschauen, lohnt sich das, vor allem, wie sieht der Markt da aktuell aus? Und der Vorteil ist da, die anderen Märkte sind alle kleiner, also kein Markt ist so groß wie Deutschland im Anlagebereich, aber die Märkte, sie haben viel weniger Competition, die sind nicht so stark zerbanked wie Deutschland, Deutschland ist ein ultra kompetitiver Markt auf der Bankenseite, in den meisten anderen Ländern hast du zwei oder drei große Banken, die eigentlich 80% des Marktes unter sich aufteilen und im Online-Broker-Bereich hast du meistens nur ein oder zwei, die den Ton angeben, seit 20 Jahren, das heißt, das ist ein ideales Setup, wenn du da reinkommst, mit einer geilen Technologie, mit einem günstigen Preis und da halt nicht 20 sind, die Wettbewerb machen, sondern nur zwei und die machen seit 20 Jahren eigentlich, sitzen da schön wie die Made im Speck, das ist ideal, um anzugreifen. Also ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass die Europa-Expansion passt, aber klar, muss Leute hiren, jetzt haben wir Country-Heads eingestellt, in Italien haben wir eine sehr, sehr starke Person eingestellt, die fängt jetzt an, Frankreich und Spanien sind wir gerade im Recruiting-Prozess, aber nee, cool. Wie ist es für dich als Geschäftsführer und auch gleichzeitig, also ich weiß nicht, welche Funktionen du alles in der Firma hast, aber ich gehe mal von aus, du wirst wahrscheinlich im Vorstand sitzen, wenn ihr so, also werdet ihr auch eine Struktur haben, dann weiß ich, ob du auch Vorsitzender bist vom Vorstand und gleichzeitig Wir haben so eine Co-Head, also wir sind Co-CEOs, also ich und der Florian sozusagen die Co-CEOs, Florian und ich, genau, so ein Setup haben wir. Und was ist da, also was ist dein Bereich? Ich kümmere mich um den ganzen Bereich, der heißt bei uns Distribution, also alles, was eigentlich Kunden angeht, Kunden, Marketing, Presse, auch Investoren, das ist mein Bereich und natürlich auch die Strategie-Seite, die damit zu tun hat. Florian kümmert sich um Produkt und Technologie und dann haben wir natürlich auch noch, da haben wir einen CFO und dann haben wir noch natürlich Bereiche, einen CTO, der die ganze Tech-Abteilung managt, weil mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter arbeitet in Engineers, sehr starken Tech-Fokus, aber ich kümmere mich um die gesamte Kundenseite. Und jetzt vielleicht doch das ist interessant, so ein bisschen so auch das ganze Wachstum bis heute, ihr seid 330 Leute, soweit ich weiß, jetzt hast du vorhin glaube ich gesagt, wenn wir jetzt weitermachen von dem Kollegen aus Singapur, der gesagt hat, nehmt so viel Geld mit nach Hause, wie ihr wollt. Deshalb werdet ihr wahrscheinlich nicht ausgereizt haben, sondern werdet ihr gesagt haben, wir nehmen so viel, wie wir brauchen. Genau. Wie ging es dann weiter? Also wie viel, ich weiß nicht, ob man das jetzt, also musst du auch nicht sagen, aber wie viel Geld braucht man am Anfang ungefähr? Also wie habt ihr euch das damals vorgestellt? Also was ist das nächste Ziel in Augen? Wofür braucht man das Geld? Was macht man damit? Genau, also als der gesagt hat, Summe dürfen wir uns aussuchen, da gehst du ja nicht hin und sagst, okay, jetzt sage ich 10 Millionen, weil du musst ja dann auch super viel Anteile abgeben. Du willst eigentlich immer gerade so viel Anteile nur abgeben und Geld aufnehmen, wie du für den nächsten Schritt brauchst. Damals war es so, ich sehe es mal im Schnelldurchlauf, da ging es erstmal darum, die Software zu programmieren, die Apps zu programmieren. Dafür haben wir so errechnet, brauchen wir so 500.000 bis eine Million. Da steckten aber auch noch drin die BaFin-Lizenz, weil wenn du Geld anlegen willst und Broker sein willst, BaFin ist die Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungen. Die ganzen Anwälte zu bezahlen, da brauchen wir mit ein bisschen Puffer, halben Millionen bis Millionen. Da haben wir die aufgenommen. Dann kam der nächste Schritt, da haben wir dann, ach gut, ich glaube vier, fünf Millionen aufgenommen. Das war sozusagen das Geld, um an den Markt zu gehen, um Marketing zu machen, Kundenservice-Mitarbeiter einzustellen, Marketing einfach mal hochzufahren. Und da kamen dann die ersten Venture-Capital-Investoren an Bord, Holzbring Ventures beispielsweise, das ist ein relativ großer und bekannter in Deutschland, der investiert hat. Da sind wir an den deutschen Markt gegangen und dann kam der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, wir gehen nach England, wir sind damals sozusagen nach England gegangen. Und da war ein ganz interessanter Fall, da hat uns damals dann, da waren wir gerade ein Jahr am Leben, wenn du so willst, da hat uns BlackRock dann angesprochen. BlackRock ist ja der größte Vermögensverwalter der Welt, die verwalten jetzt knapp 10.000 Milliarden, also 10 Billionen Dollar weltweit. Und die haben uns damals angesprochen und wollten damals zu dem Zeitpunkt das Unternehmen kaufen. Sofort alles. Und da wusste natürlich schon, da waren wir gerade ein Jahr live, da bist du natürlich schon ein bisschen geflasht, was die da geboten haben. Ja, das war schon so 100 Millionen. Und dann weißt du, du kriegst dafür, keine Ahnung, 40 Prozent oder whatever. Ja, genau. Aber die Frage war da halt, nehme ich jetzt 40 Millionen nach Hause und mache mir ein schönes Leben und worauf immer ich Bock habe oder mache ich weiter? Natürlich denkt man dann nach, weil es life-changing ist. Aber du bist dann auch, also eigentlich haben unsere Venture-Capital-Investoren uns dann davon abgeraten, weil sie sagten, pass auf, wenn jetzt schon so ein Großer kommt und die Summe bereit ist, das zu zahlen, ihr seid da noch ganz am Anfang, da können wir noch viel mehr draus machen. Und was wir natürlich nicht dazu gesagt haben, dass du auch dafür so, dass du Jahre dafür noch so hart arbeiten musst. Das wird immer so ein bisschen weggelassen. Und was du auch sagen musst, es ist ja nicht so, dass jemand kommt, meistens nicht. Dir Geld auf den Tisch legt, du kriegst sofort das Geld und kannst dich nächsten Tag vom Hof machen. Nee, das geht ja über Jahre, musst du weiter als CEO sein. Genau, sondern die haben so Earn-Outs und Milestones, weil die lassen sich auch nicht, gerade BlackRock nicht, die Katze im Sack verkaufen, die sagen, pass auf, nee, die bleibt dann in der Schöne schon ein paar Jahre hier und so und dergleichen. Dann musst du beraten vielleicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann damals gesagt, nein, und wir wollten sie aber trotzdem, das war ein bisschen tricky, weil wir wollten sie trotzdem als Investor haben. Und die haben dann gesagt, oh, Minority-Investor sein, also nur einen kleinen Teil kaufen. Oh, das ist tricky für uns, weil unsere Brand, unser Kapital steckt dahinter und später kann uns dann jemand anders, die Scalable kann dann jemand anders kaufen, ja, unser Wettbewerber, Vanguard oder so, das machen wir nicht. Das war relativ schwer. Aber dann war das Problem, wenn sie nicht bei uns investiert hätten, dann hätten sie halt, wir waren damals ja noch ganz jung und so ein bisschen ein zartes Pflänzchen, 15 Leute, 20 Leute in der Firma, wenn die dann, werden sie vielleicht bei unserem Wettbewerber investiert. Wenn die unseren Wettbewerber gekauft hätten und dem dann halt, was ich weiß nicht, Riesenkapital gegeben hätten, dann wären wir platt gewesen. Das heißt, wir wollten die schon unbedingt haben, aber halt nicht verkaufen, sondern als Minority-Investor und das war dann ein ganz schön krasses Hin und Her. Da haben wir sogar dann, das ist jetzt ein bisschen wie Name-Droppen, aber da mussten wir dann sogar zu Larry Fink, also dem Unternehmensgründer dann hin und da dann sozusagen auch vorstellig werden. Larry Fink hat das Unternehmen gegründet vor 30 Jahren und genau, sozusagen mit dem dann nochmal sprechen. Am Ende fanden die das aber überzeugend, weil sie bei uns die Technologie am besten fanden. Das war auch ganz interessant. jetzt habe ich ja so erzählt mit Kunden, wie viele Assets wir haben und um mal die Firmengröße so einzuschätzen. Das hat Black Hawk überhaupt nicht interessiert. Die haben überhaupt nicht gefragt, sag mal, verwaltet ihr für eure Kunden gerade 100 Millionen oder 300 Millionen, weil das ist für die so eine Kundenbewegung. Das hat die nicht interessiert. Die haben rein, haben die die Technologie interessiert. Geil, 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 geil. Reine Technologie, ja. Und dann gab es so geile Anekdoten. Die haben dann ihr Technology-Team aus San Francisco eingeflogen und das waren so diese Techies aus Silicon Valley, die noch nie in Deutschland waren. Wir haben das Büro in München. Jetzt haben wir ja ein Büro in München, in London und in Berlin. Ich bin am Berliner Standort, aber nur damals in München. Und an dem Tag, das war im Frühjahr, im März, da war Starkbier-Festival in München. Auf dem Nockerberg heißt es. Und das Team hatte sich damals verabredet, die gehen da nachmittags hin. Dann waren die alle halt in Lederhosen und Tracht angezogen. Also dieses Technology-Team kommt vom Flughafen rein. War noch nie in Deutschland. Komm ins Büro und jeder hat da irgendwie Lederhosen und Dirndl an. Die dachten, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Geil. Also wie man sich Deutschland vorstellt. Ja, oder? Warum sind die alle so angezogen? Ja, die gehen später auf ein Bierfest. Also richtig so alle, 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 alle Vorurteile, die du so hast. Aber nee, dann haben wir die zum Glück dann reingekriegt. Und das war ein großer, das war ein sehr, sehr großer, wichtiger Milz. Als Blackrock dann war, das hat uns sehr, sehr viel Vertrauen in der Industrie auch gegeben. Die haben einen guten Namen, die standen dann dahinter. Das war für unser B2B-Geschäft auch wichtig, weil viele dann halt gesagt haben, oh, so Startups, die können auch mal schnell pleite gehen. Nee, wenn ihr Blackrock im Rücken habt, die verschwinden. Die fortführen von Goldman Sachs Bonus. Richtig, genau. Goldman Sachs, Blackrock Bonus. Und das hat, so kam dieses ganze Schwungrad sozusagen ans Laufen. Also du brauchst schon manchmal auch Brand, Brand mit dem Kapital sozusagen im Rücken, dass du in so einer Industrie dann vorankommst. Ja, vor allem in der Industrie ist halt Trust eigentlich im Endeffekt das Wichtigste. Es ist ja die Industrie, wo alles in die Zukunft gerichtet ist. Wenn ich bei dir jetzt ein Kleidungsstück kaufe, dann schicke ich das, dann schaue ich und entweder gefällt es mir oder nicht. Wenn es mir nicht gefällt, schicke ich es zurück oder ich kaufe nie wieder. In der Finanzindustrie ist ja alles in die Zukunft gerichtet, kriege ich jetzt wirklich in den nächsten zehn Jahren eine gute Rendite dabei raus und so einen starken Namen im Rücken zu haben, das war absoluter Durchbruch für uns. Gibt Sicherheit. Und was haben die dann gemacht? Also wieso haben sie sich darauf eingelassen? Haben die dann irgendwie so Vorzugsaktien oder konnten die dann, wie heißt es, Vorkaufsrechte haben? Oder was haben die, wie hast du die? Vorkaufsrechte wurden diskutiert. Vorkaufsrechte ist immer ein tricky Ding. Das hört sich in der Theorie immer so gut an. Ja, so nach dem Motto, pass auf, dann kommt dann, sag mal, ich bin bei dir Investor, ja, und du gibst mir ein Vorkaufsrecht. Das hört sich immer so toll an. Dann kommt jemand anders, der will deine Firma kaufen und dann darf ich den gleichen Preis oder mehr zahlen. Und dann sagst du, naja, ist ja okay, weil ich kriege ja mindestens den gleichen Preis oder sogar mehr vom Erik. Von da, da denkt man so, ja, kannst ja so ein Recht weggeben. In der Praxis ist aber folgendes Problem, wenn du so ein Vorkaufsrecht weggibst, fassen dich ganz viele andere gar nicht mehr mit der Mistgabel an, weil die sagen, Moment mal, nee, da hat jemand anders Vorkaufsrecht, ich mache mir doch nicht die ganze Mühe in der Analyse und alles und nachher schnappt, der mit dem Vorkaufsrecht kann eh die Firma wegschnappen, mache ich nicht. Interessant. Du wirst überhaupt nicht angefasst. Interessant. Und von daher darfst du Vorkaufsrechte nicht geben. Und nee, wir konnten am Ende war es eine Sache, wo wir einfach, die uns am Ende einfach vertraut haben, dass wir zusammen ein großes Business bauen, dass wir von der Chemie einfach auch zusammenpassen. Und nee, am Ende war es eigentlich, ja, haben wir viel diskutiert, aber die haben dann gesagt, nee, wir glauben auch und wir konnten am Ende halt auch überzeugen, wir sind am meisten motiviert, als Gründerteam auch, wenn ihr als Minority Investor reinkommt und wir sozusagen arbeiten, 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 dass die Firma erfolgreich wird, als wenn ihr jetzt ihr Cash auf den Tisch kriegt. Jeder nimmt sich groß Cash vom Tisch, weil die Motivation hart zu arbeiten, die sinkt unter Umständen schon, wenn ne. Und deswegen sind wir da humble geliehen. Wir haben so gut wie nie was bisher aus der Firma genommen. Wir haben uns auch Gehälter nach wie vor gezahlt, die, also unsere Top-Leute in der Firma verdienen mehr Gehalt als wir. Das war mir auch immer wichtig, dass die Gründer und Geschäftsführer nicht die besten Bezahlten sind, weil wir halt wollen, dass unser großes Ding ist, der gesamte Firmenwert sozusagen groß wird und dass wir dann später mal einen Börsengang machen, dass es sich dann lohnt. Aber wir sind eigentlich immer relativ humble auf der Ebene geblieben. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich sehe das keinen Millimeter anders. Wie, das interessiert mich auch, was, diese Frage Motivation, ja, wenn wir das jetzt mal so angucken, ich weiß nicht ungefähr, du hältst jetzt 11% oder so von Scalable, ihr seid über eine Milliarde wert, kann es jeder jetzt ausrechnen, du hockst auf Unternehmensanteilen, die extrem viel wert sind. Wie ist es, morgens aufzustehen und zu sagen, ich gebe jetzt immer noch 120%? Hast du Momente, wo du sagst, ist mir doch scheißegal? Nö. Also eigentlich, nee, nicht, also eigentlich macht es mir, was mir Spaß macht, ist, da kommen wir sozusagen zurück, was ich irgendwann in der Mitte erzählt hatte, wenn einfach, wenn ich so spüre, die gesamte Flut hebt so alles nach oben. Und wir sind in so einer geilen Industrie, wir wissen jetzt genau, es ist einfach so, wenn du am Anfang startest, dann weißt du ja nicht, warum klappt das und hast schlaflose Nächte, aber jetzt, wir wissen genau die nächsten Schritte, die wir gehen müssen. Ich weiß genau, geil, wenn wir eine geile Krypto-Offerte raufbringen, was uns das bringen wird. Ich weiß, wenn wir in andere Länder gehen, wenn wir das smart anstellen. Es macht so viel Spaß, das Team ist auch so motiviert, weil einfach so viel Zuwachs gerade stattfindet auf der Plattform. Also mich motiviert das total und wir haben natürlich mittlerweile auch die Möglichkeit, das Team ein bisschen vergrößert, hat, auch das Management vergrößert, sodass man sozusagen nicht mehr hinter allem, ganz am Anfang, ich habe mich um alles gekümmert. Wenn Toilettenpapier alle war bei uns im Büro, dann habe ich es halt auf dem Weg beim Lunch holen, beim Edeka gekauft. Also jetzt hast du natürlich, jetzt muss ich nie mehr Toilettenpapier kaufen, aber ich bin eigentlich, ganz ehrlich zu sein, fast so motiviert wie, ich war immer schon heiß auf das Business, aber fast so motiviert wie nie zuvor. Also mir macht das richtig Laune. Das Größte ist ja, also was du gerade genannt hast mit dem Geld, das ist ja jetzt aktuell noch alles on paper. Ja, genau. Hoffentlich manifestiert sich das in der Zukunft, ich bin da optimistisch, aber der größte Luxus überhaupt in meinem Leben ist, dass du schon eine sehr große Freiheit hast. Also das ist auch, wir sprachen ja rüber, oh, von Goldman Sachs, cooler Arbeitgeber, warum bist du da weggegangen? Da ist die Freiheit halt schon, da bist du schon, da bist du schon sehr, 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 sehr eng. Ja, also wenn du zu lang, wenn du zu lang weg warst, zu lang auf Toilette warst an hektischen Tagen, dann hat dein Kollege dich gefragt, wo warst du denn so lange? Und jetzt hast du halt die Freiheit, natürlich bin ich getrieben und wenn ich irgendwie merke, ich kann auch nicht zu lang Urlaub machen, dann bin ich nervös, scheiße, dann verstehe ich das vollkommen, dass du sagst, du kommst hier aus Stuttgart nicht raus, weil du denkst immer, nein, ich kann das jetzt nicht, wenn ich das, du kriegst auch schlechtes Gewissen, ja, du hast so einen inneren Treiber, aber ich habe nicht irgendjemanden, der mir vorgibt, wie mein Tag ist. Wenn ich sage, ich muss mich strategisch auf was anderes konzentrieren, ich muss jetzt hier nach Stuttgart, weil ich Bock habe, mit dem Tim zu quatschen, weil ich denke, das ist ein cooles Format für uns. Vielen Dank dafür auch. Ja, nein, danke, dass ich hier kommen durfte. Frage ich keinen Menschen nach und diese Freiheit, wer hat die in seinem Berufsleben? Ganz, ganz wenige Leute, ja, ich hatte die ja lange auch nicht, als sozusagen in reinem Angestellten-Dasein und das ist der aller, allergrößte Luxus und man ist natürlich versaut, du kannst nie wieder für einen Arbeitgeber arbeiten. Das habe ich mich auch oft gefragt. Das geht nicht mehr. Mich würde kein Mensch der Welt nehmen, egal in welchem Job. Das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Ab welchem, ich weiß nicht, ob es da so Phasen gibt oder wie du das charakterisieren würdest, nach Umsatz, Mitarbeiteranzahl oder was da du für persönliche Meilensteine siehst, ab wann war das bei dir so, dass du so gesagt hast, ja man, das ist jetzt, ich weiß klar, was meine Rolle ist, ich weiß klar, wo meine Stärken sind, ich weiß klar, was ich mache und es fühlt sich nicht mehr so an wie jeden Tag alles oder nichts. Weiß nicht, ob du das mal hattest, dass du so die ganze Zeit denkst, das ist jetzt alles oder nichts, das ist alles oder nichts, das ist alles oder nichts und du arbeitest auf diesen einen Zeitpunkt und du weißt, okay, jetzt habe ich zumindest meine Grundsicherheit. Weil das, also du sagst jetzt das alles auf Papier und so, aber dass jetzt das Ding irgendwie Wirecard-mäßig bis übermorgen abschmiert, also du kennst selber deine Technik. Weißt du was? Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, es gab zwei so Punkte. Der erste Punkt war überhaupt mal die Frage, an dem, was wir hier arbeiten, will das überhaupt irgendjemand? Weil du hast ja eine Idee und dann wirst du heiß. Und ey, Leute, das machen wir und dann gehst du rum. Aber du bist immer in so einer Käseglocke. Und zwar, und die Leute, die du fragst, die können dir gar nicht eine ehrliche, belastbare Antwort geben. Du fragst dann Verwandte und Freunde, und wie findest du, dass wir das machen? Und die meisten sind einfach Höfling, die sagen, ja cool, würdest du so eine App nutzen? Ja, ja, würde ich. Also so, die darfst du überhaupt nicht fragen. Und dann fängst du an zu basteln und dann hast du irgendwann beschleicht dich, aber bei mir kam das immer nachts das Gefühl so, Scheiße, meinst du, das will überhaupt irgendeiner von den normalen Menschen da draußen haben, weil mir nützt das nichts, wenn von den 20 Freunden, die ich gefragt habe, wirklich dann 10 investieren, das bringt mir ja nichts. Wir müssen 100.000 und Millionen Kunden kriegen. Und da ist die erste Frage, gibt es überhaupt ein Product Market Fit, so heißt das. Also dein Produkt will das, der Markt überhaupt. Und da, als wir live gegangen sind, der erste große Aufatmung, wo ich einfach gecheckt habe, es gibt einen Markt dafür, war, ich kann es ziemlich genau betiteln, und zwar Weihnachten 2015, da haben wir die Beta gerade gelauncht gehabt, wir hatten noch eine Warteliste und wir waren in einem Zeitungsartikel, die FAZ hat über uns einen Zeitungsartikel im Finanzteil geschrieben. Genau. Sehr gute Zeitung. Und am Heiligen Abend kam der Artikel raus und das bedeutet, die Zeitung liegt dann mehrere Tage rum, nächsten Tag ist Feiertag, Leute, wird langweilig, die lesen die Zeitung. Und dann auf einmal, wir feiern Weihnachten mit der Familie, alles easy. Nächsten Tag auf einmal sehe ich in die Inbox bam, bam, bam Anfragen. Hallo, ich habe das gelesen, kann ich Kunde werden, kann ich Kunde werden? Ich habe gesehen, sie haben eine Warteliste. Wenn ich mehr investiere, 100.000 Euro, darf ich dann jetzt schon Kunde werden? Wildfremde Leute, die weder mich kennen, noch Freunde kennen, wollen da Geld investieren. Und damals hatten wir noch kein Kundenserviceteam. Ich habe die alle selber per E-Mail beantwortet, zwischen den Jahren, zwischen meinem Silvester, alles beantwortet. Und dann haben die manche geschrieben auch, oh, da schreibt ja der Chef persönlich zurück. Ich dachte, ja du, wenn du wüsstest, ich bin ja auch der Einzige, der hier hockt. Und da wusste ich, geil, es gibt ein Product Market Fit. Das war das erste Aufatmen. Aber da bist du natürlich noch lang nicht am Ziel. Das zweite war tatsächlich, als BlackRock investierte, die haben in ähnliche Konzepte in den USA investiert, als die News dann rauskamen, da wusste ich, klar, wir haben immer noch viel vor und wir investieren immer noch mehr, als wir sozusagen reinbekommen, weil wir noch voll in der Auffangsphase sind. Aber da wusste ich, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das jederzeit Break-Even drehen können, wenn wir wollen, so einen starken Investor, der sozusagen strategisch auch dahinter steht, da war dann schon klar, okay, das Ding, das bleibt jetzt. Wie viele Jahre war das, hat es gedauert? BlackRock 2017 investiert, wir sind 2015, 2016, das war zweieinhalb Jahre war das, Zweieinhalb Jahre, Krass. Das muss ein, auf den Moment warte ich und das ist, glaube ich, sehr, sehr schön. Packst du? Wird was? Ich finde das krass, weil da musst du dir auch, da fragst du dich, funktioniert das, wird das was, geht was schief auf den letzten Metern. Also es funktioniert die ganze Zeit und du funktionierst, aber du hast dann ein, zweimal diese Momente, wo du denkst, ey, keine Ahnung, was mache ich jetzt? Es muss aber so sein, es gibt das, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, auch so ein ganz bekannter Investor hat gesagt, only the paranoid survives, also nur die Paranoiden überleben. Das heißt, dieses, scheiße, 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 selbst wenn du es eigentlich safe bist, immer noch zu denken, scheiße, scheiße, nein, das geht nicht, was passiert? Nee, das gehört schon, also die erfolgreichen Gründer sind so ein bisschen getrieben und haben so leichte paranoide Züge, ja, sonst, sonst, hochparanoide. Ja, manchmal denkt man sich auch zu viel, aber, was hat sich so für dich geändert, meilensteinmäßig, also, ich finde es halt spannend, weil es so, keine Ahnung, man immer irgendwie denkt, man kann so Parallelen ziehen, weil 330 Mitarbeiter ist so eine riesengroße Größe und irgendwie greifen dann auch immer neue Gesetzmäßigkeiten irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist es so, dass du dann sagst, ey, keine Ahnung, bei 50 war das jetzt anders als bei 100 oder bei 30 oder du hast dich am wohlsten gefühlt in irgendeiner anderen Phase oder da hat es dir noch mehr Spaß gemacht oder, weil 150 ist so eine Schallgrenze. Ja? Ja, 150 ist so eine Schallgrenze, wo jetzt kam natürlich, wir sind über die 150 auch noch während Corona gesprungen, das kam noch dazu, aber ich hatte dann immer das Gefühl, bis 150 Leute kannst du, wenn du dir Mühe gibst, schon jeden Einzelnen noch kennen. Das heißt nicht, dass du jeden mega gut kennst, ja, jeder oder jeden im Unternehmen, aber du kannst es, du kannst zumindest, ich konnte auch bis 150, glaube ich, die Namen, mir noch irgendwie so halb merken, ja, und ich glaube, da gibt es sogar, ich glaube, Harari hat das in seinem Buch beschrieben, so Horden, ja, Primatenhorden, bis 100, die gehen bis 100, 150 und danach brechen sie auseinander, da entstehen dann zwei Horden draus, weil bis 150 kann man immer noch so persönliche Beziehungen noch aufbauen, auch wenn du vielleicht jetzt nicht dich sofort an die Namen und an die ganze persönliche Story und Family Story erinnern kannst, aber du weißt trotzdem am Kaffeeautomaten, ach hier, hey, warte, du warst doch in Barcelona am Wochenende, weißt du, dieses, dieser Kit, der soziale Menschen so zusammenschweift und über 150 bricht das dann, glaube ich, ja, da wird es dann größer, jetzt war auch noch Corona, das ist dann schon was, wo es größer wird, mir gefallen eigentlich eher kleine Firmen besser, ich habe damals, als wir gegründet haben, gesagt, aber wir heißen ja auch Scalable Capital, also alles mega scalable, ich habe gesagt, wir werden niemals mehr als 80 Mitarbeiter, muss ich dann ein bisschen schlucken, aber ich hoffe, wir wachsen jetzt noch ein bisschen, gegen Jahresende gehen wir wahrscheinlich auf die Vieren dazu, aber wir haben dieses Jahr auch sehr viel angestellt, ich glaube, wir haben dann halt ein gutes Sockel, ich glaube, wir wollen mit dem Sockel dann halt durch die Gegend fahren, ich hoffe nicht, dass wir eine Firma werden, die irgendwann, also für mich wäre es ein Horror, wenn es eine Firma wird mit 10.000 Mitarbeitern, das ist für mich eher ein Horror, dann habe ich lieber eine Firma, Das denke ich mir nämlich auch. Bleib klein und nimble, solange du kannst, mit einem großen Hebel, solange du kannst. Irgendwann musst du halt auch größer werden, aber solange du kannst, bleib agil und nimble. Was wir immer noch sind, ich meine, man muss die Kirche ein bisschen im Dorf lassen, Zalando ist so eine Firma, kann ich mit 20.000 Mitarbeitern, es gibt andere Fintechs in Berlin, die haben über 1.000, 2.000 Mitarbeiter oder so, 300 Leute sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist ja immer noch nicht Gaga. Nein, nein, ist es nicht, aber es ist schon, ich finde halt den persönlichen Bezug dazu, es ist halt was ganz anderes, als wenn du jetzt irgendein bestellter Geschäftsführer bist, wenn du Inhaber bist, wenn du, verstehst du, wenn du als Person noch dahinter stehst und du willst ja auch die Leute kennen und keine Ahnung, wie es dir da geht, dann siehst du, irgendjemand hat mal schlechte Laune oder du hast selber einen Scheißtag, wo du gesagt hast, dass das 8 von 10 Tagen mal genervt und stressig sind, man nicht pennen kann, dann kriegt das irgendjemand mit, dann gehst du auch nach Hause und denkst dir so, da hätte ich jetzt nicht so reagieren sollen, dann rufst du den noch an oder sprichst mit dem oder hast du noch Zeit für so ein persönliches Gespräch oder kannst du auch mal Zeit nehmen für die Leute und ich weiß nicht, ab dem Zeitpunkt, wo man sich zum Beispiel auch gar nicht mehr Zeit nehmen kann für die Leute, denke ich mir auch dann, wow, irgendwie, man ist ja auch wegen den Leuten da, es ist ja wie so ein... Ja, und die Leute sind teilweise auch wegen einem da, also von daher, das ist mir ultra wichtig, sich da Zeit zu nehmen und klar, fällt manchmal jetzt schwerer als am Anfang viel, aber das muss es sein, dann streiche ich lieber andere, irgendwelche anderen Sachen, aber die Zeit, die du mit Mitarbeitern verbringst und das muss nicht immer gehen, dass man nur am Produkt arbeitet, das ist nie eine verschwendete Zeit, das ist immer super gut investierte Zeit, ja, immer super gut investierte Zeit. Ich gehe immer gerne spazieren mit Mitarbeitern. Ach so, das ist Steve Jobs Walk and Talk Style. Echt? Keine Ahnung, ich laufe nur. Also ich spaziere nur, also das mache ich auch privat nur. Ich glaube, man macht 20.000, 30.000 Sprit am Tag locker. Sehr gut. Ja, ob ich da irgendwas halbwegs Intelligentes sage, ist jetzt die andere Frage, aber es macht Spaß. Gut, gut, gut. Ich habe, glaube ich, noch zwei Sachen. Die erste Frage ist für mich, wie geht es weiter mit Scalable für dich? Also was ist so das, also was ist so das Ziel, der Traum, den du selber verfolgst? Also was ist da, keine Ahnung, wenn du dir deinen Tagtraum hast, wo du denkst, vorm Schlafen gehen, ey, darauf arbeite ich hin, was willst du? Ja. Also, unser Ziel ist schon, wir wollen in Europa, das ist jetzt unser Markt, Kontinentale Europa, die führende Investmentplattform werden. Und das ist abgepackt, das ist wirklich in dem Slogan, wer an das Investieren denkt, der soll an das Gelbe denken. Und das gibt es jetzt noch nicht. Es gibt zwar schon tausende Angebote, dein Geld zu investieren, aber in Europa gehen die Leute typischerweise zu ihrer Hausbank, zu ihren Banken. Das ist bei der Sparkasse, dann machst du da irgendwie oder bei der Deutschen oder bei der Commerzbank. Und dieses, dass du zu rein spezialisierten Investmentplattformen gehst, in Amerika wäre das zum Beispiel die größte, dort heißt Charles Schwab, ja, weiß nicht, ob der Name dir was sagt, aber Charles Schwab ist, in Amerika ist das so ein Haushaltnehmen, dass, da gehst du hin, für Broker, für Vermögensverdienstleistungen, also für, aber alles was Geldanlage angeht, die machen jetzt nicht irgendwie groß Hypothekenfinanzierung oder so. Und diese rein spezialisierten, effizienten Investmentplattformen, das gibt es nicht in Deutschland oder Europa im großen Stil und da haben wir, glaube ich, jetzt eine Chance mit moderner Technologie, wir bauen auf der grünen Wiese eine Technologie, hocken nicht wie die Banken auf 30, 40 Jahre alter Legacy-Software, da haben wir eine Chance, das zu werden. Das ist sozusagen das Ziel, wo ich die Firma da hinflicke. Und die große Eingangshalle auch noch in die 1,2% Management-Gebürorechnung gerechnet werden. Genau, genau, genau. Nein, aber das ist das Ziel und ja, da gehören halt konkrete Schritte zu. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir dann irgendwann auch eine börsengelistete Firma sind, an die Börse gehen, weil auch diese Teilhabe, das wollen wir Leuten halt auch geben, das gehört für mich dann auch dazu, dass der Kurs jetzt sozusagen nicht nur einzelne BlackRock und so investieren können, sondern man den Kunden ja oder auch anderen Menschen die Möglichkeit gibt, daran teilzuhaben. Und das sind meine, ja, das sind meine Ziele. Und dann hast du natürlich die naheliegenden Ziele, wie ich sagte, jetzt Europapensionen. Also ich persönlich, ja, um das vielleicht noch dazu zu sagen, richte mich ein, wirklich die nächsten, also ich kann mir vorstellen, dass ich das für immer mache oder zumindest für die nächsten 10 Jahre. Ja, weil diese, da hat sich aber auch in der Startup-Branche ein bisschen was verändert. Es gab eine Zeit, das war so ein bisschen diese Rocket-Internet-Zeit, falls ihr das noch was sagt. Da war so ein bisschen was gründen und dann sechs Monate, zwölf Monate später verkaufen, dann das nächste und den Rubel schnell drehen. Will ich jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie gut oder schlecht war, so Leute, aber ich persönlich denke, also für mich so, echte Unternehmer sind welche, die wirklich durch verschiedene Zyklen gehen. Hoch wie tief. Und das lange durchstehen dann wirklich ein großes Unternehmen aufbaut, was eine ganze Industrie verändert. Und das ist mein Ziel und auch von meinen Mitgründern und von unserem Management, die sind da drauf committed und da habe ich schon Bock drauf. Ne, also ich finde auch, also ich finde auch vor allem jetzt, was mir bei dieser zwölf Monats, ich mache jetzt hier kurz Exit und das ist viel Arbeit und da muss man auch der Typ für sein, aber ich finde sowas, was ihr zum Beispiel macht, erstmal ist es ein geiles Unterfangen, also diesen gesamten Investmentprozess zu demokratisieren und damit auch Leuten Teilhabe zu geben an der echten Welt und eine Sicherheit für ihre eigene Zukunft. Das auch als Option zu zeigen, als Vorbild zu zeigen, das leicht zu machen, leicht verständlich zu machen. Also ich zum Beispiel wäre niemals auf sowas gekommen sonst. Es ist mir alles zu, verstehst du, es ist alles zu verbürokratisiert und ich finde, das ist eine extrem geile Sache. Ich will jetzt hier nicht irgendwie kommen mit St. Martins Geschwätz und oh, das ist jetzt so ein noble cause und bla bla, aber ich finde es persönlich geil und ich finde, sich so etwas zu widmen, das gibt dir dann auch einfach eine Bedeutung, morgens aufzustehen und zu sagen, okay, wieso fresse ich denn diese ganze Scheiße den ganzen Tag? Weil du weißt, okay, Leute werden was davon haben und ich finde das, also ich finde das, ich finde das cool, also ich finde das sehr, sehr schön, dass du dir vorstellen kannst, auch länger zu machen. Und du kannst ja auch, und das weißt du ja selber, du suchst dir auch die Leute aus, mit denen du arbeitest, was ist das für ein Luxus? Das gibt es ja in keiner Firma der Welt. Du suchst dir die Leute aus, mit denen du arbeitest und das ist also, das ist doch super, was willst du denn sonst machen? Also die ganze Zeit hier irgendwie Privatier, obwohl ich das, das ist mein Kumpel hier vor, Ron, der dir sehr ähnlich sieht. Ich warte, der Typ ist ja ein born Comedian. Ich kannte den gar nicht. Ist der Comedian oder was macht der? Der macht YouTube-Videos und ja. Das ist ja genial. Der ist halt tatsächlich auch so. Ja? Ja, ja. Und dem Koffer. Ja, sehr geil. Komplett, der ist komplett lost, aber es war sehr, sehr witzig. Das waren wir hier um zwei Uhr nachts irgendwie und dann haben wir gedacht, komm, die sind alle besoffen und ich setze mich jetzt hier hin und drehe das einfach. Gute Idee, kam gut an, kam gut an. Also ja, kann er gut machen. Dass du dir das angeguckt hast, alter, krass. Hab ich so ein bisschen als Vorbereitung, heute auf dem WKR eigentlich, da dachte ich, was ist das denn für ein Typ, ne? Ich finde das irgendwie wichtig, weil es sind ja auch die Leute geben, die ihre Zukunft in die Hand, ob es Mitarbeiter sind, ob es alles, keine Ahnung, vielleicht bin ich da zu sehr Romantiker, was Unternehmertum an sich angeht, aber ich bin da ein bisschen allergisch gegen dieses, ich mache jetzt mal was schnell, mache das groß, verkaufe das und ich weiß nicht, irgendwie ist mir das nicht meine... Das ist überhaupt nicht romantisch. Was du gerade gesagt hast, so mittendrin, ist einer der wichtigsten Sätze. Die Leute geben ja, es gibt eine Sache, wenn du Geld verlierst, kannst du es neu verdienen. Es gibt eine Sache, die du nie wieder bekommst und die ist Zeit und die Leute geben ihre Lebenszeit ja auch in deinem Unternehmen. Die entscheiden sich ja, zu dir zu kommen oder zu Scalable oder sonst und nirgendwo anders hin und alle reden immer auch, jetzt hast du Nebengründe, wie hast du Investoren und so. Eine ganz, ganz wichtige Sache ist, wie hast du denn überhaupt die ersten Mitarbeiter überzeugt? Diese Story von unserem ersten Mitarbeiter, der Flo Benz, der ist immer noch bei uns. Das weiß ich immer noch, den haben wir angequatscht auf so einem Tech-Getaway-Ding da, also wo sich so Engineers treffen, hat unser damaliges CTO auch ihn angequatscht. Dann haben wir dem erzählt, was wir machen wollen, fand er cool. Dann hat er gesagt, er hat irgendwie Kündigungsfrist, drei Monate, er wird dann jetzt kündigen und ob wir ihm den Vertrag schon geben können. Daher, wir haben die Firma noch nicht gegründet, aber wenn du gekündigt hast und dann raus bist in drei Monaten, dann haben wir die Firma gegründet, dann kriegst du das alles, ja. Mit der Vertrau mir Bruder Garantie. Genau, und wie wollt ihr mich denn bezahlen? Ja, also Geld haben wir jetzt noch nicht, aber wir raisen jetzt Geld von den Venture-Capital-Leuten und wenn du dann da bist, dann kriegst du das Geld. Und dann hat er auf einen Handshake hin, hat er seinen Job gekündigt, drei Monate später kam er und dann hatten wir zum Glück alle, ich glaube, das sind die besten Leute. Das sind die besten Leute. Das sind wirklich die aller allerbesten Leute. Ich sag's euch ehrlich, wenn mir irgendjemand kommt und er denkt, er ist ein neunmal kluger Schwanzkopf und mir anfängt mit, ah, muss das nicht so und muss das nicht so und das ist doch eigentlich korrekt und so, da hab ich auch oft Streit mit den Leuten von HR und so, weil ich da ganz anders bin, weil die meinen, teilweise ist es illegal, was ich da schon mache. Nein, aber ich übertreibe. Aber wenn du, das ist doch ein Blatt Papier, das ist doch nicht das, das ist doch nicht der Moment, an dem zwei Menschen diese Energie spüren, wo sie sagen, ja Mann, wir machen das. Das entsteht doch nicht da. Das ist doch, also, ich kann's jetzt nicht erklären, aber letzten Endes ist genau so ein Moment, wo du Menschen die Hand gibst und sagst, ja, wir wollen das tun. Natürlich hast du dann Due Diligence und wir machen die Verträge mit Sicherheit. Und im Leben können auch Sachen schief gehen, aber, und dass er dir in die Augen schaut, die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter und dann zusagt und in den Momenten, wo wir am Anfang waren, wo wir noch nicht sozusagen safe waren, was mir am meisten schlaflose Nächte bereitet hat, war nicht, oh, die Investoren, die habe ich auch immer gedacht, weil, um Geld zurückzahlen und wie auch immer, aber Nummer eins war immer, oh, die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, was würdest du denen sagen, wenn das jetzt hier nicht klappt? Also, das war mein Nummer eins Gedanke immer und das kann ich auch nur Leuten empfehlen, die sagen, jetzt in die Tech- oder Startup-Branche wollen, da wird auch, viel wird da auch zu heiß gekocht, schaut euch das an, ob das wirklich Leute sind, mit denen ihr Bock habt und wenn ihr denen in die Augen schaut, könnt ihr denen vertrauen, ja. Aber da sind wir wieder bei deinem Freund aus Singapur am Flughafen. Ja, stimmt, da, guter Zirkelschluss. Ja, aber irgendwo, ich meine, welchem Zweck dienen die ganzen Dinge, die wir irgendwo tun? Es ist ja, das Schönste ist doch, was Neues zu machen, was du vorher nicht für Geld kaufen konntest und ich weiß nicht, ich finde das, also man muss hart arbeiten und ich bin da auch ein Freund, wenn irgendwie scheiße ist, dann gibt es auch Ansagen und dann ist man auch hart und so, es geht um den Zweck, aber um den Sinn der Sache, aber ich finde, ich finde schon, dass, also ich hatte da nicht die Angst oder die Sorge, ich habe auch viele Sachen davor von dir gesehen, aber ich war extrem erfrischt, weil ich auch ein, ich habe kein Bild von dieser Branche, aber das naheliegendste Stereotyp ist schon irgendwo dann so, die nächste Schublade, die du halt aus Faulheit aufmachst, weil es das einzige Bild, was du hast, verstehst du, was ich meine? Du meinst die Wolf of Wall Street Schublade? Genau, 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 so schmierige Leute, da geht es nur um Geld, wieso sollst du denn sonst sowas machen und so? Die gibt es auch, die gibt es auch in der Branche, die gibt es auch in der Branche, aber, aber, ja, diese Profit People oder whatever, keine Ahnung, gut, wobei, lieber Profit als Umsatz, aber, ja, ich, verrückt, 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 das ist das und jetzt, bevor wir noch zum Schluss kommen, was ich spannend finde, ist, was würdest du jetzt, du hast einen kleinen Bruder, du hast einen Sohn, du hast hier Zuschauer, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Also, egal wie lang, egal wie cheesy es klingt, so ein bisschen als Lebensadvice, oder mir, wie auch immer. Okay, okay, das ist eine gute Frage, das will ich natürlich was Schlaues jetzt sagen. Kannst du auch drei Sachen sagen? Drei Sachen sagen. Ich kann es auch zehn sagen, mir ist egal. Also, okay, ich habe eine, die so ein bisschen weiter ist, so ein bisschen, philosophisch ist es nicht ganz, und eine, die ist eher so, wirklich so Business-konkrete Geschichte, ne? Und zwar, die bisschen weitere Sache ist wirklich, und das hört sich total naiv fast schon an, aber es wird so oft nicht beachtet, wenn die Leute fragen, oh, was soll ich denn machen, meinem Leben, oder Job, und Job ist ja nicht einfach nur, äh, Job, sondern das ist die meiste Zeit deines Tages, machst du ja einen Job, ne? mach wirklich das, wo du Leidenschaft für hast, ne? Und das hört sich, wie gesagt, cheesy an, aber mach nicht das, wo du sagst, oh, da habe ich, da habe ich jetzt geschaut in Tabellen, da kann ich das höchste Einkommen. Wenn du Leidenschaft für was hast, wirst du gut in der Sache, ja? Weil du dich halt wirklich mehr als einfach nur 7,5 Stunden am Arbeitsvertrag damit beschäftigt, ja? Ich meine, du kamst ja über den Sport überhaupt, das war ja dein Kicker, sozusagen auf den Erfolgstrack, ja? Und wenn du da Leidenschaft für hast und nicht jemanden brauchst, der immer hinter dir steht und sagst, jetzt haust du da mal eine Stunde rein, jetzt trainierst du das nochmal, sondern wenn du einfach sagst, du, das ist eh, ob ich das Hobby oder Beruf nenne, ist eigentlich wurscht, das ist eh das, was ich machen will. Wenn du das machst, dann kannst du eigentlich kaum fehlen, dann kannst du kaum fehlen, weil dann wirst du in der Sache auch gut und das bedeutet nicht immer, dass du der Beste der Welt werden musst, aber du landest zumindest in der oberen Hälfte, im oberen Drittel, im oberen Viertel, der Sache. Mit Leidenschaft können auch wenig andere konkurrieren. Es gibt immer Leute, die auch sagen können, ich gehe jetzt einfach in den Bereich, der gehypt ist und streng mich da an, aber wenn es nicht deine Leidenschaft ist, irgendwann nimmt die Energie ab, irgendwann nimmt die Energie ab und die Leute können jetzt vielleicht ein, zwei Jahre durchhalten, aber wenn du eine Leidenschaft, also die Kurzform ist, und es kann egal was sein, wenn Tanzen dein Ding ist, mach Tanzen, wenn du da, und dann nimmst du halt Tanzvideos auf, stellst sie auf YouTube und kriegst dann darüber eine Vermarktungsschiene, also es gibt ja heutzutage auch viel mehr Möglichkeiten, aus einer Leidenschaft Geld zu machen, ohne dass dir ein harter Arbeitgeber was aufs Konto dafür geben muss. Das ist mein Nummer eins Tipp. Der Nummer zwei Tipp für ein Business, ist jetzt ein bisschen spezifisch auf dieses ganze Tech- und Startup-Business, ist, die Leute wollen immer große Geschichten aufmachen. Ja, hier Weltherrschaft und habe ich auch gerade auch gesagt, wir wollen die größte Investmentplattform. Das ist ja auch ein gutes Ziel, ja, mit Wachstum und so verbunden, aber geh nicht hin und versuch von Anfang an den Massenmarkt glücklich zu machen. Die Leute denken immer, ich will groß werden, deswegen muss ich eine Million, 100 Millionen Menschen sofort am ersten Tag ansprechen. Wenn du das machst, das ist fast das Recipe for Failure. Geh hin und such dir eine Nische. Und das hört sich jetzt ein bisschen banal oder komisch an für jemanden, der sagt, ich will super groß werden, warum eine Nische? Es ist besser, 100 Leute zu haben oder 1000 Leute, die dich lieben, anstatt 10.000, die dich einfach nur okay finden. Geh in die Nische, werde da erfolgreich und dann kannst du andocken, ja, dann kannst du andocken, weiß ich, im Fashion-Bereich haust du die nächste Linie, die dann vielleicht, vielleicht für, weiß ich, Leute sind, die nicht ganz so eng fokussiert geschnitten waren wie am Anfang. Weil wenn du nämlich in der Nische startest, hast du den Vorteil, du kannst sehr spezifisch auf eine bestimmte Zielkundschaft dein Produkt hin designen. Wenn du ein Produkt designst, was vom Day One für alle ansprechend ist, dann bist du totaler Durchschnitt, dann bist du totaler Durchschnitt. Also geh in die Nische und wachst dann aus der Nische raus. Und da kann ich auch ein paar Beispiele nennen. Facebook, ja, ist jetzt das Massenmarktprodukt überhaupt. 2 oder 2,5 Milliarden monatliche Nutzer, ja. Drittel der Weltbevölkerung nutzt das, ja, dieses Produkt, wenn du so willst. Die haben angefangen, nur zugeschnitten auf eine Zielkundschaft von 10.000 Leuten, nämlich Harvard-Undergrad-Studenten. Und dann sind sie an andere Unis gegangen. Und erst dann sind sie rausgeweitet. PayPal, ja, 200, 300 Millionen User, war ein Tool nur für eBay-Powerseller. Also für Leute, deren Beruf es war, irgendwas, irgendein Zeugs von Garage-Sales oder so auf eBay zu vertreiben. Nur für das war es zugeschnitten. Und starte in der Nische und wachst aus der Nische. Das wäre mein spezifischer Tipp. Vielleicht hilft dir die Leidenschaft, die Nische zu finden. Genau, die Leidenschaft hilft einem oftmals, die Nische zu finden, weil du da halt, ja, weil du da halt ein bestimmtes, ja, spezifisches Knowledge mitbringst und einfach naturgemäß mehr Zeit aufwendest, als wenn es jetzt nur ein Job für dich ist, den du runterrattern musst. Fett, witzig, also ich unterschreibe das. Ihr habt das hier auch in der einen oder anderen längeren, redundanteren Variation bereits schon gehört von der einen oder anderen illustren Gestalt? Du machst das total. Also ich habe mich jetzt seit kurzem erst mit dir beschäftigt, seitdem die Anfrage erst kam. Ich kannte dich vorher nicht, sorry. Dann habe ich aber ein paar Leuten gesagt, ich bin übrigens dann in Stuttgart. Was machst du in Stuttgart? Hatten die dem Gabel besucht. Den besuchst du? Also du bist dann anscheinend ja schon bekannt. Keine Ahnung. Also cool, da war Leute, den besuchst du? Ein Kumpel von mir einfach am Samstag und dann erzählt dem Philipp, dann hat er mir noch andere Videos geschickt und die ganze Historie, wo ihr daherkommt und er wusste das alles. Witzig. Also long story short, jetzt habe ich mich mit dir beschäftigt, du versuchst ja auch nicht allen zu gefallen, ganz im Gegenteil. Du, deine Videos und wie du sprichst und auf wen du es zuschneidest, also finde ich eigentlich ganz gut. Du versuchst ja auch nicht der Masse zu gefallen, sondern bestimmten Bereich und in dem bist du halt ultra stark und dann hast du folgenden Effekt, dass andere Leute, die vielleicht gar nicht zur Fokusgruppe gehören, die dich dann trotzdem cool finden, weil sie es irgendwie authentisch finden. Also du ziehst ja trotzdem Leute aus der Nicht-Fokusgruppe. Also finde ich sehr smart. Ich glaube, bei mir ist es gar nicht so viel schlaue Überlegungen dahinter, die da steckt, sondern es ist einfach nur, weil ich ein Impulskontrollproblem habe und es einfach so bin. Nein, aber ich weiß, ich bin einfach sehr offen und ich versuche, also guck mal, mein Ziel ist auch einfach nur, ich rede jetzt hier mit dir und wenn wir eine freundschaftliche Basis irgendwo haben und dann du jetzt vielleicht auch hier mit mir sprichst auf eine andere Art und Weise, als du es woanders tun würdest, dann wissen die Leute, egal wie oft ich den jetzt schon gesehen habe im Fernsehen oder in der Zeitung, was gelesen habe über den, der würde ich dir was anderes sagen, weil Tim hat keine Lust auf so ein Gespräch mit dir. Richtig, richtig, richtig. Verstehst du? Und das ist aber auch eine Sache, in die man reinwachsen muss, aber ich sehe das eigentlich nur so, hier, Leute sollen zugucken, als wäre es, als würden Freunde quatschen. Ja, ja. So, und that's it. Ja. Und dann ist das auch viel natürlicher, weil dann auch irgendwann sieht dich ein zweites Mal oder jemand anders und dann sind die, das siehst du bei Joe Rogan lustigerweise, die zweiten Podcasts sind immer besser als die ersten. Okay, okay. Weil die Leute sich kennen. Okay. Verstehst du? Und dann weiß man auch, okay, haben sich eingerufen, du weißt auch, okay, der knallt dir jetzt nicht irgendwie kontrovers Sachen an den Kopf, der Vertrauensverhältnis auch, genau. Genau, jetzt zum Beispiel, stell dir vor, du kommst jetzt her und du wolltest Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen und du hast Mitarbeiter und Mitarbeiter gesagt und jetzt stellst dir so vor, dann ach, oh fuck man, wirkt das jetzt so, als wäre ich ein chauvinistisch, als wäre es hier, Patriarchat by Scalable und so. Und mit so einem Gefühl bei irgendjemandem in so ein Interview oder so zu gehen, wo du denkst, ey, der will jetzt hier nur auf Konfrontation, ist ja übel und angenehm. Und reißt Sachen aus dem Kontext und so. Genau. Sowas gibt es ja auch. Also ich hatte jetzt auch Gäste, mit denen das so war, aber das waren dann auch nur ein oder zwei. Ja, okay. Aber da war das auch, da war ich auch offen. Ja. Hab auch gesagt, dass das so wird. Cool. Joe Rogan. Obwohl Elon Musk, den hat er ja damals dope rauchen lassen. Und das hat er ja selber gemacht. Aber das ist ihm ja so ein bisschen um die Ohren geflogen. Ja, ich will nicht, dass die Couch stinkt. Hier wird nicht geraucht. Okay. Sehr gut. Da hacke ich Schwänze ab, wenn jemand hier anfängt, also irgendwas rauchen will. Nee, nee. Nee, ansonsten, Erik, ich habe eigentlich viele Dinge noch, aber ich glaube, bevor ich dich jetzt ausquetsche zu, wie lange ihr zur Alpha gebraucht habt, wie der Softwareentwicklungsprozess war und tausend andere Dinge, die ich noch habe, wie ein normaler Tag bei dir aussieht und all diese Dinge, würde ich sagen, machen wir einen Cut, oder? Danke für Preply, dass wir diesen Podcast gesponsert haben und danke an euch, dass ihr euch die ganze Folge reingezogen habt. War echt krass. Also es war auch sehr, sehr interessant. Ihr könnt bei Preply, wenn ihr jetzt anfangt, kriegt ihr unten mit dem Link, habt ihr 50% Gutschein auf. Die erste Stunde, die ihr euch wählt, ihr habt über 49.000 Tutoren. Ihr könnt innerhalb von Sekunden ganz schnell auswählen, was ihr wollt mit dem Filter, wie viel Geld ihr ausgeben wollt, was euer Budget ist, welche Ziele ihr habt, welche Sprache ihr lernen wollt. Natürlich auch den Tutor auswählen und sofort loslegen. Vielen Dank, dass ihr den Podcast angeguckt habt. Vielen Dank an Preply, dass sie diesen Podcast gesponsert haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Ciao.